Wellmik Dermott Tödliche Worte Gelesen von Anneke Kim Sarnow Nur weil du Stimmen hörst, heißt das doch nicht, dass du verrückt bist. Man braucht nicht besonders schlau zu sein, um das zu wissen. Und obwohl du all die Dinge getan hast, bei denen es den Geschworenen den Magen umdrehte, bist du doch wenigstens schlau genug zu wissen, dass du kein Irrer bist. Na gut, der Richter hat deinen Namen genannt, Derek Tyler, und hat dir das Etikett »Geistesgestört« umgehängt. Aber was für ein cleverer Typ der Richter angeblich auch sein mag, ihm war doch nicht klar, dass er sich genau nach Plan verhielt. Wenn du ihnen einreden kannst, dass du durchgeknallt warst, als du es getan hast, dann hast nicht du die Tat begangen, sondern der Wahnsinn in dir. Und wenn du verrückt, aber nicht bösartig bist, dann ist ja klar, dass du geheilt werden kannst. Und deshalb sperren sie dich in die Klapsmühle statt in den Knast. Da können die Mediziner dann in deinem Kopf herumstochern und probieren, die kaputten Teile wieder in Ordnung zu bringen. Wenn da natürlich von Anfang an nichts kaputt war, hältst du besser die Klappe. Lässt sie nicht merken, dass du genauso gesund im Kopf bist wie sie selbst. Dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kannst du anfangen zu reden. Stell es so hin, als hätten sie mit ihrer Zauberkraft jemanden aus dir gemacht, den sie wieder auf die Straße hinauslassen können. Es klang völlig plausibel, wenn die Stimme es erklärte. Du bist ja auch ganz sicher, dass du alles richtig verstanden hast, weil die Stimme es so oft wiederholt hat, dass du die ganzen Sprüche mit geschlossenen Augen auswendig hersagen kannst. Ich bin die Stimme. Was ich dir befehle, ist das Beste für dich. Ich bin deine Stimme, hör gut zu. Es braucht nicht mehr als diese paar Worte, um das ganze Band in deinem Kopf ablaufen zu lassen. Die Botschaft ist noch da, tief in dein Gehirn eingegraben. Und sie macht immer noch Sinn. Nur ist es jetzt schon so lange her. Und das Schweigen durchzuhalten ist nicht leicht. Aber du bist ganz schön stolz darauf, dass du es geschafft hast. Denn all die anderen Dinge vermischen sich mit der Stimme. Therapiesitzungen, bei denen du alles ausblenden musst, was die wirklich Verrückten so labern. Gespräche mit den Ärzten, die dich mit List und Tücke zum Sprechen bringen wollen. Und dann die Hintergrundgeräusche im Aufenthaltsraum. Der Fernseher und die Musik. Nur mit der Stimme kannst du dich wehren. Und mit dem Versprechen, dass das Wort fällt, wenn der rechte Zeitpunkt da ist. Und dann wirst du wieder draußen sein. Und das tun, was du am besten kannst. Frauen töten. Mit einem Aktenstapel auf einem Arm und der Aktentasche in der anderen Hand stieß Dr. Tony Hill die Tür zu seinem Büro in der Universität auf. Die Sekretärin des Psychologischen Instituts kam aus ihrem Zimmer. Dr. Hill, sagte sie in einem Ton alberner Selbstzufriedenheit. Morgen, murmelte Tony und stellte Akten und Tasche unsanft auf den Boden, während er die Post aus seinem Fach nahm. Der Institutsdirektor ist unzufrieden mit Ihnen, sagte sie und verschränkte die Arme vor ihrem üppigen Busen. Aha, warum das? fragte Tony. Die Cocktailparty gestern Abend. Sie hätten da sein sollen. Mit dem Rücken zu ihr verdrehte Tony die Augen. Ich war in meiner Arbeit vertieft und habe kaum bemerkt, wie die Zeit verging. Es geht um eine wichtige Quelle von Mitteln, schallt sie ihn. Die Gäste hätten Sie gerne kennengelernt. Tony griff nach dem ungeordneten Stapel Postsendungen. Sicher haben Sie sich auch ohne mich prächtig amüsiert, sagte er, hub seinen Aktenstoß hoch und ging rückwärts auf die Tür zu. Der Institutsdirektor erwartet, dass sich alle Mitglieder des Lehrkörpers für das Beschaffen von Geldmitteln einsetzen, Dr. Hill. Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass Sie einmal zwei Stunden Ihrer Zeit dafür, um die lüsterne Neugier der Manager eines Pharmakonzerns zu befriedigen, schnauzte Tony. Vorübergehend konnte er sich im ruhigen Hafen seines neuen Büros sicher fühlen und warf sich auf den Stuhl vor seinem Computer. Was machte er hier überhaupt, verdammt nochmal? Für den akademischen Betrieb war er nicht geboren. In erster Linie war er ein klinischer Psychologe und Profiler. Obwohl er sich mit seinen früheren Unternehmungen nicht immer Liebkind beim Innenministerium gemacht hatte, war es ihm dank des Falls, den er kürzlich in Deutschland und Holland bearbeitet hatte, gelungen, die britische Bürokratie einfach zu übergehen. Jetzt wollten ihn die Deutschen, Niederländer und Österreicher als Berater haben. Ein verlockendes Angebot. Aber er musste bei seinen Plänen auch Carol Jordan berücksichtigen. Wie immer, wenn er an sie dachte, scheute er vor einer direkten Konfrontation zurück. Irgendwie musste er eine Möglichkeit finden, das wieder gut zu machen, was mit ihr geschehen war, ohne dass sie die Absicht erkannte, die dahinter stand. John Brandon stieg die Treppe der Barbican Station hinauf. Wie sehr er auch versucht hatte, sich auf das Treffen mit Carol Jordan vorzubereiten, war er trotzdem sicher, dass er im Grunde keine Ahnung hatte, was er vorfinden würde. Er hatte keine Vorstellung davon, wie es ihr in Bezug auf das ging, was ihr geschehen war. Und er wusste, dass Arbeit ihre Rettung sein konnte. Als er von der missglückten, verdeckten Aktion gehört hatte, die mit einem täglichen Angriff auf Carol geendet hatte, war er entsetzt gewesen. Sein Informant hatte die Bedeutung des mit dieser Operation Erreichten hervorzuheben versucht, als wäre alles, was ihr angetan wurde, damit aufgewogen. Brandon hatte sein Erwachsenenleben dem Polizeidienst gewidmet, hatte sein Karriereziel erreichen und dabei die meisten seiner Prinzipien beibehalten können. Eine seiner Regeln war, dass man einen Polizeibeamten niemals einem unnötigen Risiko aussetzen durfte. Das Einzige, was John Brandon jetzt für Carol tun konnte, war, ihr einen Rettungsanker zuzuwerfen, mit dem sie den Weg zurück in ihren geliebten Beruf finden konnte. Sie war wahrscheinlich die beste Kripobeamtin gewesen, die er jemals unter sich gehabt hatte, und sein Instinkt sagte ihm, dass sie unbedingt wieder eingesetzt werden sollte. Er war erschüttert von der Veränderung, die er an Carol Jordan wahrnahm. Die Frau, die an der Tür wartete, hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem Bild, das er im Gedächtnis trug. Ihre Frisur war anders, an den Seiten ganz kurz geschnitten, mit einem dichten, zur Seite gekämmten Pony, der ihre Gesichtsform veränderte. Aber die Veränderung zeigte sich noch entschiedener im Ausdruck. Alles Weiche schien aus ihrem Gesicht gewichen und durch neue Flächen und Mulden ersetzt. An die Stelle der früheren intelligenten Wachheit ihrer Augen war eine mit Argwohn gepaarte Ausdruckslosigkeit getreten. Sie strahlte Anspannung statt des gewohnten Selbstbewusstseins aus. Obwohl es ein warmer Frühsommertag war, trug sie einen formlosen Pullover mit Rollkragen und eine weite Hose statt der knapp geschnittenen Kostüme, in denen Brandon sie früher immer gesehen hatte. Er blieb einen halben Meter vor ihr stehen. Carol, sagte er, schön sie zu sehen. Kein Lächeln, nur ein schwaches Zucken der Mundwinkel. Carol führte ihn zu zwei Sofas, die im rechten Winkel zueinander standen, und den Blick durch die deckenhohen Fenster auf die alte Kirche mitten in dem Gebäudekomplex des Barbican freigaben. Wie geht es Ihnen? fragte Brandon. Carol zuckte die Schulter. Schon etwas besser. Ich war schockiert, als ich hörte, was passiert ist. Und auch erschüttert. Maggie und ich, naja, ich weiß, wie ich mich fühlen würde, wenn sie oder meine Töchter. Carol, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit so etwas fertig wird. Carol sah ihm in die Augen. Ich bin vergewaltigt worden, John. Keine Verletzung kommt ihm gleich. Brandon ließ den Verweis über sich ergehen. Es hätte niemals passieren dürfen. Carol tat einen tiefen Atemzug. Ich habe auch Fehler gemacht, das stimmt schon. Aber der Hauptschaden ist durch diejenigen entstanden, die die Operation leiteten. Sie wandte sich ab und schlug ungeduldig die Beine übereinander. Sie sagten, sie wollten etwas mit mir besprechen. Das Innenministerium hat beschlossen, Ost-Yorkshire sei ein zu kleines Gebiet. Und deshalb soll die Polizei dort mit einer anderen Dienststelle zusammengelegt werden. Und da ich die kleinere der beiden Stellen leite, die nun zusammengelegt werden, habe ich meine Position aufgeben müssen. Carol schien jetzt etwas angeregter zuzuhören. Das tut mir leid, John. Sie waren ein guter Polizeipräsident. Danke. Und ich hoffe, das auch in Zukunft zu sein. Ich bin jetzt wieder in meinem alten Revier. In Bradfield? Brandon bemerkte, dass Carol sich leicht entspannte. Ganz recht. Man hat mir die Leitung der Polizei von Bradfield angeboten. Auf seinem kummervollen Gesicht erschien ein Lächeln. Und ich habe Ja gesagt. Das freut mich sehr für Sie, John. Brandon schüttelte den Kopf. Ich bin nicht hergekommen, weil ich auf Komplimente aus bin, Carol. Ich bin gekommen, weil ich sie brauche. Carol wandte den Blick von ihm ab. Hören Sie mir doch zu, bis ich fertig bin. Ich will eine Organisation für Schwerverbrechen aufziehen, wie die, die es bei der Londoner Polizei gibt. Sie wandte sich ihm mit einem aufmerksamen, nachdenklichen Blick zu. Und Sie glauben, Sie brauchen mich dafür? Ich möchte, dass Sie die Einheit leiten. Solche Dinge können Sie doch am besten, Carol. Die Kombination von Klugheit, Instinkt und guter gediegener Polizeiarbeit. Früher vielleicht, sagte sie. Ich glaube nicht, dass ich noch dieselbe bin. Brandon schüttelte den Kopf. So etwas verlernt man nicht. Sie sind die beste Polizeibeamtin, die je für mich gearbeitet hat. Selbst wenn es Gelegenheiten gab, bei denen Sie die erlaubten Grenzen fast überschritten haben. Aber immer wenn Sie so weit gingen, hatten Sie recht. Und diese Art von Können und Mut brauche ich bei meinen Leuten. Carol starrte auf den leuchtend bunten Gabet-Teppich hinunter, als sei dort die Antwort zu finden. Sie werden mir direkt unterstellt und wir hätten keine pingeligen Bürokraten zwischen uns. Sie würden mit einigen ihrer alten Kollegen zusammenarbeiten. Das ist ein großzügiges Angebot, John. Carol hielt seinen Blick stand, aber in ihren Augen lag eine große Müdigkeit. Brandon kehrte jetzt statt schonender Rücksichtnahme die ihm eigene Autorität hervor. Carol, die Arbeit hatte für Sie immer schon einen hohen Stellenwert. Ich kann verstehen, weshalb Sie nicht in den Nachrichtendienst zurück wollen. Aber die Polizeiarbeit liegt Ihnen doch im Blut. Verzeihen Sie, wenn ich anmaßend klinge, aber ich glaube nicht, dass Sie über diese Sache hinwegkommen werden, ehe Sie wieder fest im Sattel sitzen. Carols Augen weiteten sich. Brandon fragte sich, ob er zu weit gegangen war und erwartete eine scharfe, ironische Antwort. Haben Sie mit Tony Hill gesprochen? fragte sie. Brandon gelang es nicht, seine Überraschung zu verbergen. Tony? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesprochen seit... Ach, es muss über ein Jahr her sein. Warum fragen Sie? Er ist der gleichen Meinung, antwortete sie knapp. Ich dachte, vielleicht hättet ihr euch verbündet. Nein, ich bin selbst auf die Idee gekommen. Aber wissen Sie, Tony ist kein schlechter Ratgeber. Ja, schon. Aber keiner von Ihnen kann sich vorstellen, was es dieser Tage für mich heißt, ich selbst zu sein. John, ich kann in dieser Sache jetzt keine Entscheidung treffen. Ich muss darüber nachdenken. Zehn Wochen später Er kann sich nicht an das erste Mal erinnern, als er die Stimme hörte. Wenn er jetzt darüber nachdenkt, findet er es kaum zu glauben, dass er so lange gebraucht hat, um zu verstehen. Weil sie so anders war als die anderen Stimmen, die er jeden Tag hörte. Sie machte keine höhnischen Bemerkungen. Sie verlor nicht die Geduld mit ihm, weil er so langsam war. Die Stimme zollte ihm Respekt. Er hatte das noch nie erlebt und brauchte eine Weile, bis er begriff, was ihm da geboten wurde. Jetzt kann er sich gar nicht mehr vorstellen, ohne die Stimme zu leben. Es ist wie Schokolade oder Alkohol oder Hasch. Die Welt würde auch ohne sie weitergehen, aber warum sollte man sich das wünschen? Es gibt Zeiten und Orte, da weiß er, dass er sie hören wird. Die Nachrichten auf seinem Handy, die Minidiscs, die einfach so in der Tasche seines Parkers auftauchen und wenn er spätabends allein ist und im Bett liegt. Aber manchmal kommt sie auch völlig unerwartet. Ein leichter Hauch auf seinem Nacken und da ist sie. Die Stimme. Die Stimme macht ihm auch Geschenke. Dinge, die nur für ihn sind. Der Minidiscplayer zum Beispiel. Das Zippo-Feuerzeug mit dem toten Kopf und den gekreuzten Knochen, das sich so gut anfühlt, wenn er mit dem Daumen daran herunterfährt. Die Videos, die ihn auf Gedanken bringen, was er gern mit den Straßenmädchen machen würde, die er jeden Tag sieht. Als er fragte, warum, sagte die Stimme, weil er würdig sei. Das verstand er nicht und eigentlich versteht er es immer noch nicht. Aber er freut sich, wenn er gefallen kann. Er erinnert sich, dass er das als eines der ersten Dinge gelernt hat, die Leute zum Lächeln bringen, ihnen geben, was sie möchten und schon hat man eine bessere Chance, nicht geschlagen zu werden. Also hat er gut aufgepasst, als die Stimme anfing, ihn zu unterrichten, weil er wusste, dass sie eher bei ihm bleiben würde, wenn sie zufrieden war. Und er will, dass sie bleibt, weil sie ihn froh macht. Es gibt nicht viele Dinge, die ihn jemals froh gemacht hätten. Deshalb hört er zu und versucht zu verstehen. Er weiß jetzt Bescheid über das Gift, das die Mädchen auf die Straße tragen. Er weiß, wie diese Schlampen geläutert werden müssen und dass er ein Teil dieser Läuterung sein wird. Und jetzt ist die Zeit reif. Heute Nacht. Er kann es kaum erwarten. Carol fuhr den Wagen vorsichtig aus der Garage auf die Straße hinaus. Alles war so vertraut und doch ganz anders. Als sie früher in Bradfield gewohnt und gearbeitet hatte, war ihr Zuhause die Dachwohnung eines umgebauten Lagerhauses gewesen, das einen ganzen Block einnahm. ein hoch über den Dächern gelegener Horst, in dem sie sich als Teil der von ihr überwachten Stadt, aber zugleich auch davon abgetrennt fühlen konnte. Als sie nach London gezogen war, hatte sie die Wohnung an ihren Bruder und dessen Freundin verkauft. Jetzt wohnte sie wieder in diesen vier Wänden, aber wie ein Kuckuck wieder Willen in einem Nest, das Michael und Lucy sich eingerichtet hatten. Als sie das Präsidium betrat, überkam sie kurz ein Gefühl alter Vertrautheit. Hier schien sich nichts verändert zu haben. Im Korridor des Hintereingangs roch es immer noch leicht nach Zigarettenrauch und altem Fett von der Kantine im Stockwerk darunter. Im dritten Stock hatte man seit ihrer Zeit eine Renovierung vorgenommen. Die Wände waren bis auf Hüfthöhe hellblau und weiter oben in einem leicht getönten Weiß gestrichen. Die alten Holztüren hatte man durch Stahltüren mit dickem Glas ersetzt. Ihr kam es eher wie eine Werbeagentur als eine Polizeiwache vor. Carol holte tief Luft und stieß die Tür auf. Ein paar neugierige Gesichter blickten auf und sahen sie dann mit einem herzlichen Lächeln an. Don Merrick stand zuerst auf. Er war bei ihrer ersten Ermittlung zu einem Serienmörder ihr Kontaktmann gewesen. Der Fall hatte den mit diesen Dingen Betrauten bewiesen, dass sie das Zeug hatte, es bis an die Spitze zu schaffen. Der gewissenhafte, zuverlässige Don dachte sie dankbar, als er mit ausgestreckter Hand auf sie zukam. Prima, sie wieder hier zu sehen, Ma'am, sagte er. Sergeant Kevin Matthews stand direkt hinter Merrick. Kevin hatte sich nach einer bodenlosen Dummheit, die ihn fast seine Karriere gekostet hatte, wieder aufgerappelt. Obwohl Carol diejenige gewesen war, die seine Untreue aufgedeckt hatte, war sie froh zu sehen, dass er offenbar rehabilitiert war. Kevin begrüßte sie ihn. Gut, sie zu sehen. Seine blasse, mit Sommersprossen übersäte Haut wurde rot. Willkommen in Bradfield, sagte er. Gut, sie zu sehen, Chefin, sagte eine weibliche Stimme hinter ihr. Carol drehte sich halb um und sah, wie die schmächtige DC Paula McIntyre zu ihr herauflächelte. Paula hatte am Rande der Ermittlergruppe mitgearbeitet, die den Psychopathen dingfest gemacht hatte, von dem vier junge Männer in der Stadt abgeschlachtet worden waren. Paula schob einen dunkelhäutigen Mann nach vorn, der neben ihr stand. Das ist DC Evans, sagte sie. Sam, DCI Jordan. Carol streckte ihm die Hand entgegen. Evans schien zu zögern und schaute ihr nicht in die Augen, als er ihr die Hand schüttelte. Carol sah ihn kurzprüfend an. Sein krausgelocktes Haar war kurzgeschnitten und seine Haut war wie brauner Zucker. Ein struppiges Spitzbärtchen verlieh ihm ein reiferes Aussehen, das nicht zu seinem faltenlosen jungen Gesicht passte. Sie rief sich Brentons Beschreibung des jungen Kollegen ins Gedächtnis. Ein ganz stiller, aber er hat keine Angst, sich zu Wort zu melden, wenn er etwas zu sagen hat. Er ist klug und hat die tolle Gabe, zahllose Informationen zu sammeln und daraus vernünftige Schlüsse zu ziehen. Er will ganz hoch hinaus, obwohl er das ganz gut verbirgt. Eine Person, DC Stacy Chen, stand mit einem schwachen Lächeln auf dem unbewegten Gesicht am Rand der Gruppe. Heutzutage brauchte man bei jeder wichtigeren Ermittlung einen Beamten, der sich mit den Datensystemen auskannte und die anfallende Informationsflut bewältigen konnte. Carol hatte Brenton gebeten, ihr jemanden dafür zu empfehlen und innerhalb von 24 Stunden hatte er Stacy genannt. Sie hat einen Magister in Informatik, kennt die Systeme in- und auswendig und ist ein Arbeitstier. Sie ist eher eine Einzelgängerin, weiß aber trotzdem, wie wichtig die Arbeit im Team ist, sagte er, und sie ist ehrgeizig. Carol ging an Evans vorbei und gab Stacy die Hand. Hi, Sie müssen Stacy sein, ich freue mich, Sie im Team zu haben. Stacys braune Augen hielten Carols Blick stand. Ich bin dankbar für die Chance, sagte sie mit starkem Londoner-Akzent. Carol ließ den Blick durch den Raum schweifen. Ein halbes Dutzend Schreibtische, jeder mit einem Computer ausgestattet. Tafeln und schwarze Bretter an einer Wand. Eine Karte von Bradfield in großem Maßstab nahm fast den ganzen Platz neben der Tür ein. Der Raum war von vernünftiger Größe, nicht zu beengt, aber auch nicht so groß, dass sie sich von der Außenwelt abgeschnitten fühlten. Sie fand ihn gut geeignet. Don, wo ist mein Büro? Merrick wies auf das Ende des Raumes, wo zwei Türen in die angrenzenden Büros führten. Suchen Sie sich eins aus, sie stehen beide leer. Carol spürte, wie etwas in ihr in Gang kam. Endlich konnte sie sich auf etwas Konkretes konzentrieren. Etwas, das vielleicht die Dämonen vertreiben oder sie wenigstens eine Weile zur Ruhe bringen würde. Aiden Hart betrachtete den ihm gegenüber sitzenden Mann mit einem gewissen Argwohn. Er wusste, dass viele seiner Kollegen meinten, er, Hart, sei mit 37 Jahren zu jung für die Position des medizinischen Leiters des Bradfield-Moore Secure Hospital. Aber er hatte so viel Vertrauen in sein eigenes Können, dass er ihre Bedenken damit abtun konnte, sie beruhten nur auf Enttäuschung und Neid. Aber mit dieser letzten Stellenbesetzung war es etwas anderes. Dr. Tony Hill war für seine ausgezeichneten Leistungen bekannt, aber auch für seine schwierige Art. Als er sich für die halbe Stelle an seiner Klinik beworben hatte, war Aiden Hart's erste Reaktion gewesen, dies abzulehnen. Am Bradfield-Moore gab es nur Platz für einen Star, ihn selbst. Dann hatte er es sich noch einmal überlegt. Wenn Hill nur eine halbe Stelle inne hatte, konnte man seine Arbeit sorgfältig in gewisse Bahnen lenken. Seine Erfolge konnten so genutzt werden, dass dabei mehr Anerkennung für Hart selbst, den visionären, medizinischen Leiter herauskam, der den Außenseiter gezähmt hatte. Er hatte sich gesagt, dass die Patienten zwar aus Hills berühmter Gabe der Einfühlsamkeit Vorteil ziehen könnten, dass aber Aiden Hart selbst eigentlich am meisten profitieren würde. Und diese Überlegung fand er bestätigt, als er Hill persönlich kennenlernte. Aiden Hart wusste alles darüber, wie man sich anzieht, um Eindruck zu machen. Aber innerhalb von Sekunden war ihm klar, dass Hill diese Lektion wohl verpasst haben musste. Dieser kleine Typ mit dem schlechten Haarschnitt, der ihm da in braunen Schuhen zu schwarzer Hose und einem grünlichen Tweed-Jackett mit durchgescheuerten Ärmeln gegenüber saß, würde in dem Teich, in dem Hart sich bewähren wollte, keine großen Wellen machen. Hill schien eher verlegen über das Aufsehen, das seine Zusammenarbeit mit der Polizei erregt hatte. Sein Eifer, wieder in die Routinearbeit klinischer Praxis einzutreten, war fast mitleiderregend. Damals war Hart voll selbstgefälliger Zufriedenheit gewesen und fand, mit Tony Hill ein Risiko einzugehen, sei die optimale Entscheidung. Irgendwie waren ihm die Klugheit seines scharfen Blicks und das unübersehbare Charisma, das dem Mann wie einen Anzug auf den Leib geschneidert schien, entgangen. Hart war sich im Unklaren, wie das passiert sein konnte. Es sei denn, dass Hill es verborgen hatte, um absichtlich einen ganz anderen Eindruck zu erwecken, was ein sehr beunruhigender Gedanke war. Schließlich hielt Hart große Stücke auf seine eigenen analytischen Fähigkeiten. Er konnte nicht umhin, sich zu fragen, ob jetzt er das neueste Forschungsobjekt dieser blauen Augen war, die jede Einzelheit seiner Körpersprache festzuhalten schien. Aden Hart hatte seine Geheimnisse und wollte nicht, dass Tony Hill sich ihnen zu eingehend widmete. Seine Hände sind feucht. Trotz der dünnen Talkumschicht in den Latex-Handschuhen rutschen sie und verlieren den Halt. Dadurch ist die Vorbereitung schwierig. Eigentlich ist er nicht an Dinge gewöhnt, die eine feinere Motorik verlangen als das Rollen eines Joints. Als seine Finger daneben greifen und er sich mit einer Klinge durch den Handschuh hindurch einen Schnitt beibringt, flucht er laut über die Blutstropfen, die aus der Wunde austreten. Er hat Anweisungen für den Fall, dass irgendwo Blut draufkommt. Leg alles weg, was auch nur die kleinste Blutspur aufweist. Er setze alles und fangt von vorne an. Wir wollen nur eine Sorte Blut. Er nimmt eine Seite der Abend Zeitung und legt die blutige Klinge darauf. Dann zieht er die Handschuhe aus und legt sie dazu. Dann nimmt er ein neues Paar aus der Schachtel und beginnt von vorn. Er will es unbedingt richtig machen. Wenn er es gut hinkriegt, wird dies das Beste sein, was er je getan hat. Das weiß er, weil die Stimme es ihm gesagt hat. Und alles andere, was die Stimme ihm gesagt hat, war immer richtig. Den ganzen Tag schon hat sich ihm alles im Kopf gedreht. Obwohl er versuchte, dies zu verbergen, haben es die Leute bemerkt. Aber sie erwarten selbst unter den günstigsten Umständen nicht viel von ihm. Meistens verspotten sie ihn nur und nehmen seine Schwerfälligkeit als Vorwand, um ihn zu quälen. So ist es immer gewesen, bis die Stimme kam und ihm sagte, er hätte Besseres verdient. Heute Abend wird das ihnen zeigen. Heute Abend wird er etwas tun, was sich keiner von ihnen trauen würde. Der Parkplatz lag im Schatten. Er hatte schon fast eine ganze Stunde gewartet. Das Tageslicht schwand bald. Aus verschiedenen Gründen wollte er nicht im Dunkeln herumstehen. Er ging auf das Heck des Wagens zu, um der Frau den Weg abzuschneiden, bevor sie die Wagentür erreichte. Schock und Erstaunen malten sich auf ihrem Gesicht und sie blieb abrupt stehen. Wie zum Schreien öffnete sie den Mund, blieb aber still. Hi Carol, sagte Toni, hättest du Lust in dich essen zu gehen? Herr Gott noch mal, stieß sie hervor und ließ die Schultern sinken. Was machst du denn hier? Er breitete die Arme aus und spielte den Unschuldigen. Ich würde dich gern zum Essen einladen. Bringst mich eher dazu, dass ich vor Schreck durchdrehe. Was treibst du denn in Bradfield? Er hob beschwörend einen Finger. Später schließt du den Wagen auf? Etwas verwirrt ließ Carol gehorsam die Schlösser aufspringen und sah ihm nach, als er um den Wagen herum zur Beifahrertür ging. Sie musste unwillkürlich lächeln. Zwanzig Minuten später hatten sie am Rand Nachbarschaft zum Rotlicht Distrikt ausgebreitet hatte, eine ruhige Ecke in einem preiswerten und freundlichen bengalischen Lokal gefunden. Carol und Tony hatten es entdeckt, als sie zum ersten Mal an einem Fall zusammen arbeiteten, der sich in Tempelfields ereignet hatte. Ich kann es nicht glauben, dass du hier bist, sagte Carol. Ich habe mich wie ein Fisch auf dem Trocknen gefühlt, Carol. Ich musste wieder zu einer Arbeit zurück, von der ich sicher weiß, dass ich sie gut mache. Ich hatte schon das Angebot bekommen, als Berater auf dem Kontinent zu arbeiten. Und als John Brenton sagte, du würdest nach Bradfield zurückkommen, habe ich mich bei Bradfield Moor um eine Halbtagsstelle in der Klinik beworben. Du bist meinetwegen nach Bradfield gekommen? fragte Carol reserviert. Ich will wie mit sonst niemanden. Ich bin hier, weil das unter Freunden so üblich ist. Er setzte ein mokantes Lächeln auf. Und außerdem passt es mir gut in den Kram hier zu sein. Du solltest die Irren sehen, in Bradfield Moor eingesperrt sind. Traumhaft für einen Sonderling wie mich. Carol prustete los. Also Carol, wo wohnst du? Ich habe vorläufig meine Zelte in Michaels Gästezimmer aufgeschlagen. Es war verständlich, dass sie sich nicht festlegen wollte und deshalb beschlossen hatte, etwas zu mieten, statt ihre Wohnung in London zu verkaufen und einen in Bradfield zu erwerben. Sie wollte sich einen Fluchtweg offen halten. Das muss komisch sein, sagte Toni, wo es doch früher deine Wohnung war. Es ist nicht ideal. Ich glaube, Lucy ist nicht gerade versessen darauf, Besitzer eines Geflügelhofs den Fuchs. Der Kellner kam und sie bestellten. Als er wieder ging, sah Carol Toni in die Augen. Und du? Wo wohnst du? Ich hatte Glück. Mein Häuschen in Sellerdeik habe ich praktisch von heute auf morgen verkauft und hier etwas gefunden. In der Nähe der Gegend, in der ich früher wohnte. Eine viktorianische Doppelhaushälfte. Fünf Zimmer, schön groß und sehr hell. Der Kellner stellte ihnen einen Teller mit Papadoms und ein Schälchen mit eingelegtem Gemüse hin. Die Sache ist die, dass es auch noch eine Souterrain Wohnung gibt. Zwei große Zimmer, Tageslicht, Toilette und Dusche und ein kleiner Abstellraum, aus dem du leicht eine Küche machen könntest. Er hob den Blick und schaute sie fragend an. Carol starrte ihn an. Sie lachte etwas unsicher. Bietest du mir im Ernst deinen Keller an? Warum nicht? Es würde dein Wohnungsproblem lösen und ich würde mich mit einer Polizistin im Haus sicherer fühlen. Er grinste. Ich weiß nicht. Hat die Wohnung einen separaten Eingang? Na klar, ich würde doch deinen Ruf nicht schädigen wollen. Eine Tür führt auf die Treppe zum Garten hinterm Haus. Natürlich gibt Rauben verschließen lassen, wenn du möchtest. Das hast du dir ja alles schon genau überlegt, was? Toni zuckte mit der Schulter. Als ich mir das Haus angesehen habe, dachte ich, es wäre eine ganz gute Möglichkeit, es so einzurichten, dass es als Wohnung funktioniert. Ich kannte deine Pläne damals nicht. Aber die Handwerker haben gestern damit angefangen. Und mir wäre es lieber, wenn du dort wohnen würdest als ein fremder Mensch. Aber triff jetzt keine Entscheidung. Es eilt nicht. Er kennt diese Straßen wie seine Westentasche. Seit seiner Kindheit ist er hier viel herum gekommen. Er kennt die Gesichter, die Plätze und weiß, wo bestimmte Leute zu jeder Tages- oder Nachtzeit zu finden sind. Noch nie hat er darüber nachgedacht. Es war einfach so. Aber die Stimme hat ihm klar gemacht, dass Wissen Macht ist und dass sein Wissen ihn zum König der Straßen macht. Er streift umher wie sonst und bemüht sich, so auszusehen wie an jedem beliebigen Abend zuvor. Hier und da schließt er ein kleines Geschäft ab, um sich abzusichern, damit nur alles so, wie an jedem anderen Abend aussieht. Die Stimme hat ihm das geraten. Denn wenn es mit den Fragen losgeht, sollen die Leute sich erinnern, ihn an den gewohnten Stellen gesehen zu haben. Aber bald ist es so weit. Er weiß, wo er sie finden kann. Er räuspert sich und geht auf sie zu, sagt ihr, was er will. Es scheint sie zu belustigen, als könne sie kaum glauben, dass gerade er das verlangt. Er sagt ihr, er wolle mit in ihr Zimmer kommen. Nach einem kurzen Blick über die Schulter folgt er ihr um die Ecke in den schmalen Durchgang, der zu ihrem Zimmer führt. Niemand beachtet ihn. Selbst wenn sie ihn sehen wollten, ist es hier zu dunkel dazu. Die Dealer machen so oft die Birnen der Straßenlaterne kaputt, dass die Stadtverwaltung es aufgegeben hat, sie zu ersetzen. Mit ihrem knackigen Arsch in dem kurzen Rock geht sie die Treppe hoch. Es ist erstaunlich, aber er spürt, wie er schon bei dem bloßen Anblick hart wird. Diese Mädchen hat er schon Millionen Mal gesehen. Sie gehören einfach zur Umgebung und normalerweise nimmt er sie gar nicht mehr wahr. Aber heute Abend bringen ihn Sandys schwingende Hüften in Fahrt. Sie geht weiter die Treppe hoch und er folgt ihr. An der Tür bleibt sie stehen. Lass mal die Kohle sehen, sagt sie. Vorkasse, wenn du mich fesseln willst. Er nimmt das Geldbündel heraus, das die Stimme zusammen mit ihren Anweisungen hinterlegt hat und zieht ein paar Scheine davon heraus. Sandy schnappt sie sich und steckt sie in ihre kleine Handtasche. Deine Geschäfte müssen besser laufen als meine, sagt sie bitter. Sie schließt die Tür auf. Also los, bringen wir es hinter uns. Er lächelt. schüttelt. Das würde sie nicht sagen, wenn sie wüsste, was er für sie hat. Aber wenn er das tut, was er tun soll, wird sie sowieso nichts mehr sagen. Nie mehr. Er vergleicht das Bild, das er vor sich sieht, mit dem Bild, das die Stimme und die Videos ihm eingeprägt haben. Sandy liegt mit gespreizten Gliedmaßen auf dem Bett, ihre Handgelenke sind mit Handschellen an den billigen Kiefernholzrahmen festgemacht. Ihre Füße sind an den Beinen des Bettgestells festgebunden. Fast könnte sie die Frau aus einem der Videos sein, deren zurechtgestutztes Dreieck aus Schamhaar die Geheimnisse verbirgt, die er bald besitzen wird. Er wendet sich ab und zieht sich die Gummihandschuhe über. Na los, sagt sie, ich hab nicht den ganzen Abend Zeit. Nur er weiß, wie wahr das ist. Er greift in seinen Rucksack, zieht einen wattierten Lederknebel heraus, dreht sich zu ihr um und da fängt sie an besorgt auszusehen. Hey, warte mal, verdammt, davon hast du nichts gesagt. Aber ihre Worte gehen unter, als er ihr den Knebel in den Mund steckt und den Kopf nach vorn reißt, um die Lederschnüre hinten zu binden. Ihre Augen quellen hervor, als sie mit aller Macht zu schreien versucht. Aber es ist nur ein schwaches Grunzen zu hören. Er vergisst nicht, die Handschellen wegen der Fingerabdrücke abzuwischen, dann nimmt er die Videokamera, steckt sie auf das kleine Stativ und überprüft, ob er das ganze Bett sehen kann. Als nächstes kommen der Laptop und die Webcam. Sandy reißt an ihren Fesseln, aber es nützt ihr nichts. Er nimmt etwas heraus, das in eine dicke Schicht Küchenkrepp gewickelt ist, tritt ins Bild und packt es langsam aus. Als Sandy sieht, was er in der Hand hält, treten die Venen an ihrem Hals hervor. Der Geruch von Urin liegt in der Luft. Er lächelt glückselig. Er ist jetzt hart, härter als die Videos ihn je werden ließen. Aber er darf die Kontrolle nicht verlieren. Er darf keine Spuren hinterlassen. Er holt Tiefluft und versucht, sein laut pochendes Herz zu beruhigen. Er packt seine Waffe mit festem Griff. Die Rasierklingen glänzen scharf und grausam im Lampenlicht. Ich hoffe, du bist bereit für mich, Sandy, sagt er leise, genauso wie die Stimme ihm befohlen hat. Dann fängt er an. Das Klingeln an der Tür kam Toni gerade recht. Er schob den philosophischen Text zum Problem Geist und Körper, mit dem er sich intensiv befasst hatte, zur Seite und eilte den Flur entlang. Als er die Tür öffnete, stand Carol an seine Veranda gelehnt und hielt eine volle Plastiktüte in der einen Hand. Sie hatten Essen bestellt, sagte sie. Er trat zurück und folgte ihr in den Flur. Geradeaus zur Küche. Möchtest du essen oder lieber gleich eine Führung durch den Keller? Wirklich gern hätte ich ein Glas Wein. Er nahm eine schon offene Flasche und goss zwei Gläser ein. Toni hob das Glas und stieß mit ihr an. Er beobachtete sie beim Trinken und bemerkte die dunklen Ringe unter ihren Augen und ihre zaghaften Bewegungen. Sie ist wirklich nicht im Einklang mit sich selbst, dachte er. Also möchtest du den Keller, pardon, die Souterrain-Wohnung sehen? Carol lächelte. Warum nicht? Sie folgte ihm zurück in den Flur. Er öffnete eine Tür, die aussah wie ein unter der Treppe eingebauter Schrank, aber sie führte auf eine schmale, steile Stiege, die nur von einer nackten Glühbirne beleuchtet wurde. Dann ging Toni ihr voran in einen überraschend großen, hohen Raum mit zwei flachen, aber breiten Fenstern. Das wäre das Wohnzimmer, sagte er. Es kommt ziemlich viel Tageslicht rein. Ich weiß, man kann es sich jetzt mit den rohen Backsteinwänden nicht richtig vorstellen, aber das wird alles mit Gipsplatten verkleidet und Holzböden. Es wird wirklich gut aussehen. Die Größe war in Ordnung. Es wäre genug Platz da für alles, was sie brauchte, dachte Carol. Das Schlafzimmer war fast genauso groß wie das Wohnzimmer und hatte ein erstaunlich großes Erkerfenster. Carol sah sich um und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Es ist nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, hier aufzuwachen. Toni sah plötzlich verlegen zu Boden. Gut, sagte er. Überleg's dir. Auf dem Weg nach oben zeigte er ihr die vor kurzem eingebaute Toilette und Dusche. Sauber, frisch, tadellos. Neu, dachte sie und wurde schon ganz aufgeregt. Eine Wohnung ohne die Geister der Vergangenheit. Ich brauche es mir nicht zu überlegen, sagte Carol. Wann wird es fertig? Toni grinste wie ein kleiner Junge. Der Bauleiter schätzt in drei Wochen. Kannst du es noch so lange in Michaels Wohnung aushalten? Carol stand an die Frühstücksbar gelehnt. Ich kann alles aushalten, wenn ich weiß, dass es ein Ende haben wird. Warten fällt ihm immer schwer. Besonders, wenn er genau weiß, worauf er wartet. Als er heute schließlich auf die Straße hinaus kam, hatte er erwartet, überall Polizei anzutreffen, die die Gasse absperrte, wo Sandy arbeitete. Er meinte, die Leute würden in Grüppchen an den Straßenecken stehen und leise über Mord und Verstümmelung reden. Und er hatte mit uniformierten Polizeibeamten gerechnet, die mit ihren Klemmbrettern herumgingen und die Passanten fragten, wo sie gewesen waren und was sie gestern Abend getan hätten. Aber als er in Stans Café ging und wie immer sein Speckbrötchen mit einer Tasse Tee bestellte, war alles wie an jedem normalen Tag. Ein paar von den Mädchen saßen an runden, schmierigen Tischchen und ruten eine halbe Stunde ihre Beine aus. Zwei Jungs vom Strich saßen über ihre Kaffeetassen gebeugt. Mehrere Augenpaare richteten sich fragend auf ihn, ob er wohl etwas bei sich hätte. Enttäuscht wandten sie sich ab, als er mit einem leichten Kopfschütteln verneinte. So verdrückte er sein Frühstück und latschte zu Big Jimmys Wohnung rüber, um sich Stoff zum Verkaufen abzuholen. Innerhalb einer halben Stunde war er wieder an seinem Standplatz und ging seinen Geschäften nach. Jetzt ist es Abend und immer noch regt sich nichts auf den Straßen. Am liebsten würde er zu Sandys Standort gehen, um nachzusehen, ob sie wie immer an der Ecke steht und so tut, als sei nichts Außergewöhnliches geschehen. Er wünscht, die Stimme wäre da und könnte ihm sagen, was los ist. Aber seit er den Befehl ausgeführt hat, hat er nichts gehört. Er fragt sich, ob er verlassen worden ist, ob alle Versprechungen auch nur ein Traum waren. Es wäre ja nicht das erste Mal. Tony erhob sein Glas und blickte auf die Überreste des chinesischen Essens. Wenn wir zusammen essen, sind wir meistens gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Fall. Carol spürte eine gewisse Erregung in diesem merkwürdig spannungsgeladenen Moment. Aber bevor sie das Glas heben konnte, machte das durchdringende Klingeln ihres Mobiltelefons die Stimmung kaputt. Verdammt, sagte sie und wühlte in ihrer Tasche. DCI Jordan, meldete sich Carol. Don Merricks vertraute Stimme war zu hören. Wir haben eine Leiche. Ich glaube, sie werden sie sehen wollen. Carol unterdrückte einen Seufzer. Alles klar, sagte sie und legte auf. Sie leerte ihr Glas. Offenbar ist eine Leiche gefunden worden. Sie stand auf. Ich hatte eigentlich nicht beabsichtigt, dass der Abend so enden sollte. Tony deckte die schmutzigen Teller ab. Naja, es ist wahrscheinlich von Vorteil, wenn wir das tun, was wir am besten können. Carol ging auf die Streifenwagen zu und sah, dass der Eingang zu einer kleineren Gasse von der Polizei mit Absperrband abgeriegelt war. Ihr Magen rummorte bei der Vorahnung der Dinge, mit denen sie gleich konfrontiert werden würde. Bitte, lieber Gott, lass es kein Sexualverbrechen sein. Sie entdeckte Paula, die an einer schmuddeligen, zu einer Treppe führenden Tür stand. Es ist oben, Chefin. Sieht nicht besonders schön aus. Carol blieb auf der Schwelle stehen und zog sich ein paar Latexhandschuhe über. Wer hat die Leiche gefunden? Eines der Straßenmädchen, die. Sie und die Tote teilten sich das Zimmer. Wo ist die jetzt? Auf dem Weg zur Wache, um eine Aussage zu machen. Carol nickte zufrieden. Danke, Paula. Sie schob sich an einem Kollegen vorbei, der auf dem schmalen Geländer Fingerabdrücke abnahm und ging weiter nach oben. Am Ende der steilen Treppe ohne Läufer fiel aus einer offenen Tür ein langer Lichtschein auf den Treppenabsatz davor. Die Luft war geschwängert mit kupfrigem Blutgeruch unter strengen Ausdünstungen menschlicher Ausscheidung. Obwohl Carol sich darauf vorbereitet hatte, spürte sie die Erinnerungen in sich hochkommen und hätte fast das Gleichgewicht verloren. Als sie die Tür erreichte, merkte sie, dass Merrick und Kevin sich umdrehten und sie anschauten. Es war ein einfaches Zimmer, kitschig und billig eingerichtet mit alter, fleckiger Raufasertapete in einer Farbe, die früher einmal zartrosa gewesen war. Ein Bettgestell aus Kiefer, zwei Sessel, anscheinend vom Sperrmüll, ein Waschbecken und sonst kaum etwas. Nichts, was sie von der Leiche auf dem Bett hätte ablenken können. Die Frau war gefesselt. Ihre Arme und Beine waren gespreizt wie in einer grässlichen Parodie sexueller Ekstase. Ihre blauen Augen, die noch entsetzliche Panik und Schmerz verrieten, starrten blind an die Decke. Ihr kurzes, blondiertes Haar klebte am Kopf, vom Angstschweiß durchnässt war es zu einem steifen Helm getrocknet. Sie war noch angezogen. Ihr Rock, ein blutdurchtränktes Faltenbündel, bedeckte ihre Hüften. Ihr Unterleib lag in einer riesigen Lache geronnenen Blutes, das in die dünne, durchhängende Matratze gesickert war. Carol räusperte sich und ging näher heran. Der Arzt meinte, sie sei verblutet, sagte Merrick. Er schätzt, dass es eine Weile gedauert hat, bis sie starb. Carol kämpfte mit ihren quälenden Gefühlen und bemühte sich, das zu tun, was hier ihre Aufgabe war. Also, was liegt vor? fragte sie. Merrick schaute in sein Notizbuch. Sandy Foster, 25, Prostituierte, vorbestraft wegen öffentlichen sich Anbietens und Drogenbesitzes. Aber bevor wir uns damit befassen, Ma'am, das Vorgehen stimmt genau mit den vier Morden überein, die vor zwei Jahren passierten, nicht lange nachdem sie von hier weggingen. Naja, vielleicht können wir die Fälle jetzt lösen. Merrick und Kevin warfen sich Blicke zu. Kevin sah leicht betreten aus. Die Sache ist die, Chefin, wir haben sie schon gelöst. Was? fragte Carol. Merrick steckte seine Hände mit den Handschuhen in die Taschen. Kevin und ich haben den Fall bearbeitet. Derek Tyler. Er hat sich schuldig bekannt. Er ist in einer geschlossenen Anstalt. Haben wir etwa den Falschen erfischt? Merrick schüttelte den Kopf und schob trotzig die Unterlippe vor. Es bestand kein Zweifel. Die Spurensicherung hat ihn überführt. DNA, Fingerabdrücke, alles da. Derek Tyler. Er hat sich für schuldig erklärt. Hat sogar eine Art Geständnis abgelegt und behauptet, die Stimmen in seinem Kopf hätten ihm gesagt, er solle es tun. Sobald Tyler verhaftet war, hörten die Morde auf. Sie haben ihn in Bradfield Moor weggesperrt. Allerdings weigerte er sich, irgendetwas über die Morde zu sagen. Können wir überprüfen, ob Derek Tyler entlassen worden ist? fragte Carol. Hab ich schon getan. Ich hab gerade dort angerufen. Tyler liegt im Bett und schläft. Kevin fand Sam Evans vor den Vernehmungsbüros, wo er an die Wand gelehnt stand. Wie läuft's? fragte er. Ich bin froh, dass du kommst, seufzte Evans. Die Frau da drin hat eindeutig was gegen Farbige. Kevin stöhnte. Soll ich mal mit ihr versuchen? Bitte. Evans wies auf die Tür. Ich kann kein einziges Wort aus ihr herauskriegen. Er gab Kevin eine Mappe und ging. Kevin schlug sie auf und sah ein einzelnes Blatt Papier, auf dem nicht mehr stand als Name, Alter und Adresse. Er blickte durch das Guckloch an der Tür und sah eine blondierte Frau in einem kurzen, engen, schwarzen Kleid. Auf dem Zettel stand, sie sei 29, aber aus der Entfernung schien sie eher 19 zu sein. Sie hielt ihre knappe Jacke eng an sich gezogen, als sei es kalt im Raum. Er ging hinein und schenkte ihr sein teilnahmsvollstes Lächeln. Verdammt noch mal, sagte sie. Gott sei Dank, ein menschliches Wesen. Haben Sie ein Problem mit meinem Kollegen? fragte Kevin und lächelte mitfühlend. Der ist mir nicht ganz geheuer, murmelte sie. Hängt es damit zusammen, dass ich schwarz bin? Nee, Kumpel, bloß damit, dass du ein Arschloch bist. Jemand sollte ihm mal sagen, dass Huren mehr wert sind, als der Dreck an seinen Schuhen. Sie blickte finster vor sich hin. Und? Werden Sie mich besser behandeln? 20 Minuten später hatten die beiden es sich fast gemütlich gemacht. Die Becher mit Tee, die er gebracht hatte, um die Situation zu entspannen, waren leer. Und sie hatten den schwierigsten Teil, das Auffinden der Leiche, schon hinter sich. Wie lange genau hattet ihr diese Vereinbarung schon? fragte Kevin beiläufig. Die zuckte die Schultern. Ungefähr drei Monate, glaube ich. Wie ist das in der Praxis gelaufen? Kevin lächelte wieder, so nett und einfühlsam er konnte. Die blickte missmutig vor sich hin. Die feinen Fältchen in ihrem Gesicht gruben sich dadurch tiefer ein und ließen sie so alt aussehen, wie sie war. Sandy hatte die frühere Schicht. An den meisten Abenden hörte sie ganz gern gegen Zähnen auf. Sie hat ein Kind, einen kleinen Jungen, Sean. Ihre Mutter kümmert sich um ihn. Sandy geht gern früh nach Hause, damit sie noch einigermaßen schlafen kann, bevor sie morgens mit ihm aufsteht und ihn für die Schule fertig macht. Nach halb elf hatte ich dann das Zimmer für mich. Wieso haben sie sie dann nicht gestern Abend schon gefunden, fragte er. Ich habe gestern Abend nicht gearbeitet. Sie registrierte die Überraschung auf seinem Gesicht. Ich hatte Dünnpfiff. Ich muss was gegessen haben, das nicht in Ordnung war. In dem Zustand konnte ich unmöglich rausgehen und Nummern schieben. Das war plausibel. Selbst Touren sind mal krank, dachte Kevin. Alles war also normal, soweit sie wussten. Als sie mit ihrem Freier raufgingen, erwarteten sie, dass das Zimmer leer sein würde. Die schloss die Augen und schauderte bei dem Gedanken daran. Ja. Hatten sie Sandy an dem Abend schon gesehen? Die schüttelte den Kopf. Hatte sie Stammkunden? Die verlor plötzlich die Fassung. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich weiß nicht. Hören Sie. Wir haben uns nur das Zimmer und die Miete geteilt. Ich weiß nicht, was sie mit wem gemacht hat. Kevin beugte sich über den Tisch und nahm D's Hand. Vor lauter Erstaunen legte sich ihr Gefühlsausbruch und ihr Mund blieb offen stehen. Tut mir leid. Wir müssen einfach alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit wir auch nur eine Chance haben, ihn zu fassen. Es war schon nach Mitternacht. Carol war dabei, die dürftigen Computerdateien zu Derek Tylers Morden zu lesen, als die Tür aufging und Tony eintrat. Es ist einfach Unsinn, sagte er, ohne weitere Einleitung. Carol war an die seltsamen Sprünge in seiner Redeweise gewöhnt und nahm es hin. Danke, dass du gekommen bist. Was ist Unsinn? Nachahmungstäter. Sowas passiert einfach nicht. Es gibt sie nicht, nicht bei sexuell motivierten Morden. Er ließ sich auf den Stuhl gegenüber ihrem Schreibtisch fallen und seufzte. Carol versuchte sich auf das, was sie da hörte, einen Reim zu machen. Aber der Modus Operandi ist doch gleich. Dann hat man den gleichen Mörder vor sich. Er lächelte bedauernd und zuckte mit den Schultern. Das ist unmöglich. Aus dem, was Don sagt und auch aus dem, was ich gelesen habe, geht hervor, dass es keinen Zweifel an den Ergebnissen der Gerichtsmedizin gibt. Und Derek Tyler sitzt hinter Gittern. Tony rutschte mit dem Stuhl nach vorn und beugte sich über den Schreibtisch. Ihre Gesichter waren nur ein paar Zentimeter voneinander entfernt. Worum geht es bei sexuell motiviertem Mord? fragte er. Carol kannte die Antwort. um perverse Lustbefriedigung. Wie viele Geliebte hast du gehabt? Nervös wandte Carol den Blick ab. Was hat denn das damit zu tun? Mehr als ein, stimmt's? beharrte er. Carol gab nach. Mehr als ein, stimmte sie zu. Und hat sich jemals einer im Bett genauso benommen wie einer der anderen? fragte Tony, als könne die Antwort ein wichtiges Argument bestätigen. Carol ahnte langsam, worauf er hinaus wollte. Nein. Tonis blaue Augen mit dem durchdringenden Blick ließen sie nicht los. Durch seine körperliche Nähe kam unwillkürlich Spannung in ihr auf. Ob er es spürte oder nicht, ließ er sich nicht anmerken. Seine Stimme wurde leise, vertraulich und weich. Meine besonderen Bedürfnisse können nur durch einen bestimmten rituellen Ablauf befriedigt werden. Du musst angezogen, ans Bett gefesselt und durch einen Lederknebel am Reden gehindert sein. Ich muss dich in meiner Gewalt haben und die Merkmale deiner Sexualität zerstören. Er holte tief Luft und wich etwas zurück. Wie groß ist die Chance, dass es da draußen zwei gibt, die genau das Gleiche wollen? Carol begann zu ahnen, was er meinte. Sie entspannte sich jetzt, wo die direkte Nähe und Intimität nicht mehr gegeben waren. Ich verstehe. Aber wir haben trotzdem noch den gleichen Modus Operandi vor uns. Und das ist ein Problem für mich. Tony lehnte sich zurück. Seine Stimme hatte jetzt einen anderen Tonfall. Carol kannte diesen Umschwung. Er begann jetzt laut zu denken. Es sei denn, jemand hätte gerade Sandy beseitigen wollen und es für schlau gehalten ist, auf diese Art und Weise zu tun, damit wir kopflos herumrennen und einen nicht existenten Mörder suchen. Das ist vorstellbar, nehme ich an, sagte Carol zögernd. Ich meine, wenn es nicht diese Vorgeschichte, den Zusammenhang mit den alten Fällen gäbe, wäre es nicht so besonders außergewöhnlich. Extrem schon, aber nicht außergewöhnlich. Herrgott noch mal, Tony, protestierte Carol. Du musst deine persönliche Reaktion und deine berufliche Betrachtungsweise trennen, Carol, sagte er leise. Du hast schon Schlimmeres gesehen. Viel Schlimmeres. Wer immer das getan hat, muss in Bezug auf sexuellen Sadismus noch eine Menge dazulernen. Ich hatte vergessen, wie weit du von der Normalität entfernt bist, sagte sie matt. Deshalb brauchst du mich, sagte er schlicht. Der einzig wirklich interessante Aspekt ist wahrscheinlich, dass sie angezogen war. Wenn man sich die Mühe macht und den Aufwand nicht scheut, mit einer Prostituierten auf ein Zimmer zu gehen, dann hätte ich erwartet, dass man sie ausziehen würde. Ich weiß, dass ich das gern tun würde. Was schließt du also daraus? Vergewaltigung Das Wort stand zwischen ihnen. Seit Monaten war es nicht ausgesprochen worden und unaussprechlich gewesen. Aber jetzt stand es klar und deutlich vor ihnen. Tony zuckte entschuldigend mit den Schultern. Carol hatte Mühe, ihre professionelle Nüchternheit beizubehalten. Warum sagst du das? Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf in dem Zimmer. Vermutlich wurde Sandy mit ihrer Zustimmung gefesselt. Wahrscheinlich hatte er ihr zugesagt, sie dafür zu bezahlen. Klar. Aber er will, dass es ihm wie eine Vergewaltigung erscheint. Deshalb will er seinen Opfer nicht ausziehen. So kann er sich einreden, er sei ein Vergewaltiger. Jetzt war Carol verwirrt. Er will vorgeben, ein Vergewaltiger zu sein und bringt dann die Mädchen um? Warum kann er sich nicht einfach als Mörder ausgeben? Tony seufzte. Das weiß ich noch nicht, Carol. Zwar ist das ziemlich absurd, aber wenn es auf den Straßen von Polizisten wimmelt, fühlt er sich ruhiger. Denn er hatte das erwartet. Und es ist immer tröstlich, wenn das passiert, was er erwartet. Er hatte auf der Toilette in Stans Café ein paar Geschäfte gemacht, da sah er Blaulicht durch die Milchglas-Scheiben des Fensters. Und er hat keine Panik bekommen. Darauf ist er stolz. In der Zeit vor der Stimme wäre er wahrscheinlich weggelaufen. Einfach aus Prinzip. Sie haben sie gefunden, sagte die Stimme, warm und liebevoll. Heute Abend werden sie überall im Tempelfield sein. Sie werden mit allen reden wollen, auch mit dir. Aber das ist in Ordnung. Das geht klar. Du weißt ja, was du sagen wirst, oder? Er warf ein nervöses Lächeln in Richtung Tür. Ja, weiß ich. Tu mir den Gefallen. Sag's noch mal, lockte die Stimme. Ich war hier und da, genau wie immer. Hab mal kurz bei Stans reingeschaut und im Queen of Hearts zwei Bier getrunken. Sandy ist mir den ganzen Abend nicht über den Weg gelaufen. Sonst hab ich sie manchmal unten am Ende von Campion Boulevard gesehen, aber heute Abend nicht. Und wenn sie dich nach Namen von Personen fragen, die dir ein Alibi geben könnten? stelle ich mich einfach blöd. Als könnte ich einen Abend nicht vom anderen unterscheiden. Alle wissen ja, dass ich ein bisschen langsam bin. Deshalb werden sie sich nichts dabei denken. Stimmt. Wage bleiben ist gut. Das erwarten sie von dir. Hast's echt gut gemacht gestern Abend. Wunderschönes Material. Wenn du heute Abend nach Hause kommst, wirst du eine kleine Belohnung vorfinden. Du hast es verdient. Du bist ein ganz besonderer junger Mann. Er fühlte eine Wärme im Innern, die jetzt immer noch vorhält. Niemand außer der Stimme fand jemals etwas an ihm besonders. Jetzt treibt er sich also wie immer draußen herum. Er sieht sich die Polizisten an. Sie kämmen langsam die Straßen durch, gehen auf beiden Seiten entlang. Er erkennt einen der Kripo-Beamten, hatte ihn bei einer anderen Gelegenheit gesehen, als sie zwei Jahre zuvor überall in Templefields waren. So ein großer Dicker aus Tyneside. Er und seine Kollegin sprechen mit einem Freier, der es kaum erwarten kann, wegzukommen. Sie treten zurück und der Freier macht sich wie eine Krabbe seitwärts davon. Der Bulle schaut auf und sieht ihn. Er betrachtet ihn mit einem Blick, der sagt, irgendwoher kenne ich dich, aber ich kann dich nicht einordnen. Er grinst den dicken Blöde an und sagt, hi. Der stellt sich als Detective Inspector Merrick vor. Fast bevor er gefragt wird, gibt er dem Polizisten seinen Namen und seine Adresse an und die Frau schreibt sie auf. Sie sieht nicht schlecht aus. Der Polizist fragt, ob er die Sache mit Sandy gehört hätte und er sagt, ja, alle redeten ja darüber. Und dann spuckt er die Sprüche aus, die die Stimme fest in seinem Hirn verankert hat. Es läuft perfekt. Kann irgendjemand bezeugen, wo Sie gestern Abend waren? Er scheint verwirrt. Mr. Merrick sagt, hat jemand Sie gesehen? Wer kann bestätigen, wo Sie gestern Abend waren? Er reißt die Augen auf. Weiß nicht, sagt er. Gestern Abend war es genauso wie immer, wissen Sie? Ich kann mich nicht so gut erinnern, wissen Sie, Mr. Merrick. Sie haben sich aber daran erinnert, dass Sie Sandy nicht gesehen haben, warf die Frau ein. Klugscheißerin, blöde Kuh. Nur weil ja alle davon reden, sagte er und spürte am Kreuz wie ihm kitzelnd der Schweiß herunter ran. Das ist eine große Sache, keine kleine. Mr. Merrick klopfte ihm auf die Schulter und schon gehen sie weiter, um sich mit dem Nächsten zu unterhalten. Er hat sie reingelegt, Sie haben sich mit einem Mörder unterhalten und hatten keine Ahnung davon. Wer ist jetzt der Dumme? Tony stand neben Carol und blickte auf das Gesicht der toten Sandy Foster. Der Pathologe Dr. Vernon beugte sich über die Leiche, die ein grausiges Beispiel für Kontrastwirkung bot. Sandys Körper war unterhalb der Taille immer noch blutverkrustet, eine Studie in Rot. Oberhalb der Körpermitte war sie offenbar völlig unverletzt. Die Plastiktüten, die über ihre Hände gezogen waren, verdeckten teilweise die blauen Flecken an ihren Handgelenken und hielten so die Illusion der Unversehrtheit aufrecht. Unterernährt, sagte Vernon, Zeichen von Drogenmissbrauch. Er zeigte auf die Nadeleinstiche an ihren Armen. Dann beugte er sich vor und öffnete vorsichtig ihren Mund. Leichte Prellung an der Innenseite des Mundes, sehr wahrscheinlich verursacht durch den Knebel, den wir entfernt haben. Bis jetzt sehe ich nichts, was den offensichtlichen Fakten widerspricht. Sie ist infolge von Verletzungen der Vagina verblutet. Das Gewebe ist an der Stelle bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt. Kein angenehmer Tod. Sie ist nicht schnell gestorben? fragte Carol. Toni spürte die Angst, die von ihr ausging. Vernon schüttelte den Kopf. Nein, keine arterielle Blutung. Sie hat wahrscheinlich noch eine Stunde oder länger gelebt, hatte schreckliche Schmerzen und stand unter Schock. Nach dieser Mitteilung entstand ein langes Schweigen. Toni hoffte, dass Carol sich Sandys Qualen nicht allzu detailliert vorstellte. Er hat ihr beim Sterben zugesehen, sagte er leise. Carols Kopf fuhr herum. Was? Das ist der einzige Sinn, den ein hinausgezögerter Tod haben kann. Der Mörder will das genießen, was er vollbracht hat. Bestimmt hat er es auch aufgezeichnet. Er blieb da, bis sie tot war? Toni nickte. Ein großes Risiko. Der Mörder war sich seiner Sache recht sicher. Er kannte Sandys Angewohnheiten so gut, dass er überzeugt war, nicht gestört zu werden. Er hat sie wahrscheinlich für die Nummer bezahlt, bevor sie die Lage der Dinge einschätzen konnte. Wahrscheinlich war er zum Geschlechtsverkehr nicht in der Lage. Vernon nahm die Plastiktüten von Sandys Händen ab und fing an, unter den Fingernägeln Proben herauszukratzen. Was meinen Sie, wann ist der Tod eingetreten? fragte Carol. Selbst unter günstigsten Umständen kann es nur eine ungenaue Prognose geben, sagte Vernon trocken. Irgendwann zwischen Mitternacht und acht Uhr gestern früh. Genauer kann ich's nicht sagen. Ich nehme an, es ist nicht möglich, festzustellen, ob sie Sex hatte, bevor sie angegriffen wurde, fragte Carol. Das ist aussichtslos. Die Verletzungen des umgebenden Gewebes sind so schwer, dass man unmöglich sagen kann, ob es schon Vorerprellungen gab. Anzeichen für ein grobes Eindringen in den Anus gibt es keine, wenn sie das tröstet. Bevor Carol antworten konnte, ging die Tür hinter ihnen auf. Toni schaute sich um. Dieser kurze Blick sagte ihm bereits, dass die Frau, die gerade den Raum betreten hatte, Polizistin war. Irgendwie ließ ihre lässige Autorität in dieser Situation unmissverständlich darauf schließen. Sie trug einen langen, schwarzen Ledermantel, dessen Kragen wegen des stürmischen Wetters draußen hochgeschlagen war. Mittelgroß, drahtig wie Carol selbst, gerade Schultern, volle Brüste, schmale Hüften, welliges braunes Haar, eine Strubbelfrisur, die vor ein paar Jahren in Mode gewesen war und die sie wahrscheinlich beibehalten hatte, weil sie einen seltsamen Kontrast zu ihrem engelhaften Gesicht bildete, aber gut aussah. Ihre Gesichtszüge ließen sie immer wirken, als werde sie gleich strahlend lächeln. Nur die Augen verrieten sie. Denn sie hatte den alles erfassenden, geschärften Polizistenblick, der der Vielfalt menschlicher Bosheit überdrüssig war. Sie kam näher und streckte Carol die Hand hin. DCI Jordan? Sergeant Jen Shields von der Sitte. Ich arbeite im Revier von Temple Fields. Während sie auf Carol zuging, warf sie kaum einen Blick auf die Leiche auf dem Tisch. Mr. Brandon sagte mir, ich würde sie hier finden. Sergeant Shields, sagte Carol. Was führt sie hierher? Mr. Brandon hat mich ihrem Team zugeteilt. Er sagte, es sei zweckmäßig, jemanden in der Gruppe zu haben, der das Straßenleben hier kennt. Jen wandte sich Toni zu. Und dies muss wohl der Mann sein, der unsere Gedanken lesen kann. Toni gab sich den Anschein, so etwas schon öfter gehört zu haben. Nur wenn sie ein Serientäter mit sexuellen Motiven wären. Jen lachte. Sie streckte ihm die Hand hin. Toni erwiderte ihren Händedruck. Eine starke, warme Hand. Jen wandte sich wieder Carol zu. Schon wieder eine abgekratzten. Auf eine besonders unangenehme Weise, antwortete Carol streng. Jen lächelte entschuldigend. Tut mir leid, ich will nicht abgebrüht klingen. Aber wenn man schon so lange wie ich im Sittendezernat ist, sehen alle nur wie Fleisch aus. Toni überraschte Jens Haltung nicht. Er hatte bereits zu viele Polizisten und auch forensische Psychologen am Rande absoluter Erschöpfung kennengelernt, als dass er kein Verständnis für die Abwehrhaltung gehabt hätte, die sie sich zulegten. Er trat einen Schritt zurück und näherte sich dem Tisch. Haben Sie auch die Obduktionen vor zwei Jahren gemacht? fragte er. Vernon nickte. Ja. Was meinen Sie? fragte Toni. Wenn ich nicht wüsste, dass es nicht sein kann, würde ich sagen, diese Frau war ein Opfer des gleichen Mörders. Die Verwundungen sind ganz unverwechselbar. Womit hat Tyler das gemacht? Mit einer Art Messer? Soweit ich mich erinnere, hat er niemals preisgegeben, was er als Waffe benutzte. Damals vermutete ich, dass es etwas Selbstgebasteltes war, sagte Vernon. Die Verletzungen passen jedenfalls zu keinem Objekt, das mir jemals untergekommen ist. Vernon betrachtete die Schneide seines Skalpelts. Die Verletzungen passen zu einer schmalen, flexiblen Klinge. Eher zu einer Rasierklinge als zu einem Messer. Aber es sind Dutzende, Jahrhunderte von Schnittverletzungen. Das genaueste, was wir uns vorstellen konnten, ist eine Art Dildo aus Latex, in denen eine Reihe von Rasierklingen eingesetzt waren. Carol zog hörbar die Luft ein. Mein Gott, sagte sie. Nach dem Aufenthalt in der Gerichtsmedizin war Tony geradezu erleichtert, wieder in Bradfield-Moore in der Anstalt zu sein. In der Anmeldung erfuhr er, wo Derek Tyler zu finden sei. Weil er als nicht gewalttätig eingestuft war, durfte er mit anderen der gleichen Kategorie im Speisesaal essen. Tony bat einen der Pfleger, ihm Tyler zu zeigen. Dann holte er sich ein Tablett mit einem Teller Nudelauflauf und Erbsen und wählte einen Tisch, der etwas abseits stand. Von dort aus konnte er den Mann gut beobachten, der über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten der Morde an vier Prostituierten überführt worden war und seinen Drang zu morden auf die Stimme in seinem Kopf zurückgeführt hatte. Tyler war ein schlagsiger, dürrer Typ Mitte 20. Er saß über seinen Würstchen mit Eiern und Pommes gebeugt wie ein Geizkragen über seinem gehorteten Gold, den Kopf gesenkt, sodass Tony kaum mehr von ihm sehen konnte als den rasierten Schädel und die Tätowierungen auf seinen mageren Unterarm. Tony verzehrte geistesabwesend seine Mittagsmahlzeit und spülte das fade Essen mit starkem Tee hinunter. Tyler hatte keinen der Ticks eines Zwangsneurotikers. Er aß unnatürlich langsam, als wolle er das Essen so weit wie möglich in die Länge ziehen. Das erschien Tony als eine recht gute Strategie, um die Zeit herum zu bekommen. Als Aiden Hart leise auf dem Stuhl neben Tony Platz nahm, war Tyler gerade bei den letzten paar Bissen. Es gibt besseres Essen im Restaurant fürs Personal, wie Sie ja wissen. Ich weiß, aber ich wollte mir einen Patienten anschauen. Hart nickte. Derrick Tyler. Als er Tonys Überraschung bemerkte, sagte er, die Wärter haben es mir gesagt, als ich reinkam. Was interessiert Sie an ihm? Die Polizei von Bradfield hat gestern Abend einen Mordopfer entdeckt. Man hat mich gebeten, in dem Fall als Berater mitzuwirken. Als er die Polizei erwähnte, spitzte Hart die Ohren und seine Augen leuchteten vor Wissbegierde. Oberflächlich betrachtet sieht es aus, als handle es sich um eine Nachahmung von Derrick Tylers Morden. Hart fuhr sich über sein glatt rasiertes Kinn. Interessant. Toni trank seinen Tee aus. Was können Sie mir über ihn sagen? Hart sah zu Tyler hinüber, der mit seinem Essen fertig war und auf seinen leeren Teller hinunterstarrte. Sehr wenig. Er arbeitet so wenig mit, wie ich es bei kaum einem anderen Patienten je erlebt habe. Aber er schießt nicht quer, eher im Gegenteil. Er ist total passiv. In gewissem Sinn macht er überhaupt keine Schwierigkeiten, aber in anderer Hinsicht ist er vollkommen halsstarrig. Er beteiligt sich überhaupt nicht am therapeutischen Prozess und spricht nicht. Hatten Sie mal Probleme mit ihm? Nur einmal. Sie haben in Ihren Zimmern eingebaute Radios und ein halbes Dutzend eingestellter Sender zur Auswahl. Und wir können die Radios für Durchsagen nutzen. Derrick hat sein Apparat nie an, aber einmal stimmte irgendetwas nicht damit. Das Radio schaltete sich ein und ließ sich nicht mehr abstellen. Da drehte Derek durch. Er zerschlug alles im Zimmer und stürzte sich auf die Pfleger. Wir mussten ihn sedieren und er weigerte sich in sein Zimmer zurückzugehen, bis wir den Radioapparat entfernt hatten. Tony lächelte kurz. Interessant, sagte er. Was wissen wir über ihn aus der Zeit vor den Morden? Tony beobachtete, wie hart die Augen bewegte, was ihm anzeigte, dass er sich tatsächlich an etwas erinnerte und ihm keine Lügen auftischte. Nicht viel, sagte Hart nach kurzem Schweigen. Borderline-Syndrom. In dem Bericht seines Hausarztes stand, er sei sehr beeinflussbar, bemüht zu gefallen, leicht zwanghaft, aber nichts, was behandelt werden müsste. Hart schob seinen Stuhl zurück. Wollen Sie Derek kennenlernen? Ich wäre dankbar, wenn Sie es einrichten könnten. Es wäre gut, wenn ich mit ihm in seinem Zimmer sprechen könnte. Ich möchte, dass er das Gefühl hat, ein gewisses Maß an Kontrolle zu haben. Und sie sagten ja selbst, dass er nicht gewalttätig ist. Tony sah, dass Hart seine Argumente überdachte. Sie werden ihre Zeit verschwenden, das sollten sie wissen. Seit dem Tag seiner Ankunft hat er mit keinem einzigen der ärztlichen Mitarbeiter gesprochen. Tony wandte den Blick nicht von Derek Tyler ab, während Hart sich geschäftig entfernte. Er sagte leise vor sich hin, Du magst die Stimme, nicht wahr, Derek? Du hörst ihr gern zu. Du willst nicht, dass sie durch irgendetwas gestört wird. Was muss ich also tun, damit du meine hören möchtest? Als Carol drei Stunden, nachdem sie erschöpft ins Bett gefallen war, schon wieder aufstehen musste, hatte sie den Schlafmangel als Ursache für ihr Befinden angesehen. Aber im Lauf des Morgens wurde ihr klar, dass sie eigentlich einen Kater hatte. Sie fühlte sich als zerteile jemand, der auf die Glühbirnen mehrere hundert Watt Griller eingestellt hatte, ihr Gehirn mit einem feinen Draht. Sie nahm einen Schluck Wasser aus ihrer Flasche und ließ den Blick über ihr Team schweifen. Alle sahen frischer aus, als sie selbst sich fühlte. Sie verließ ihr Büro und stellte sich vor die Tafel, an der schon Fotos von der lebenden und der toten Sandy hingen. Guten Morgen, sagte Carol und versuchte, die ihr fehlende Energie wenigstens vorzutäuschen. Sandy Forster ist irgendwann zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens gestorben. Das heißt, sie wurde wahrscheinlich zwischen 10 Uhr Montagnacht und 4 Uhr Dienstagfrüh angegriffen. Da sie normalerweise um 22 Uhr Feierabend machte, können wir annehmen, dass sie schon davor in Gesellschaft des Mörders war. Nach Dr. Vernons Erkenntnissen ist sie verblutet und es dürfte mindestens eine Stunde gedauert haben, bis sie tot war. Dr. Tony Hill, der mit uns an diesem Fall arbeiten wird, glaubt, dass der Mörder wahrscheinlich bei ihr war, während sie verblutete. Wir suchen also jemanden, der nicht nachweisen kann, wo er in diesen zwei oder drei Stunden war. Sie wandte sich der Tafel zu und schrieb die entsprechende Zeit auf. Vorläufige gerichtsmedizinische Untersuchungen deuten darauf hin, dass wir von dieser Seite nicht viel zu erwarten haben. Viele Fingerabdrücke, aber keine auf den Handschellen oder dem Bettgestell. Sie sind abgewischt worden. Spermaspuren haben wir nicht entdeckt. Carol stützte sich auf den Schreibtisch und zwang sich, ihre Gedanken zu ordnen. Ich weiß, dass ihr alle die Ähnlichkeiten zwischen diesem Fall und einer Serie von Morden kennt, die sich vor zwei Jahren ereignete. Es weist jedoch nichts darauf hin, dass Derek Tylers Verurteilung inkorrekt war. Ich habe die Akten gelesen und auch ohne Schuldbekenntnis wäre dieser Fall dermaßen sonnenklar gewesen, wie es selten vorkommt. Selbst wenn wir dies als einzelnen Fall behandeln, sollten wir uns doch der Möglichkeit bewusst sein, dass Derek Tyler vor zwei Jahren einen Sympathisanten gehabt haben könnte. Einen kranken Kerl, der es als seine Aufgabe ansieht, Dereks Taten zu imitieren. Wir alle wissen, dass dies wegen der Ähnlichkeit mit der früheren Mordserie kein einfacher Mordfall ist. Aber ich möchte nicht, dass diese Ansicht nach draußen dringt. Niemand spricht mit der Presse. Also, was haben wir bis jetzt? Nicht viel, dachte Carol deprimiert, als sie sich die wichtigsten Teilergebnisse anhörte, die ihr Team gesammelt hatte. Niemand hatte ausgesagt, Sandy nach neun Uhr mit einem Freier gesehen zu haben. Sandys verwirrte Mutter wusste nichts über konkrete Einzelheiten des Doppellebens ihrer Tochter. Es war ein stillschweigendes Übereinkommen in der Familie gewesen, dass man nicht darüber sprach, wie Sandy ihre aller Unterhalt verdiente. Der einzige Hinweis, den sie hatten, war, dass Sandy gesehen wurde, als sie gegen halb neun in einen schwarzen Geländewagen stieg. Eine aussagewillige Prostituierte hatte die letzten drei Ziffern des Kennzeichens im Gedächtnis behalten und ihnen mitgeteilt. Tony klopfte an die angelehnte Tür und wartete. Stille. Ist doch ein Versuch wert, dachte er, war aber nicht überrascht, dass diese Taktik ihn nicht weiterbrachte. Also steckte er den Kopf ins Zimmer. Derek Teiler saß auf seinem Bett, die Knie angezogen, die Arme um die Beine gelegt. Darf ich reinkommen? fragte Tony. Teiler verharte regungslos. Ich nehme an, das heißt ja. Tony trat in das kleine Zimmer, den Blick auf Tyler gerichtet. Ich setze mich, ja? fuhr Tony fort und ging auf den einzelnen Holzstuhl zu, der unter einen leeren Tisch geschoben war. Er zog den Stuhl heraus und drehte ihn um, damit er schräg zu Tylers stand. Bewusst nahm er eine entspannte Haltung ein, offen und ohne jede Bedrohung. Tyler wandte den Kopf ab, damit Tony außerhalb seines Gesichtsfeldes saß. Tony erhaschte einen kurzen Blick auf ein grobknochiges Gesicht mit tiefliegenden, hellen Augen. Er hatte das Gefühl, dass Tyler sehr wohl in der Lage wäre, zu kommunizieren, dies aber absichtlich vermied. Mein Name ist Tony Hill, sagte er. Ich bin hier angestellt, aber ich arbeite auch mit der Polizei zusammen und deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen. Er wartete und betrachtete das karge Zimmer, das einer Mönchszelle glich. Nach einigen langen Minuten fand Tony es sei an der Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Ich kann verstehen, weshalb sie vielleicht nicht darüber sprechen möchten. Wer könnte wohl nachvollziehen, wie es war, die Dinge zu tun, die sie getan haben. Tyler machte eine leichte Bewegung, aber sein knochiges Gesicht blieb weiter entschieden abgewandt. Tony sprach leise mit warmer, einfühlsamer Stimme weiter. Aber das ist nicht das Hauptproblem, oder? Die Sache ist doch, wenn sie etwas sagen, wollen alle nur auf sie einreden. Und dann können sie die Stimme nicht hören, nicht wahr, Derek? Tylers Kopf drehte sich einen Moment mit erstauntem Gesichtsausdruck zu ihm herum. Sie ist immer noch da, oder? sagte er. Dann wartete er gut zwei Minuten, bevor er weitersprach. Wenn ich den Mund halte, können sie sie hören, oder? Keine weitere Reaktion von Tyler. Aber dieser eine Blick hatte Tony gezeigt, dass er auf der richtigen Fährte war. Die Stimme kann ihn aber nur etwas über Dinge von früher sagen. Sie kann ihnen nicht erzählen, was jetzt da draußen passiert. Dazu müssen sie sich auf mich verlassen. Wissen sie, warum das so ist? Wissen sie, warum sie so wenig zu sagen hat? Es ist deshalb, weil ihre Stimme jetzt mit jemand anderem spricht. Tylers ganzer Körper fuhr herum und wandte sich Tony zu. Er war jetzt ganz aufmerksam. Seine graublauen Augen lagen halb verdeckt unter den dicken Augenbrauen. Tony breitete versöhnlich die Arme aus. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Sie sind hier eingesperrt und können nichts mehr machen. Der Grund, weshalb ich gekommen bin, ist, dass jetzt ein anderer genau das tut, was Sie getan haben, Derek. Und das muss so sein, weil die Stimme nicht mehr mit Ihnen spricht. Sie spricht jetzt mit ihm. Zorn flackerte in Tylers Augen auf. Seine Hände verkrampften sich und auf seinen dünnen Arm zeichneten sich die Venen wie Schnüre ab. Tony fragte sich, ob Aiden Hart's Mitarbeiter bei Tyler jemals eine derart gespannte, unterdrückte Gewalttätigkeit geweckt hatten. Das ist keine Erfindung von mir, Derek, sagte Tony überlegt und sachlich. Die Stimme hat sie wegen eines anderen verlassen. Sie haben nur noch die Erinnerung. Plötzlich sprang Tyler auf und ging an Tony vorbei auf die Tür zu. Er drückte auf den Signalknopf an der Wand und schlug obendrein mit der Faust an die Tür. Tony sprach weiter, als sei nichts geschehen. Ich habe recht, nicht wahr? Die Stimme ist nicht mehr Ihre Stimme. Sie können also ruhig reden. Ein Pfleger in weißer Uniform erschien im Flur. Tony sah, dass Aiden Hart hinter ihm stand. Tyler wartete demütig an der Tür. Was ist passiert? fragte der Pfleger. Tony lächelte. Ich glaube, Derek möchte gehen und über das nachdenken, was ich ihm gesagt habe. Stimmt's, Derek? Mit Ihnen ist alles in Ordnung, Doc, oder? Ja, alles klar. Gut in Form und gut bei Stimme. Der Pfleger blickte von Tony zu Tyler und wieder zurück und begriff nicht, was da vor sich ging. Also dann kommen Sie, Derek, wir bringen Sie in den Tagesraum runter. Der Pfleger fasste Tyler leicht am Arm. An der Tür drehte sich Tyler um und klang ganz heiser, weil er schon so lange nicht mehr gesprochen hatte. Sie sind nicht die Stimme. Sie könnten nie die Stimme sein. Aiden Hart fiel die Kinnlade herunter. Sprachlos verfolgte er wie Tyler mit hocherhobenem Kopf die schmalen Schultern gestrafft den Flur entlang ging. Tony erhob sich und stellte den Stuhl zurück. Naja, das ist ein Anfang, sagte er gut gelaunt und schritt in flottem Tempo an seinem neuen Chef vorbei. Stans Café stand in keinem von Bradfields Touristenführern. Fett Bobby, dem Besitzer, war es egal, wer auf den aufgeplatzten, klebrigen Plastikpolstern saß, wenn sie nur Essen, Getränke und Zigaretten von ihm kauften. An diesem Morgen war ein halbes Dutzend Tische besetzt. Zwei junge Männer asiatischer Herkunft saßen vor ihren Eiern mit Toast. Eine samtbezogene Leiste mit geklauten Uhren lag halb verdeckt zwischen ihnen. Offensichtlich waren sie Brüder, denn sie hatten die gleichen angespannten, scharfen Gesichtszüge, die gleichen schlaffen, mit Tomatensauce beschmierten Münder. Ein schlagsiger Junge hing am Spielautomaten herum und starrte stirnrunzelnd auf die sich drehenden und stoppenden Räder, die ein klobiger Typ mit dem typischen Aussehen der dunkelhaarigen Iren mit seinen Münzen in Bewegung setzte. Warum machst du es immer wieder, wenn du doch nicht gewinnst? fragte der Junge. Wenn ich es nicht mache, gewinne ich erst recht nicht, oder? knurrte der Spieler. Die Smart saß zusammengesunken, den Rücken zur Tür, mit einer Zigarette in der Hand an einem Ecktisch in der Nähe der Toiletten. Sie starrte in eine Tasse mit grauem Kaffee und sah elend aus. Ein trottelhafter Bursche mit halboffenem Mund kam aus den Toiletten und sah sie. Er ließ sich auf dem Platz ihr gegenüber nieder. »Bist du traurig wegen Sandy, die?« fragte er. Er hatte einen Sprachfehler, sodass alles, was er sagte, langsam und schleppend klang. Die zog an ihrer Zigarette und seufzte. Jason Duffy war nicht gerade das, was sie jetzt brauchte. Er tätschelte ihr ungeschickt die Hand. »Brauchst du was, damit's nicht so weh tut?« »Das ist jetzt im Moment keine gute Idee, Jason. Ich warte auf die Bullen,« sagte die müde. »Außerdem weißt du doch, dass ich nichts von dir kaufe.« Jasons Gesicht zuckte vor Nervosität und Angst. Er rutschte schnell von seinem Platz und fiel vor Hast fast über seine eigenen Füße. »Bis bald, dann.« Ohne einen Blick zurück strebte er zur Tür. Der Junge beim Spielautomaten gab seinen Platz auf und latschte zur Theke hinüber, um sich einen Tee zu bestellen. Die Tür wurde von außen aufgestoßen und Jason Duffy wäre fast mit Carol Jordan zusammengestoßen. Aber Carol wich ihm aus und kam herein, wobei ihr Magen gegen die miefige, verrauchte Luft rebellierte. Altes Fett von gebratenem Speck und Essig taten sich zu einem üblen Gemisch zusammen, das sie ihre Unmäßigkeit am gestrigen Abend erneut bereuen ließ. Jen folgte ihr und suchte mit den Augen sogleich den Raum nach Dee Smart ab. »Da drüben!« Sie wies mit dem Kopf auf Dee. »Ne Cola würde ihrem Magen vielleicht guttun.« Carol versuchte, ihre Überraschung zu verbergen. »Bitte?« »Sie sehen schon den ganzen Morgen blass aus. Nach einer Obduktion kommt sowas vor.« Jen wandte sich zwischen den Tischen zum Tresen durch. Carol folgte ihr und betrachtete das Lokal. Selbst wenn sie unsichtbar gewesen wäre, hätte sie kaum weniger Blicke auf sich gezogen. Jedes Mal, wenn sie jemanden anschaute, rutschten die Blicke weg wie Wassertropfen auf Wachs. »Wer ist wer?« fragte sie. Jen überblickte den Raum. »Der Bursche am Automaten ist Tyrone Donlen«, erklaut Autos. Als hätte er sie gehört, warf Donlen einen Blick über die Schulter und ging direkt auf die Toilettentüren zu. »Die beiden Asiaten sind Tarek und Samir Iqbal. Uhren, Raubkopien, solche Sachen.« »Die Iqbal-Brüder verloren plötzlich jedes Interesse an ihren Eiern auf Toast, packten ihren Uhrenbestand zusammen und verschwanden schleunigst. »Was ist mit dem Jungen, der mich fast umgerannt hätte, als wir hereinkamen?« »Jason Duffy, Dealer, kleine Mengen Heroin und Amphetamine. Bisschen unterbelichtet, der Jason. Er ist berühmt dafür, dass seine Mutter die erste Person war, die verhaftet wurde, weil sie mit Crack dealte. Sie wies auf den schlagsigen Jungen hin, dessen Kopf immer wieder zur Seite zuckte. »Das ist auch einer von der Sorte. Carl McKenzie. Er verkauft hauptsächlich an die Straßenmädchen. Bietet eine größere Palette an als Jason, ist aber nicht viel cleverer.« Carol nickte. Sie ging gemächlich auf Dee zu und setzte sich ihr gegenüber. Dee hob den Kopf und warf ihr einen berechnenden Blick zu. Carol betrachtete ihr mit Henna gefärbtes, strähniges Haar und die müden, misstrauischen Augen. »Wer sind Sie?« fragte sie. »Hi, Dee,« sagte sie. »Tut mir leid, dass ich gestern keine Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen. Ich bin Detective Chief Inspector Jordan, Carol Jordan.« Carol lächelte und streckte ihr die Hand hin. Offensichtlich verblüfft nahm Dee ihre Zigarette in die andere Hand und begrüßte sie mit einem Händeschütteln. »Es tut mir leid wegen Sandy,« sagte Carol. »Aber bestimmt nicht halb so leid wie mir. Natürlich, sie war nicht meine Freundin. Aber ich möchte, dass Sie wissen, ich werde denjenigen, der sie umgebracht hat, genauso unnachgiebig verfolgen, als wenn sie es gewesen wäre.« Carols aufrichtiger Tonfall schien Dee's Panzer von Abgebrütheit zu durchdringen. »Das hat der andere Typ auch gesagt, dass Sie die Sache ernst nehmen würden.« Sie klang überrascht. Jen kam mit einer Dose Cola in jeder Hand an den Tisch, stellte die Getränke ab und ließ sich auf einen Stuhl fallen, der im rechten Winkel zu den beiden Frauen stand. »Die, das ist,« fing Carol an. »Ich weiß, wer das ist,« sagte Dee. Ihre Haltung war jetzt wieder so aufmüpfig wie zuvor. »Hi, Dee, wie geht's?« fragte Jen. »Na, was meinen Sie wohl?« Sie rückte von Jen ab. Carol riss die Lasche an ihrer Cola-Dose auf und nahm einen Schluck. Zucker, Koffein und die Kohlensäurebläschen taten ihr gut und erfrischten sie sofort. »Wir brauchen wirklich ihre Hilfe.« Dee seufzte. »Hören Sie, wie ich schon gesagt habe, als Sie anriefen. Ich hab dem Typ gestern Abend alles gesagt, was ich weiß.« Jen schüttelte den Kopf. »Es gibt immer noch was, Dee. Das wissen wir doch alle. Dinge, die Sie für unwichtig halten oder solche, die Sie für zu wichtig halten. Von wem hat sie ihren Stoff gekauft?« Dee schien von Panik ergriffen. Ihr Blick schweifte zum Tresen, an dem Carl McKenzie mit einem Becher in der Hand gelehnt stand und mit dem Mädchen an der Bar sprach. »Weiß ich nicht«, murmelte sie. »Natürlich wissen Sie das.« Jen folgte Dee's Blick so schnell, dass sie bemerkte, wie Carl auf die Tür zuging und nervös in ihre Richtung schaute. »Sandy hat sich bei Carl eingedeckt, stimmt's?« Dee lachte verächtlich. »Sandy war doch nicht asozial. Ich weiß nicht, von wem sie kaufte, aber jedenfalls nicht von Carl, okay? Lass ihn in Ruhe, er ist harmlos. »Weil er sie bedient, was?« bemerkte Jen missmutig. »Sie können mich mal. Also vielleicht hat sie hier und da etwas von Jason Duffy genommen, aber mehr weiß ich nicht.« »Hatte sie einen Zuhälter?« fragte Carol. Die schüttelte den Kopf. »Es gibt weniger Schlepper in Templefields, als man annehmen würde. Dafür hat ihre Truppe gesorgt,« sagte sie und wies mit dem Daumen auf Jen. »Wir haben vor einiger Zeit eine Menge Zuhälter von hier vertrieben,« sagte Jen zu Carol. »Wir wären verdammt dankbar gewesen, wenn ihr nicht auch gleich noch die Kunden von den Straßen vergrault hättet,« beklagte sich Dee bitter. Carol spürte, dass die Verbindung abriss, die sie zu Dee hatte aufbauen können. Dee schob ihren Stuhl zurück. Carol versuchte es noch ein letztes Mal. »Wenn sie sich noch an irgendetwas erinnern, egal wie nebensächlich es ihnen vorkommt. Es könnte trotzdem wichtig für unsere Ermittlungen sein, Dee. Wir sind doch da, um zu helfen.« Dee lachte laut. »Ja, aber im Café sitzen und mit den Bullen gesehen werden, das hilft mir nicht, mein Geld zu verdienen.« Sie nahm ihre knappe Jeansjacke von der Stuhllehne und stellste davon. Carol sah ihr frustriert und verwirrt nach. »Gestern Abend bei Kevin war sie viel entgegenkommender,« sagte sie. Sie kam mir nervös vor, wegen Carl McKenzie. Jen schien sich zu langweilen. »Sie kauft von ihm. Sie will nicht, dass wir ihn von der Straße nehmen. Er ist harmlos. Psychisch etwa auf dem Stand eines Zehnjährigen. Die Mädchen behandeln ihn wie ihr Schoßhündchen. Vielleicht könnten sie mal mit ihm reden. Und genauso mit Jason Duffy.« Carol wusste, dass sie sich an einen Strohhalm klammerte. Wenn man bei den Ermittlungen nicht frühzeitig auf deutliche Spuren traf, war man immer versucht, das zu tun. Sie fing bereits an, in Bezug auf Sandy Fosters Ermordung kein gutes Gefühl zu haben. Alle Merkmale eines Falles, der nicht recht vorankam, waren bereits sichtbar. Wenn sie nicht bald auf einen glücklichen Zufall stießen, würden die Hoffnungsträger in Carols Gruppe sich in Sündenböcke verwandeln. Und mit so etwas, glaubte sie, konnte sie im Moment nicht fertig werden. Er ist das Stadtgespräch. Vorne auf der Abendzeitung. Er kann nicht gut lesen, aber die Schlagzeilen schafft er. Er hatte nicht erwartet, dass es so sein würde, nicht bei einer Hure wie Sandy. Er ist stolz darauf und kann sich nicht erinnern, sich je so gut gefühlt zu haben. Die Stimme ist auch stolz auf ihn. Er weiß das, denn als er gestern Abend in sein Zimmer zurückkam, war die Belohnung da. Ein kleines Päckchen lag auf seinem Fernseher mit Videogerät. Es war in schönes, glänzendes Papier mit Holografiemotiven eingeschlagen und mit einem breiten, goldenen Band verschnürt. Es war so schön, dass er sich fast scheute, es aufzumachen. Das Päckchen enthielt tatsächlich die Belohnung, die er erwartet hatte. Eine Videokassette. Mit feuchten Händen schob er sie ins Videogerät und nahm die Fernbedienung in die Hand, um den Fernseher anzuschalten. Und da war er in seiner ganzen Herrlichkeit. Sein erster Auftrag, seine erste Läuterung. Drei Wochen später. Carol betrachtete die Kartons und aller Mut wollte sie verlassen. Damals hatte sie es für eine gute Idee gehalten, Möbel übers Internet zu bestellen. Aber jetzt sah sie sich zwei Dutzend flacher Kartons gegenüber und ahnte, dass ein langer Abend mit abgebrochenen Fingernägeln bevorstand. Trotzdem würde sich die Mühe lohnen, sagte sie sich. Die Handwerker hatten gute Arbeit geleistet und aus den Kellerräumen eine schöne Wohnung gemacht. Carol zog den Korken aus einer Flasche Vigeonier, schüttete etwas in ein Glas und ließ den kühlen, frischen Wein genüsslich durch die Kehle rinnen. Sie wusste, dass sie sich zu sehr auf Trost durch den Wein verließ. Sie füllte nach und machte sich an die Arbeit. Carol mühte sich ab, die Latten des Bettrosts einzupassen, als es an ihrer Tür klingelte. Sie lächelte. Es war wichtig, gleich zu Anfang die grundlegenden Regeln abzuklären. Tony stand am Fuß der Treppe und hielt eine Flasche Sekt in der Hand. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Carol legte ihm eine Hand auf die Schulter und küsste ihn auf die Wange. Seit Monaten waren sie sich nicht näher gekommen als in diesem Moment und der vertraute Duft seiner Haut löste bei ihr eine Kettenreaktion verwirrter Gefühle aus. Danke, sagte sie leise. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Tony klopfte ihr unbeholfen auf den Rücken. Du tust mir einen Gefallen. Wenn du hier in unmittelbarer Nähe bist, wird mich das vielleicht davor bewahren, ein exzentrischer Einsiedler zu werden. Carol lachte und wich etwas zurück, denn seine Nähe machte sie unsicher. Da würde ich aber keine Wette eingehen. Er sah sich um und betrachtete die Kartons, die an der Wand lehnten. Also, fangen wir an, sagte er und krempelte die Ärmel seines Sweatshirts hoch. Zwei Stunden später hatten sie die Schlafzimmermöbel, zwei Bücherregale und drei der Esszimmerstühle zusammengebaut. Sie hielten je ein Glas Sekt in den steifen, lädierten Händen. Ich sage mir nur, dass es das alles wert sein wird, wenn ich nur wieder eine eigene Wohnung habe. Michael ist ja sehr lieb, aber es ist zermürbend, nach der Arbeit nach Hause zu kommen und mir Lucys Meinung über die Inkompetenz, Dummheit und Sturheit der Polizei anzuhören. Im Moment nicht gerade das Richtige für dich, stimmte Toni zu. Schon gar nicht, wenn man das Gefühl hat, sie könnte Recht haben. Ich mache morgen früh, drei Wochen nach der Ermordung Sandy Fosters, eine Bestandsaufnahme und die ist ein Albtraum. Was haben wir nach all der Plackerei vorzuweisen? Ein paar Spuren, die nicht weiterführen und absolut keine einzige neue Idee. Carol schlug die Beine übereinander und verschränkte die Arme vor der Brust. Wir haben Jason Duffy befragt, den Jungen, von dem sie ihren Stoff kaufte. Er behauptet, er hätte sie schon zwei Tage lang nicht gesehen und es gibt nichts, was darauf hinweist, dass er an dem Abend mit ihr Kontakt hatte. Wir haben die Marke eines Geländewagens, in den Sandy früher an dem Abend einstieg, aber der Freier hat von neun an ein unwiderlegbares Alibi. Carol hätte Toni gern gesagt, dass der besagte Freier sein neuer Chef, Aiden Hart, war. Da er einer der wenigen Menschen war, dem alle Einzelheiten von Tylers Taten zur Verfügung standen, hatte Carol einen Moment lang geglaubt, sie hätte den Mörder im Visier. Aber sein Alibi wurde bestätigt. Während Sandy Foster den teuflischen Angriff erleiden musste, der sie umbrachte, saß Aiden Hart mit einem höheren Beamten und einem Parlamentsabgeordneten in einem teuren Restaurant bei einem späten Abendessen. Laut Sam Evans, der den Klinikchef von Bradfield Moore vernommen hatte, machte dieser sich vor Schreck fast in die Hose, als ihm klar wurde, dass die Frau, von der er sich einen hatte blasen lassen, das Opfer war, für dessen Mörder Toni Hill ein Profil erstellte. Aber Carol wusste, dass diese Sache absolut vertraulich war und nicht weitergegeben werden durfte. Ich habe die Originalfälle studiert, Toni. Es kann keinen Zweifel an Derek Tylers Schuld geben. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass er mit jemandem zusammenarbeitete. Toni lehnte sich an die Wand. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Es gibt keine praktikable Theorie, die nicht all dem vollkommen widerspricht, was ich über die Psychologie von Sexualmorden weiß. Es geht um die Demonstration von absoluter Macht. Und ein Teil davon besteht darin, uns zu manipulieren, unsere Reaktionen und den ganzen Ablauf, den er sich ausgedacht hat, zu steuern. Plötzlich versank er in Gedanken und hörte auf zu reden. Carol war klar, dass sie ihn jetzt nicht unterbrechen sollte. An diesem Profil hat mich die ganze Zeit schon etwas gestört, sagte er schließlich und fing an, im Zimmer auf- und abzugehen. Wenn Sandy Forsters Vergewaltiger sie nicht ermordet hätte, wäre er ein typisches Beispiel für Machtdemonstrationen. Er plant alles und benutzt Fesseln, weil das seine Sicherheit erhöht. Er schnitt nur so viel von ihrer Kleidung weg, dass er das tun konnte, was er wollte. Das ist seine Art des Vorspiels. Es gibt keine Anzeichen, dass er sich etwas als Andenken mitgenommen hat, obwohl ich den Verdacht habe, dass er seine Aktionen auf Video aufgenommen hat. Soweit ist alles typisch. Aber dann bringt er sie um. Und das fällt bei Vergewaltigern, die ihre Macht bestätigt sehen wollen, völlig aus dem Rahmen. Alles, was wir über diesen Tätertyp wissen, weist darauf hin, dass sie nur so viel Gewalt anwenden, wie sie für ihr Ziel brauchen. Sie sind im Großen und Ganzen keine Sadisten. Das ist das erste Problem. Das zweite ist viel wesentlicher für uns. Er hielt bei seinem rastlosen Hin- und Hergehen inne und füllte sein Glas. Der Vergewaltiger, der seine Macht demonstriert, hat ein starkes Ego. Er ist sich seiner Männlichkeit sicher. Er bewegt sich in einer Zone, in der er sich wohlfühlt und sich zutraut, das Opfer in eine Lage zu bringen, in der er seine Macht demonstrieren kann. Er sah Carol mit seinen blauen Augen durchdringend an. Findest du, dass sich das nach Derek Tyler anhört? Carol strich ihr kurzes blondes Haar aus der Stirn. Meinst du, es würde etwas bringen, es nochmal bei Derek Tyler zu versuchen? Tony ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Wenn du willst, dass ich es nochmal probiere, tue ich es. Aber du solltest dir nichts davon versprechen. Im Moment, Tony, kann ich nur noch auf dich hoffen. Eins war gut bei Überwachung im Rotlichtbezirk. Niemand beachtete einen Mann, der allein im Auto saß. Niemand außer den Mädchen, aber sie gingen ihm aus dem Weg, nachdem er der Ersten, die sich ihm näherte, seinen Ausweis gezeigt hatte. Sam Evans hatte betont, er habe kein Interesse an ihn und danach ließen sie ihn in Ruhe. Aiden Hart's Alibi mochte Carol Jordan genügen, aber bei der Befragung des Psychologen hatte er gespürt, dass der Mann etwas zu verbergen hatte. Er fragte sich, was es war und ob es zu seinem Vorteil verwendet werden konnte. Wenn es eine Möglichkeit gab, Hart einen Mordverdacht anzuhängen, dann würde es in jeder Hinsicht zu Evans Vorteil sein. Also hatte er Hart beobachtet, wann immer es ging. Seine Abende verbrachte Hart gewöhnlich in Bars und Restaurants, wo er mit Männern trank und tafelte, die wie er aussahen, wohlhabend, gepflegt und selbstzufrieden. Aber Aiden Hart's Leben hatte noch eine andere Seite. An den Abenden, an denen er nicht mit der Förderung seiner Karriere und mit Männerfreundschaften beschäftigt war, gabelte er Frauen auf, mit denen er Sex hatte. Der Schock, der ihn ergriff, als Evans ihn vernahm, war offenbar nicht groß genug gewesen, um seinen Appetit zum Versiegen zu bringen. Er hatte lediglich dazu geführt, dass er ihn woanders stillte. Statt in Temple Fields auf Jagd zu gehen, hatte Hart sein Revier etwas weiter weg, nach Manningham Lane in Bradford, Welley Range in Manchester und jetzt Chapel Town in Leeds verlegt. Soweit Sam herausbekommen hatte, nahm er sich Frauen, die eine Wohnung hatten, statt sie zu einer Nummer in seinem glänzenden, schwarzen Geländewagen einzuladen. Dass Hart anscheinend süchtig nach Sex mit Prostituierten war, störte Evans nicht in moralischer Hinsicht. Er hatte im Laufe der Jahre selbst mit einigen geschlafen. Doch er fragte sich, was wohl in Hart's Kopf vorging und konnte jedenfalls Munition sammeln, die er vielleicht einmal gut gebrauchen konnte. Hart entwickelte sich langsam und vielversprechend zu einem Verdächtigen, selbst wenn Carol Jordan ihn schon abgeschrieben hatte. Evans war entschlossen, seine Zuteilung zur Elite-Truppe als den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter zu nutzen. Er betrachtet die vor ihm ausgebreiteten Gerätschaften für das, was sein Handwerk geworden ist. Die Handfesseln, die Fußfesseln, den Lederknebel, den biegsamen Gummidildo, die Rasierklingen, die Latex-Handschuhe, die Kameras, den Laptop, das Mobiltelefon. Jetzt muss er nur noch die Rasierklingen am Dildo anbringen und ihn dann in Küchenkrepp einschlagen, damit er sich nicht die Finger zerschneidet. Er drückt Play auf seinem Minidiscplayer und die Stimme hüllt ihn ein und lässt alles noch einmal Revue passieren. Er braucht keine Erinnerung an das, was getan werden muss. Er weiß es auswendig. Aber er hört gern zu. Niemand hat ihm jemals ein so gutes Gefühl gegeben und seine Gegenleistung scheint ein sehr kleiner Preis für etwas, das er so richtig findet. Die Stimme sagt ihm, wen er auswählen soll, macht es ihm leicht. Nichts ist dem Zufall überlassen. Heute Abend wird er die nächste in der Nähe des beschissenen Hotels finden, um die Ecke, gleich bei der Bellwether Street, wo es für solche Frauen wie sie stundenweise Zimmer zu mieten gibt. Es wird sie sehr wahrscheinlich amüsieren, wenn er ihr sagt, was er von ihr will. Die Frauen erwarten nichts von ihm, außer, dass er immer guten Stoff hat. Er ist einfach da, gehört zur Umgebung. ist es gar nicht wert, dass man ihm Aufmerksamkeit schenkt. Aber heute Abend wird sie aufmerksam sein. Es wird das letzte bisschen Aufmerksamkeit sein, das sie überhaupt für jemanden haben kann. An diesem Abend fuhr Tony, ohne auf seine Umgebung zu achten, wie mit Autopilot von Bradfield Moore zu seinem neuen Haus. Er dachte an seine eigenen Schwierigkeiten mit privaten Beziehungen jeder Art. Die Impotenz, die ihn fast sein ganzes Erwachsenenleben geplagt hatte. Die Unfähigkeit, seine Gefühle für Carol in irgendeine praktikable Form zu bringen. All diese Dinge waren Zeichen für seine Nähe zu den gestörten Persönlichkeiten, um die er sich in seiner Rolle als behandelnder Arzt kümmerte. Wenigstens wusste er, dass er das mit einiger Kompetenz zu tun in der Lage war. Sein Einfühlungsvermögen für ihre Störungen ermöglichte es ihm, brauchbare Programme für ihre Behandlung auszutüfteln. Wenn ihn manchmal ein unangenehmes Gefühl der Komplizenschaft mit ihnen beschlich, war das ein erträglicher Nebeneffekt. Aber mit seinen Schuldgefühlen gegenüber Carol konnte er sich nicht aussöhnen. Im Moment schien ihm, die beste Art, sie bei der Genesung zu unterstützen, sei, ihr bei der Arbeit zu helfen. Der Schlüssel dazu war Derek Tyler. Oh Derek, du sehnst dich so nach Stille, weil du dann immer noch die Stimme hörst, sagte er laut und setzte damit eine Unterhaltung mit sich selbst fort, die er führte, seit er die Anstalt verlassen hatte. Was tut die Stimme? Er wartete, dachte nach und horchte auf sein Gefühl, bevor er antwortete. Sie beruhigt dich. Sie sagt dir, dass das, was du getan hast, gut war. Wenn du die Stimme nicht hören könntest, müsstest du vielleicht in Betracht ziehen, dass das, was du getan hast, schlecht war. Also musst du die Stimme hören. Du sprichst nicht, weil auf diese Weise niemand mit dir spricht. Wer ist sie also, die Stimme? Er bug von der größeren Straße in eine Seitenstraße ab. Erst als er keinen Parkplatz finden konnte, merkte er, dass er zu dem falschen Haus gekommen war. Er war in der Straße, wo er gewohnt hatte, als er zuvor in Bradfield arbeitete. Sein Autopilot hatte ihn zu einem ganz anderen Stadtteil fahren lassen. Jackie Mayall kam in die Hotelhalle. Es war keine besonders schöne Rezeption, kaum mehr als ein großes Zimmer. Sie beugte sich über den Tresen und streckte sich nach einem Schlüssel. Ich bin's, Jackie, rief sie, um die gedämpften, hektischen Geräusche von Sky Sport zu übertönen, die aus einem Zimmer links von dem schmutzigen Resopalt Tisch kam. Ich hab die 24 genommen. Alles klar, das war dann zehn nach sechs, antwortete eine Stimme. Sie ging auf die schmale Treppe mit dem abgewetzten Teppich zu, die zu dem Zimmer im zweiten Stock hinaufführte, das sie nur allzu gut kannte. Sie schloss auf und versuchte ihre Umgebung nicht wahrzunehmen. Das Zimmer war so wenig einladend für Sex, wie man sich nur vorstellen konnte. Eine abgenutzte Decke aus blauem Frottier Plüsch lag auf dem durchhängenden Bett. Das billige Furnier der Frisierkommode war zerkratzt und blätterte ab. Ein Stuhl mit hoher Lehne stand neben einem schmutzigen Waschbecken. Ein zögerndes Klopfen. Sie riss heftig an der Tür, die immer klemmte und musterte ihn von oben bis unten mit hämischem und amüsiertem Blick. Na, dann komm, die Uhr läuft schon, sagte sie, drehte ihm den Rücken zu und ging schnurstracks aufs Bett zu. Sobald Toni eingetreten war, wählte er Carols Nummer. Wer ist die Stimme, Derek? fragte er geistesabwesend, während er auf das Klingeln horchte. Carol Jordan, sagte sie unvermittelt. Wer ist die Stimme, Carol? fragte er ohne Einleitung. Es macht keinen Sinn. Keine der gewöhnlichen Stimmen passt. Nett mit dir zu reden, Toni, sagte sie müde und etwas sarkastisch. Die Sache mit den Stimmen ist so ähnlich wie die Rückkehr in ein früheres Leben. Wie bitte? Wenn Leute in ein früheres Leben zurückkehren, sind sie nie Stalljunge oder Müllers Bursche gewesen. Sie waren immer Kleopatra oder Heinrich der Achte. Mit Menschen, die Stimmen hören, ist es genauso. Sie hören nicht den Milchmann oder die Frau, die jeden Morgen hinter ihnen im Bus sitzt. Sie hören die Jungfrau Maria oder John Lennon oder Jack the Ripper. Naja, man kann sich schwer vorstellen, dass der durchschnittliche Milchmann detaillierte Anweisungen für Sexualmorde gibt, sagte Carol trocken. Toni schwieg einen Moment, er grinste. Du meinst also, es ist wahrscheinlicher, dass die Jungfrau Maria hinter sowas steckt? Carol kicherte. Toni durchfuhr ein Gefühl von Stolz. Er hatte etwas sehr Normales, Menschliches getan. Er hatte sie zum Lachen gebracht. Fast hatte er schon vergessen, wie gern er ihr Lachen hörte. So lange war es her. Was ich sagen wollte ist, dass es um grandiose Stimmen geht. Sie sind lebendig im Kopf der Person, die sie hört. Und sie sind dynamisch. Abhängig von den Umständen ändert sich das, was sie sagen. Man braucht nicht für Ruhe zu sorgen. Ruhe ist nicht nötig. Geräusche stören die Stimme nicht. Sie lässt sich einfach hören, wenn sie will, wann immer es passt. Naja, wenn es der Person passt, die die Stimme hört. Normalerweise ist es für die anderen Menschen nicht passend, fügte er hastig hinzu. Und du behauptest, Derek Tylers Stimme sei nicht so. Genau das will ich sagen. Es ist, als hätte er Angst, dass sie ihm abhanden kommt. Angst, dass sie sich in anderen Geräuschen verliert. Es ist, als ob er verstummte. Ich rufe dich an. Jetzt muss ich darüber nachdenken. Danke, dass du mir zugehört hast. Ihre Antwort kam nicht mehr an, weil er schon aufgelegt hatte. So etwas wie Derek Tylers Stimme war ihm noch nie begegnet. Statt mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, sollte er vielleicht das völlig Unwahrscheinliche in Betracht ziehen. Dear Kevin Matthews stand hinter dem Empfangstisch des Woolpack Hotels mit dem Notizbuch in der Hand. Hinter dem Tisch war nicht viel Platz und das bedeutete, dass er dem heruntergekommenen Individuum, das sich als Jimmy D'Souza vorstellte und am Empfang Nachtdienst hatte, unangenehm nahe kam. Trotz des Gestanks von Schweiß, Zigarettenrauch und alter Pizza, der an D'Souza hing, war Kevin der Anblick hier lieber als der oben im Zimmer 24. Ein schneller Blick hatte ihm genügt, um zu wissen, dass er mit der Befragung des Mannes, der die Leiche gefunden hatte, auf jeden Fall nicht den Schwarzen Peter gezogen hatte. D'Souza war stämmig, mit einem runden Bauch, der sich unter seinem schmutzigen weißen T-Shirt und über dem Bund der Freizeithose wölbte. Er hatte einen spitz zulaufenden Haaransatz, sein öliges schwarzes Haar war glatt zurückgekämmt und sein Mündchen über einem pummeligen Ich komme nur raus, wenn jemand klingelt. Die Leute werden gern vertraulich behandelt. Dafür zahlen sie schließlich. Pro Stunde, sagte Kevin säuerlich. Sie haben also wann genau das Zimmer 24 vermietet? D'Souza zeigte auf ein dickes Terminbuch, das offen auf dem Fach unter dem Tisch lag. Da! Zehn nach sechs! Kevin warf einen Blick darauf. Der Zeitpunkt und daneben ein Name waren in ungeschickter Schrift hingekritzelt. Die Schlampe nennt sich Jackie. Dürres Klappergestell mit blondierten Haaren. Sie ist in den meisten Nächten ein paar Mal reingekommen. Wer war dabei? Weiß ich nicht. Ich war hinten, hab Fußball geguckt. Sie hat reingerufen, dass sie den Schlüssel nimmt und ich habe nur die Zeit aufgeschrieben. Sie wollte dann beim rausgehen bezahlen. Bei den Stammkundinnen sehe ich das nicht so eng. Sie haben also nicht bemerkt, in wessen Begleitung sie war, fragte Kevin noch einmal. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt dabei war. Oft kommen die Kerle ein paar Minuten später, damit sie nicht gesehen werden. Die Mädchen sagen ihnen einfach, in welches Zimmer sie kommen sollen. Sehr praktisch, sagte Kevin bitter. Wieso sind sie dann also raufgegangen? Ihre Zeit war doch schon lange zu Ende, oder? Normalerweise ist sie in einer halben Stunde oder so wieder draußen. Wie ich sagte, sie hat dann immer bezahlt und ich ging hoch und hab die Bettwäsche gewechselt. Als das Spiel nach acht vorbei war, hing der Schlüssel am Haken. Ich war wütend, dachte, sie ist abgehauen. Also bin ich hoch, ob sie dort das Geld für mich hingelegt hat. Ich ging zu 24 und habe aufgeschlossen. Zum ersten Mal schien de Sousa nicht ganz wohl zu sein. Mensch, das Zimmer kann ich nicht so bald wieder vermieten. Kevin sah de Sousa an, als hätte er Lust, ihm eine runter zu hauen. Carol hatte nur einen einzigen Blick auf den Tatort geworfen und dann sofort Toni angerufen. Jetzt stand er am Bett, den Kopf respektvoll gesenkt. Carol kam es fast zuvor, als sähe er die Woge von Rot gar nicht, die das Leben der toten Frau weggeschwemmt hatte. Es gibt keinen Zweifel, oder? sagte sie leise zu Toni. Er sah zu ihr hoch, aber im schwachen Licht der 60-Watt-Birne unter dem staubigen Papierschirm konnte sie den Ausdruck seiner Augen nicht lesen. Nicht der geringste Zweifel. Wer immer Sandys Mörder war, hat auch sie getötet. Carol wandte sich an Jen und Paula, die auf der Schwelle standen und auf Anweisungen warteten. Wissen wir, wer sie ist? Jen nickte. Jackie Mayall, sie ist relativ neu in der Szene, Junkie, kam aber eher gut klar damit. Toni war vom Bett zurückgetreten, damit die Spurensicherung Platz hatte. Carol kam zu ihm herüber, dicht heran, aber ohne ihn zu berühren. Es sieht aus, als sei das Blut bis auf den letzten Tropfen aus ihrem Körper herausgeflossen, sagte sie. Er ist völlig außer Kontrolle. Es ist keine Frage mangelnder Kontrolle. Es ist zwar übertrieben, aber auf eine ganz bestimmte Weise. Es hat mit Macht zu tun. Der Missbrauch von Macht in seiner extremsten Form. Und er wird es wieder tun, sagte sie Daran kann kein Zweifel bestehen. Er genießt es zu sehr, um jetzt damit aufzuhören. Und ich glaube, er wird selbstbewusster. Carol verzog angewidert das Gesicht. Was meinst du damit? Erinnerst du dich, dass es mindestens eine Stunde dauerte, bis Sandy starb? Und trotzdem hat er die Frau hier in ein Zimmer gebracht, das stundenweise vermietet wird. Er ist das Risiko eingegangen, dass ihm eventuell die Zeit nicht reichen würde. Carol schüttelte den Kopf. Das wäre ja ein unheimlich großes Risiko. Es hätte für ihn doch bestimmt die Möglichkeit gesehen zu werden, um ein Vielfaches erhöht. Das auch, stimmte Tony zu. Aber er scheint eigentlich nicht risikofreudig zu sein. Es geht um die Demonstration von Macht, erinnerst du dich? Die Gefahren auf ein Minimum zu beschränken. Vielleicht hat es mehr mit seinem Selbstvertrauen zu tun. Vielleicht fühlt er sich jetzt so bestätigt, dass er weiß, er könnte sich durch einen weiteren Mord aus dem Problem herauswinden. Carol zog scharf die Luft ein. Es gefällt mir nicht, wie das klingt. Nein, mir auch nicht. Aber wir müssen es trotzdem in Betracht ziehen. Wen suche ich Tony? Was kannst du mir sagen? Er runzelte die Stirn. Er ist weiß, männlich, Mitte 20 bis Mitte 30. Er kann nicht gut mit Autorität umgehen. Er glaubt, er werde von allen unterschätzt. Wenn er eine Arbeit hat, ist er nur unregelmäßig beschäftigt. Aber ich ist besser zu wissen glaubt. Nur stimmt das nicht. Gesellschaftlich gesehen kommt er einigermaßen zurecht. Er hat keine richtig guten Freunde, aber eine Gruppe von Bekannten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er eine Beziehung mit einer Frau hat. Tony zog ein gequältes Gesicht. Und er ist impotent. Außer wenn er so etwas wie hier macht. Am nächsten Morgen war der Nebel zu einem düsteren grauen Schleier mit einem Anflug von Schwefel gelb geworden. Die Fahrzeuge krochen durch die Straßen der Stadt. Tony war voller Ungeduld, schnell zur Arbeit zu kommen. Als er nach dem hässlichen Anblick in Zimmer 24 im Woolpack Hotel nach Hause gekommen war, hatte er eine Nachricht von Aiden Hart auf seinem Anruf Beantworter vorgefunden. Als er seinen Chef zurückrief, klang dieser verwirrt und leicht ärgerlich. Derek Tyler möchte Sie sprechen, sagte er. Hat er darum gebeten? Er hat nicht seine Stimme benutzt, wenn Sie das meinen. Er schrieb auf einen Zettel Ich möchte Dr. Hill sprechen und gab ihn einem Pfleger. Sonst stand nichts drauf, aber der Pfleger dachte, das sei schon ein solcher Durchbruch, dass er mich auf meinem Mobiltelefon anrief, fuhr hart gereizt fort. Es tut mir leid, dass Sie am Abend gestört wurden, sagte Toni, strengte sich aber nicht besonders an, bedauern zu klingen. Das ist eine tolle Nachricht, danke, dass Sie mir Bescheid gesagt haben. Ich habe ein Gespräch für morgen früh um neun angesetzt, fuhr hart fort, im Besprechungszimmer mit dem Beobachtungsfenster. Ich möchte das selbst sehen. Toni ging gar nicht erst in sein Büro, sondern direkt zur Beobachtungskabine hinter dem Besprechungszimmer. Als er in den Flur trat, stieß er mit einem der Pfleger zusammen. Entschuldigung, sagte er und taumelte ein bisschen. Der Pfleger fasste ihn leicht am Ellbogen und half ihm, die Balance zu halten. Schon gut, Doc. Sie sind hier, um Tyler zu sehen, ja? Stimmt, er hat sich doch nicht anders besonnen, oder? fragte er plötzlich besorgt. Der Pfleger zuckte mit der Schulter. Wer weiß, Tyler sagt ja nichts. Ihr Chef hat sich gestern Abend an ihm versucht und nichts erreicht. Dr. Hart hat gestern Abend mit ihm gesprochen? Der Pfleger nickte. Sobald er die Nachricht bekam, war er hier und sagte Tyler, er könne uns allen doch Zeit sparen und einfach mit ihm reden, stand mit ihnen. Taktik, dachte Tony erbittert. Er will die Anerkennung dafür, Histe, mit der er seine Unschuld beteuerte und machte die Tür zum Beobachtungsraum auf. Hart war schon da und saß gemütlich auf einem Sessel, ein Bein auf das andere Knie gelegt. Na, das ist ja eine Überraschung, die man in den Kalender schreiben kann. Ich dachte, Tyler hätte sie in die Schranken gewiesen, als sie letztes Mal mit ihm sprachen. Und jetzt sieht es so aus, einfach mein Charme. Tony lächelte und ging. Er wartete kurze Zeit im Besprechungszimmer, als sich die Tür öffnete und Derek Tyler hereinkam. Er ging verkrampft und von über gebeugt, was ihn älter erscheinen ließ, als er war. Der knubbelige kahle Schädel glänzte, als er sich Tony gegen setzte, der ihm einen ermutigenden Blick zuwarf. Hallo Derek, sagte er, nett sie wieder zu sehen. Nichts. Aber wenigstens starrte ihn Tyler diesmal an und tat nicht so, als sei überhaupt niemand außer ihm selbst im Raum. Tony streckte die Beine aus, legte sie übereinander und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Es war eine Stellung, die so offen und entspannt war, wie ein harter Plastikstuhl es erlaubte. Also, worüber wollen Sie sprechen? schweigen. Gut, sagte Tony, dann fange ich an. Ich glaube, Sie sind fast so weit, dass Sie aufgeben. Sie haben Wort gehalten. Sie sind der Stimme in ihrem Kopf treu geblieben. Aber jetzt fragen sie sich, ob das einen Sinn hatte. Wie ich ihnen sagte, als wir uns schon einmal unterhalten haben, jetzt hat jemand anders ihre Aufgabe übernommen. Er ist da draußen und tut das, was blauer als sie, weil er noch nicht erwischt worden ist. Tyler blinzelte mehrmals und klimperte mit den Augendeckeln wie ein Leinwandheld. Seine Lippen öffneten sich und die Zungenspitze fuhr von einem Mundwinkel zum anderen. Aber er sagte nichts. Ich glaube, die Stimme hat sie aufgegeben. Tylers Augen wurden schmal und er rieb seine Daumen gegen die Spitze der Zeigefinger. Weil sie können diese Schlampen nicht mehr von der Straße holen. Tyler schüttelte den Kopf. Er schien frustriert. Dann machte er den Mund auf und stieß mit seiner trockenen heiseren Stimme die Worte hervor. Ich weiß, was sie vorhaben. Sie wollen mir nicht helfen. Sie wollen, dass ich ihnen helfe. Aber sie können mir die Stimme nicht nehmen. Sie gehört mir. Ich tue nur das, was sie mir befiehlt. Und solange die Stimme mir nicht sagt, ich soll mit ihnen reden, kann ich es nicht tun. Er schob seinen Stuhl nach hinten und stand plötzlich auf, ging zur Tür und klopfte, damit man ihn raus ließ. Er schaute nicht zurück. Hätte er es getan, dann hätte er gesehen, wie langsam ein Grinsen auf Tonis Gesicht erschien. Oscars war eine dieser Bars, dachte Paula, die nie etwas anderes als eine elende Spelunke sein würden. Sie sah sich nach ihrer Zielperson um. Ihre Suche auf den Straßen hatte bis jetzt nur ein einziges Ergebnis gebracht. Eine der Frauen, die in einer Sauna im Randgebiet von Temple Fields arbeitete, hatte ihr gesagt, Jackie Mayall habe manchmal eine Doppelnummer mit einer jungen Prostituierten geboten, die sich für die Arbeit auf der Straße den Namen Honey zugelegt hatte. Um diese Tageszeit finden sie sie wahrscheinlich bei Oscars. Sie können sie gar nicht übersehen. Es ist die im roten Latexkleid mit dem Bacardi Breezer, hatte die Frau gesagt und besorgt über die Schulter gesehen, ob etwa jemand gehört hatte, dass sie Informationen an eine Polizistin weitergab. Die Beschreibung passte haargenau auf ein Mädchen, das am Ecktisch saß und aus der Flasche trank. Ihr dunkles Haar hatte magentarote Strähnen, ein Farbton, den Paulas Freundinnen einmal, als das Haarefärben gründlich schiefgegangen war, als Nuttenrot bezeichnet hatten. Paula gab es einen Stich ins Herz, als sie sah, wie jung Honey offensichtlich noch war. Sie schien kaum alt genug, um legalerweise das kaufen zu dürfen, was sie trank, das stand fest. Paula ging zur Bar, wo ein halbes Dutzend frühe Mittagsgäste verdrießlich vor ihrem bier hockten. Sie bestellte ein Mineralwasser und einen Bacardi Breezer, ging zu dem Tisch hinüber, stellte die Gläser ab und setzte sich. Hannys erstaunter Blick wurde sofort feindselig und misstrauisch. Bulle, sagte sie höhnisch. Bulle mit einem Drink für dich, sagte Paula. Denken sie, ich bin so leicht zu haben, grinste Honey. Paula seufzte. Ich bin nicht hergekommen, um Krach anzufangen, Honey. Ich bin hier, weil eine deiner Freundinnen nicht mehr lebt. Honey warf ihr einen hasserfüllten Blick zu. Euch sind wir doch scheißegal. Wir sind doch nur asozial in euren Augen. Jackie wäre nicht tot, wenn ihr Nieten tun würdet, wofür ihr bezahlt werdet, nämlich uns zu schützen wie die anständigen Leute in ihren anständigen Häusern. Das versuchen wir ja, aber wenn wir nur auf Lügen und Schweigen stoßen, ist es nicht gerade leicht. Ich versuche dich und deine Kolleginnen zu schützen, deshalb brauche ich deine Hilfe. Honey lachte. Kollegin? Verdammt nochmal, ein ganz neues Wort für Huren. Paula beugte sich vor, ihr Gesichtsausdruck war ernst und leidenschaftlich, ihr Blick bohrte sich in Honeys Augen. Du kannst nicht beides haben, Honey. Du kannst uns nicht beschimpfen, weil wir euch verachten und uns dann weiter beschimpfen, wenn wir euch etwas Respekt zeigen wollen. Die Eindringlichkeit, mit der Paula sprach, hatte in Honey etwas berührt. Sie wandte den Blick ab und murmelte Was willst du also wissen, Bulle? Ich heiße Paula. Wann hast du angefangen, mit Jackie zusammen zu arbeiten? Wer hat gesagt, dass ich das getan habe? Das war der letzte Widerstand. Paula sah, dass sie nicht so recht dahinter stand. Honey kratzte an dem Etikett ihrer Flasche herum. Als ich anfing, auf die Straße zu gehen, ungefähr vor sechs Monaten, da hat sie sich so ein bisschen um mich gekümmert. Du weißt, was ich meine, ich habe ja nichts gewusst. Ich bin einfach rausgegangen, an mich konnten sie leicht rankommen, und sie hat mir die schlimmsten Sachen vom Leib gehalten. Ihr seid also zusammen auf der Straße gewesen. Und nach der Arbeit, Honey, hat sie sich da auch um dich gekümmert? Was meinst du damit? Sie war doch keine verdammte Lesbe. Paula schüttelte den Kopf. Das habe ich auch nicht seufzte Paula. Hat Jackie dir geholfen zurecht zu kommen? Honey verschränkte die Arm und legte die Hände um ihren schmalen Oberkörper. Sie hat mir ein möbliertes Zimmer im gleichen Haus besorgt, wo sie wohnte. Sie war wie eine große Schwester, das ist alles. Und wenn ihr zusammengearbeitet habt, wie lief das? Honey sah sie schief an, als überlege sie, wie viel sie verschweigen konnte. Du erinnerst mich an sie, weißt du das? Als Ablenkungsmanöver funktionierte es. Paula war so verblüfft, dass sie fast ihr Glas umstieß. Was? Ich sehe ihr ähnlich? Bisschen schon. Aber es ist mehr. Weiß nicht, so wie du zuhörst, du behandelst mich einfach nicht wie ein Kind. Paula war nicht sicher, ob Honey die Wahrheit sagte, aber wenn sie selbst aufrichtig war, konnte sie die junge Prostituierte vielleicht dazu bringen, offen zu ihr zu sein. Also erzähl mir, wie ihr zusammengearbeitet habt. Honey zog ihr Päckchen Zigaretten zu sich heran und zündete sich eine an. Manchmal also, wenn ein Kunde für einen Dreier zahlen wollte, sind wir mit ihm ins Hotel gegangen. Du weißt ja, ins Woolpack, wo sie gestorben ist. Paula war ganz aufgeregt, dass sie endlich vorwärts kam, versuchte aber, es nicht zu zeigen. Waren Stammkunden dabei? Honey lächelte. Dabei trat ihre zynische Gewitztheit in den Hintergrund und sie sah wie der Teenager aus, der sie gewesen sein musste, bevor die Straße sie um Jahre älter aussehen ließ. Manche davon kamen wieder und wollten noch Maya. Wir waren einfach verdammt gut, weißt du? Ging's auch manchmal derb dabei zu? Das kann man nicht vermeiden, sagte Honey und ihr Gesicht verdüsterte sich. Das ist immer drin. Irgendjemand bestimmt es? Honey zuckte mit den Schultern. Jackie ließ sie nicht wiederkommen, wenn sie zu brutal wurden. Wir meinen, der Mann, der Jackie umgebracht hat, war vorher schon mal bei ihr. Meint ihr, das schränkt es wirklich ein? Honey lachte spöttisch. Sie war gut, musst du wissen. Die Männer, die mit ihr gegangen sind, sind oft wieder gekommen. Und einer davon hat sie vielleicht umgebracht. Wir müssen versuchen, sie zu identifizieren. Müssen sehen, ob sie früher schon mal gewalttätig gegen Frauen waren. Würdest du mit mir zur Wache kommen und dir ein paar Fotos ansehen? Ich? Zur Polizei mitkommen? Soll das ein Witz sein? Du willst, dass ich mit dir hier rausgehe und aufs Revier komme? Willst mein Leben total kaputt machen? Es ist schon schlimm genug, dass ich überhaupt mit dir rede. Wenn ich mit dir die Straße lang gehe, bin ich erledigt. Drogen, dachte Paula. Sie sorgt sich, dass ihr Dealer sie mit einer Polizistin sieht und ihr den Haaren abdreht. Sie überlegte blitzschnell und sagte, okay, du kennst doch das Parkhaus im Campion Center. Honey nickte misstrauisch. Triff mich dort in einer halben Stunde im obersten Stock. Ich fahre dich zum Revier und bringe dich hinterher wieder zurück. Niemand wird dich ankommen oder weg gehen sehen. Wie hört sich das an? Honey überlegte. Okay, sagte sie zögernd. Aber ich hoffe, du hältst dein Wort, Paula. Sie sprach den Namen wie eine Beleidigung aus. Die Tür ging auf und Brandon kam ohne Einladung herein. Carol sah erstaunt auf. Dass er so hereinstürmte, sagte ihr klarer als alle Worte, dass er von irgendeiner Seite unter Druck stand. Er schleuderte eine frühe Ausgabe der Abendzeitung auf ihren Tisch. Zweite Prostituierte abgeschlachtet, lautete die reißerische Schlagzeile. In kleineren Buchstaben stand darunter hat die Polizei vor zwei Jahren den wahren Mörder festgenommen? Er macht sich über uns lustig, Carol. Zwei Morde in drei Wochen und wir kommen nicht voran. So würde ich das nicht sagen, Sir. Ach nein, haben sie einen Verdächtigen? Sein langes Gesicht war angespannt vor Frust. Dr. Vernon hat Sperma an dem zweiten Opfer gefunden. Es ist mit ihrem Blut vermischt, aber er ist recht zuversichtlich, dass im Labor DNA herausgeholt werden kann. Carol stand auf, um den Abstand zwischen ihnen zu verringern. Wir versuchen, so viele Kontakte der ermordeten Frauen wie möglich zu finden, aber es ist nicht leicht. Männer geben nicht gern zu, dass sie zu Prostituierten gehen. Brandon nahm die Zeitung und wedelte damit vor ihr herum. Wir bekommen Prügel von der Presse. Sie stellen ganz offen die Frage, ob wir vor zwei Jahren Derek Tyler die Sache angehängt haben. Wir müssen aktiv werden, Carol. Ich glaube, wir sollten eine verdeckte Operation einleiten. Carol traute kaum ihren Ohren. Nach allem, was sie erlebt hatte, konnte sie nicht fassen, dass er vorschlug, sie solle allen Ernstes in Betracht ziehen, eine ihrer Mitarbeiterinnen der Gefahr einer riskanten Lockvogelaktion auszusetzen. Am liebsten hätte sie ihm eine Ohrfeige verpasst, um ihn zu Verstand zu bringen und ihn daran zu erinnern, wie sie genau wegen einer solchen Operation beinahe alles verloren hätte. Irgendwie gelang es ihr, sich zu beherrschen, und sie sagte, Wir können die Sicherheitsmaßnahmen in Tempelfields verstärken, Sir. Mehr Kollegen auf Streife schicken. Brandon schüttelte genervt den Kopf. Carol, Sie wissen doch gerade so gut wie ich, dass diese Art von Polizeiarbeit nur das Problem in eine andere Gegend verlagert. Er schlug eine Mappe auf, die er dabei hatte, und breitete die darin enthaltenen Unterlagen aus. Sechs Frauen schauten Carol von vergrößerten Schnappschüssen an, auf denen sie wesentlich glücklicher aussahen, als es ihrem Lebensweg entsprach. Da sind sie, sagte Brandon. Sehen Sie sich die Fotos an. Es ist ganz klar ein bestimmter Typ, auf dem er steht. Der gleiche Typ, den Derek Tyler sich holte. Carol wandte den Blick von den Fotos ab. Der Gedanke an die brutal zerstörten Leben, die sie und ihre Kollegen nicht hatten retten können, quälte sie. Und einen Augenblick fühlte sie sich an den Punkt zurückversetzt, als sie nicht sicher war, wie lange sie noch an ihrem eigenen Leben würde festhalten können. Ich bestreite das nicht, aber... Brandon schnitt ihr das Wort ab. Und wir haben eine Polizistin, die genau diesem Typ entspricht. Paula, dachte Carol sofort. Schlank, kurzes blondiertes Haar, blaue Augen. DC McIntyre. Genau. Sie wäre perfekt dafür. Carol spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Das Gefühl, all dies schon einmal erlebt zu haben, überwältigte sie. Ich habe Erfahrung mit solchen Dingen, Sir, sagte sie so distanziert und eindringlich sie konnte. Wir würden sie einem ungeheuren Risiko aussetzen. Brandon schien sich zusammenzunehmen, als falle ihm plötzlich ein, mit wem er da sprach. Gerade ihre Erfahrung ist es, die mich umso zuversichtlicher macht, dass dies kompetent durchgeführt werden kann. Ich meine, sie werden in der Lage sein, das Risiko einzugrenzen. Und ich glaube, wenn wir DC McIntyre damit betrauen, wird sie sich auf die Chance stürzen, uns dabei zu helfen, diesen Bastard hinter Gitter zu bringen. Genau wie bei mir, dachte Carol. Tony war schnurstracks in Brandons Büro marschiert. Er durchquerte den Raum und stützte sich auf den Rand von Brandons Schreibtisch. John, was zum Teufel haben sie sich dabei gedacht, Carol vorzuschlagen, sie solle eine ihrer Beamtinnen zu einer verdeckten Operation verpflichten. Brandon stand auf. Sie überschreiten entschieden ihre Kompetenz, Tony. Meine Entscheidung über Einsätze gehen sie nichts an. Verstecken sie sich nicht hinter der Dienstordnung, John. Sie bezahlen mich, damit ich ihnen meine psychologischen Erkenntnisse zur Verfügung stelle. Und das tue ich gerade. Carol Jordan wurde den Wölfen vorgeworfen. Ich verstehe, dass sie unter politischem Druck stehen, diese Fälle zu lösen. Aber es war auch politische Notwendigkeit, die diese Kerle dazu gebracht hat, Carol in Berlin völlig im Stich zu lassen. Sehen sie nicht, dass sie in ihren Augen dadurch diesen Leuten gleichkommen? Sie haben ihr diese Stelle als Rettungsanker hingeworfen, verlangen aber jetzt von ihr, eine jüngere, ihr unterstellte Kollegin in die gleiche Lage zu bringen, die sie selbst fast vernichtet hätte. Tonis Worte sprudelten wie ein wütender Sturzbach aus ihm heraus. Eine dunkle Röte stieg von Brentons makellosen weißen Händkragen an Hals und Gesicht hoch. Das ist völlig daneben, Tony. Nein, das ist es nicht. Ich sage ihnen, sie richten bei einer ihrer besten Mitarbeiterinnen ernsten psychologischen Schaden an, wenn sie sie zwingen, diese Operation zu leiten. Brenton stürzte sich sofort darauf. Gegen die Operation selbst haben sie also nichts einzuwenden. Nur, dass ich von Carol verlange, die Leitung zu übernehmen. Tony hob genervt die Hände. Die Operation ist fragwürdig. Es wird nur funktionieren, wenn sie über die Presse die richtigen Meldungen streuen können. Aber ja, mein Haupteinwand ist die mögliche Gefährdung von DCI Jordan. Meinen Sie, das hätte ich nicht bedacht, sagte Brenton und hob die Stimme. Aber was glauben sie, wie gut es für ihr Selbstgefühl wäre, wenn ich die Operation jemand anderem übertragen würde? Es ist ihr Fall, Tony, und sie will unbedingt beweisen, dass sie es noch bringen kann. Wenn ich die verdeckte Aktion an jemand anderen vergebe, wird sie denken, ich traue ihr diese Aufgabe nicht zu. Und was noch schlimmer ist, auch ihr Team wird das denken. Wenn wir diesen Weg einschlagen, muss Carol die Führung übernehmen. Mir gefällt es auch nicht, aber ich sehe keine Alternative. Lassen Sie mich noch einmal versuchen, etwas mehr aus Derek Tyler herauszukriegen. Er ist fast soweit, mir einiges anzuvertrauen, da bin ich sicher. Brenton schüttelte den Kopf. Tyler hat seit zwei Jahren kein Wort gesagt. Warum sollte er jetzt plötzlich anfangen zu reden? Er hat heute Vormittag mit mir gesprochen, sagte Tony. Brentons Kopf fuhr hoch. Er hat was? Er hat mit mir gesprochen. Was hat er gesagt? Tony fühlte sich in die Enge getrieben. Er wusste, dass Brenton die Aussicht, aus Tyler Informationen herauszubekommen, in Zweifel ziehen würde, wenn er die Wahrheit sagte. Aber eine Lüge würde auf lange Sicht nur weitere Probleme mit sich bringen. Er sagte, er könnte nicht mit mir reden, bis die Stimme ihm die Erlaubnis gegeben hätte, seufzte er. Naja, sagte Brenton triumphierend. Das ist ja wohl kaum ein Fortschritt, oder? Natürlich ist das ein Fortschritt, sagte Tony, dem Brentons Gesichtsausdruck und Körpersprache sagte, dass er schon verloren hatte. Aber es wird noch eine Weile dauern. Den Luxus können wir uns nicht leisten. Mehr Zeit heißt, dass mehr Frauen sterben werden, sagte Brenton. Also, welchen Köder soll ich für die Medien auslegen? Tony fuhr sich mit den Händen übers Gesicht, als wolle er den Ärger und die Angst fortwischen und durch Professionalität und Können ersetzen. Als er sprach, war seine Stimme kalt und distanziert. Er ist ein Vergewaltiger, dem es um die Demonstration seiner Macht geht. Er ist stolz auf die Kontrolle, mit der er den ganzen Ablauf beherrscht. Er glaubt, er hätte sich allseits abgesichert. Sie müssen also der Presse sagen, dass sich aus seinem zweiten Mord einige gute Ansätze für die Ermittlungen ergeben haben und dass der Mörder nicht so vorsichtig vorgeht, wie er selbst zu sein vorgibt. Dass sie glauben, ihn fassen zu können, bevor ihm eine weitere Frau zum Opfer fallen wird. So werden sie seine Eitelkeit anstacheln und ihn zu dem Beweis herausfordern, dass sie sich irren. Und dann könnte ihr Lockvogelplan auf kurze Sicht tatsächlich funktionieren. Er richtete sich auf und sah Brenton in die Augen. Und das wollen sie doch, John, nicht wahr? Ein gutes, schnelles, sauberes Ergebnis. Brenton wandte sich ab. Mit dem Rücken zu Tony sagte er, ja, Tony, das möchte ich. Ein gutes, schnelles, sauberes Ergebnis. Und ich meine, Carol kann das mit einer verdeckten Aktion erreichen. Um ihretwillen hoffe ich, dass sie recht haben. Merrick kam ins Büro und balancierte einen Sandwich auf einem Styroporbecher mit Tee. Es war spät am Nachmittag und nicht viel los. Außer Stacy war niemand da. Als er ihr einen Gruß zurief, bekam er einen Brummen zur Antwort und ging zu seinem Schreibtisch hinüber. Seufzend fuhr Merrick seinen Computer aus dem Standby-Modus hoch. Er hatte gerade angefangen, die größtenteils nutzlosen Ergebnisse einzugeben, als Paula hereinkam. Hi Stacy, hi Don, sagte sie gut gelaunt, kam zu seinem Schreibtisch herüber, setzte sich auf die Ecke und fragte, wie geht's? Er zog eine Grimasse. Eigentlich ziemlich beschissen. Heute früh war ich eine Weile auf den Straßen unterwegs, nachdem ich die Teams rausgeschickt hatte. Aber bei dem Fortschritt, den ich da mache, hätte ich gerade so gut hierbleiben und die Zeitung lesen können. Ich gebe gerade ein, was ich gesammelt habe. Dann gehe ich und ackere den Rest der Berichte im Einsatzzentrum durch. Er blätterte in seinem Notizbuch. Ich bin gerade eine ganze Stunde mit einem Mädchen, das sich Honey nennt, die Steckbriefbilder durchgegangen, sagte Paula. Sie hat manchmal Duos mit Jackie abgezogen. Ich dachte, sie könnte vielleicht ein paar von ihren Freiern wiedererkennen, hatte aber kein Glück. Es ist eine so verborgene Welt, Don, das ist das Problem. Sie leben alle vorm Versteckspiel. Jen sagt, sie sind so daran gewöhnt, wegzugucken, dass sie schließlich einfach nichts mehr bemerken. Und die sollte es ja wissen, die Sitte, Queen, sagte Don leicht sauer. Paula stand auf. Ich sollte weitermachen. Aber bevor sie an ihrem Schreibtisch war, ging die Tür auf und Carol kam mit Toni herein. Als sie Paula sah, wandte sie sich um und warf Toni einen kurzen Blick zu. Paula, sagte Carol, können Sie mit in mein Büro kommen? Ich hätte etwas zu besprechen. Paula drehte sich zu Merrick um, zog hinter Carols Rücken die Augenbrauen hoch und folgte dann den beiden. Toni lehnte mit verschränkten Armen an der Wand. Carol nahm Platz und lud auch Paula mit einer Handbewegung ein, sich zu setzen. Paula spürte die Spannung im Raum und fragte sich, was kommen würde. Carol spielte mit einem Kuli herum und vermied es, Paula anzusehen. Paula, der Chief Constable, hatte eine Idee, die ich ihnen erklären soll. Plötzlich fiel da geroschen. Was Honey gesagt hatte. Carols Verlegenheit. Tonis Anwesenheit. Sie möchten, dass ich verdeckt auf die Straßen gehe. Als Lockvogel, platzte Paula heraus. Carol hob erstaunt den Kopf. Aus den Augenwinkeln registrierte Paula einen Ausdruck leichter Belustigung auf Tonis Gesicht. Wieso wussten sie das? Wer hat es ihnen gesagt? Fragte Carol. Paula zuckte mit den Achseln. Niemand hat mir etwas gesagt. Ich habe es selbst ausgeknobelt. Eines der Mädchen, das ich vernommen habe, sagte, ich erinnerte sie an Jackie. Und mir wurde plötzlich klar, dass ich gut zurechtgemacht, genau sein Typ wäre. Mit den üblichen Maßnahmen erreichen wir nichts. Und als sie da sagten, Mr. Brandon hätte eine Idee gehabt. Es schien einfach logisch. Das ist alles. Und was halten Sie von der Idee? Fragte Carol. Es hängt von Ihnen ab, Paula. Es ist eine gefährliche, riskante Operation. Sie müssen nicht zustimmen, wenn Sie sich dabei nicht wohlfühlen. Paula konnte ein breites Grinsen nicht unterdrücken. Ich finde es genial, Chefin. Es war Ihre Gelegenheit, zu glänzen. Die Stimmung im Einsatzzentrum war voll euphorischer Erwartung. Ein leises Gemurmel, Vermutungen und Spekulationen lagen in der Luft. Und die Kripo-Beamten fragten sich, warum DCI Jordan sie zusammengerufen hatte. Es ist mir egal, was es ist. Wenn wir nur nicht mehr im Regen stehen und mit Nutten reden müssen, vertraute Sam Evans Kevin Matthews an. Dann wurde es still im Raum. Evans drehte sich um und sah Carol, dicht gefolgt von Don Merrick, durch die Reihen der an ihren Schreibtischen sitzenden Beamten gehen. Carol blieb beim schwarzen Brett mit der Information zu den Morden und Fotos von Sandy Foster und Jackie Mayall stehen. Sie war schon seit sieben im Büro, hatte an der Planung der verdeckten Aktionen gearbeitet und ihre persönlichen Ängste in Bezug auf die Operation unterdrückt. Und trotzdem fühlte sie sich noch frisch und auf Draht. Sie hatte durchgeschlafen, bis um sechs der Wecker klingelte, ohne Albträume und sich schlaflos hin und her zu wälzen. Und fast ohne Alkohol. Drei Gläser Wein beim Abendessen zählten kaum, bei den Mengen, die sie in der letzten Zeit regelmäßig trank. Guten Morgen zusammen, sagte sie mit klarer, energischer Stimme. Zuerst möchte ich euch allen für die harte Arbeit danken, die ihr in den letzten Wochen geleistet habt. Niemand hier ist schuld daran, dass wir so wenig Fortschritte gemacht haben. Wir haben es mit einem intelligenten Mörder zu tun, der planvoll vorgeht. Und in diesem Fall hat uns noch kein glücklicher Zufall weitergeholfen wie sonst oft. Es ist also an der Zeit, eine andere Strategie anzuwenden. Sie sah bestätigendes Nicken bei einigen ihrer Leute, unterdrückte ihre Zweifel und Ängste und machte weiter. Es geht um eine sehr riskante Operation. Aber ich glaube, sie kann uns Ergebnisse bringen, die wir auf keine andere Art und Weise erreichen können. Carol schlug die Mappe auf, die sie bei sich hatte, nahm die Fotos von Derek Tylers vier Opfern heraus und heftete sie an das Brett hinter ihr. Dann drehte sie sich um und blickte wieder in den Raum. Ich weiß, dass es in den Medien einiges an Spekulationen gegeben hat, ob es zwischen den zwei neuen Morden und der Mordserie vor zwei Jahren Verbindung geben könnte. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen fundierten Zweifel an Derek Tylers Schuld. Aber eines ist klar. Wer immer für diese Morde verantwortlich ist, nimmt Derek Tylers Taten als Vorlage. Es hat keinen Sinn, sich zu fragen, warum das so ist, denn im Moment hilft es uns nicht weiter. Aber dadurch haben wir eine sehr klare Vorstellung davon, auf welchen Typ Frau der Mörder steht. Die Frauen haben alle kurzes blondes Haar. Alle sind schlank, sie sind alle ungefähr gleich groß und haben den gleichen Körperbau. Diese Opfer hat er für sich ausgewählt. Carol straffte die Schultern. Aufgrund dieser Tatsachen haben wir beschlossen, eine verdeckte Aktion durchzuführen, mit der wir versuchen wollen, den Mörder zu uns heranzulocken. Sie blickte zu Paula hinüber und nickte. Paula stand auf. Für die, die sie nicht kennen, dies ist DC Paula McIntyre. Sie wird als unser Lockvogel auf den Straßen agieren. Paula lächelte den Kollegen im Raum zu. Carols Herzschlag stockte einen Moment. Sie kannte dieses Gefühl wilder Entschlossenheit und wusste, wohin es sie gebracht hatte. Es war unerträglich zu denken, dass eine andere Person sich auf den gleichen Weg begab. Aber zumindest konnte sie dafür sorgen, dass Paula jederzeit Schutz von allen Seiten bekam. Etwas, auf das sie hatte verzichten müssen. Ich wiederhole, dies ist ein sehr riskantes Unternehmen. Wir werden die ganze Gegend mit getarnter Polizei schützen, damit wir sicher sein können, dass Paula nichts passiert. Dies steht für uns im Vordergrund. Wenn Paula in Gefahr ist, brechen wir ab. Sie blickte Paula an. Das erste ist, dass Paula sich für die Rolle zurecht machen muss. Dies Shields, fahren Sie bitte mit Paula zu einem der Sexshops in Manchester und lassen Sie sie mit der richtigen Aufmachung ausstatten. Wir gehen nicht in die Läden hier vor Ort, sonst könnten sie vielleicht erkannt werden. Dann soll Paula heute Abend mit voller Rückendeckung auf die Straße gehen. Don, können Sie uns die technischen Details erklären? Merrick trat vor. Paula wird natürlich ein Funkgerät tragen. Wir werden auch zusätzliche Überwachungskameras an beiden Enden der Hauptstraße von Tempelfields und am Ende von Campion Boulevard montieren, wo sie nicht so leicht bemerkt werden können. Wir werden ein Team im Überwachungswagen haben und überall werden sich Kollegen in Zivil aufhalten. Wir werden ständig Funkkontakt mit ihr halten. Dann sprach wieder Carol. Wie ich schon sagte, die höchste Priorität ist Paulas Sicherheit. Bitte vergessen Sie das nicht. Sie trägt das volle Risiko. Sie verdient es, sicher sein zu können, dass wir auf sie aufpassen und keine Anstrengung scheuen. Es gibt hier um sechs eine kurze Lagebesprechung. Die I Merrick wird die Aufgaben zuteilen. Carol ließ einen kühlen Blick durch den Raum schweifen. Dies könnte unsere beste Chance sein, den Bastard aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er wieder zuschlägt. Ich zähle auf euch. Kaum hatte sie es in ihr eigenes sicheres Büro geschafft, wo sie durch die Rollos gegen die Welt abgeschottet war, als es klopfte. Wenn das der verdammte Brandon ist, kriege ich einen Schreikrampf. Herein, sagte sie resigniert. Sam Evans stand in der Tür. Sein Gesichtsausdruck verriet nichts. Kann ich Sie kurz sprechen? fragte er. Sie wies auf den Stuhl. Setzen Sie sich. Er nahm umständlich in einer Haltung selbstbewusster Gelassenheit Platz. Worum geht es denn, Sam? Um Aiden Hart. Habe ich da was verpasst? Ich weiß, dass sie zu dem Ergebnis kamen, Aiden Hart gehöre nicht auf die Liste der Verdächtigen, weil er ein Alibi hat. Aber mich hat das nicht überzeugt. Deshalb habe ich ihn überwacht. Evans sah ihr in die Augen. Sein Mund zuckte fast entschuldigend. In meiner Freizeit. Wie bitte? sagte Carol ungläubig. Als ich ihn vernahm, bekam ich das Gefühl, dass etwas mit Hart nicht stimmte. Und ich hatte Recht, fügte er hinzu. Er ist süchtig nach Prostituierten. Zwei- oder dreimal die Woche bezahlt das Straßenmädchen für Sex. Carol starrte ihn an. Sie wusste nicht, wo sie anfangen sollte. Sie war wütend, weil er so eigenmächtig gehandelt hatte. Aber außerdem hatte sich bei ihr ein nagender Zweifel festgesetzt. Hatte sie Hart zu vorschnell ausgeschlossen? War sie dabei, ihre oft bewiesene Treffsicherheit zu verlieren? Ich möchte einen vollständigen Bericht über ihre Arbeit, sagte sie. Innerhalb von einer Stunde will ich ihn auf meinem Tisch haben. Und nie wieder will ich sowas von ihnen hören. Entweder wir sind ein Team oder wir können es vergessen. Sie haben mir gegenüber keine Zweifel an Hart geäußert. Hätten sie das getan, hätte ich ihn vielleicht nicht so schnell gehen lassen. Ich werde diese Art von hinterhältigem Verhalten in meinem Team nicht dulden. Es macht uns alle kaputt. Lassen Sie sich dies eine Warnung sein, DC Evans. Jetzt verschwinden sie. Er stand auf und ging aufrecht und mit erhobenem Kopf hinaus. Das Lächeln in seinen Mundwinkeln sah Carol nicht. Nach der letzten Besprechung sah Carol den Mitarbeitern nach, die hintereinander den Raum verließen und deren leises Gemurmel zu einem Hintergrundgeräusch verschmolz. Sie hatte über 30 Männer und Frauen zusammengezogen, um Paulas Ausflug in die Welt des Mörders zu unterstützen. Die meisten würden in Zivil auf den Straßen sein und sich unter die normalen Passanten von Temple Fields mischen. Andere würden an strategischen Punkten im Labyrinth der kleinen Gassen stehen, bereit, jeden Fluchtversuch zu verhindern. Carol selbst würde mit Don Merrick, Stacy Chen, Jen Shields und zwei Technikern im Überwachungswagen sein, wo sie gespannt abwarten, auf die Monitore mit der Übertragung von den Überwachungskameras starren und auf das horchen würden, was über den Sender kam, den Paula trug. Paula war schon umgezogen und fertig zum Einsatz. Sie sah in ihrem geschmacklosen Aufzug merkwürdig mitleiderregend aus. Schon jetzt hatten ihre nackten Beine in den Stöckelschuhen mit Riemchen, die Jen an einem billigen Stand gefunden hatte, Gänsehaut. Paulas Gesicht war übertrieben und maskenhaft geschminkt wie das eines Straßenmädchens. Die Augen waren schwarz umrandet und die Lippen ein roter Strich. Ihr schien so wohl zu sein wie einer Maus in der Schlangengrube. Carol musterte sie von oben bis unten. Ich weiß, man fühlt sich furchtbar, aber sie wirken überzeugend. Danke, Chefin, sagte Paula sarkastisch. Carol legte ihr die Hand auf die Schulter. Wir werden in der Nähe sein, die ganze Zeit. Wir werden sie immer im Auge behalten. Tragen Sie den Sender schon? Paula nickte, drehte sich mit dem Stuhl herum und hob hinten ihre Jacke hoch. Obwohl das glänzende Silbertop ihre Taille freigab, reichte die Jacke bis an die Hüften und verbarg das Kabel, das vom Mikrofon zwischen ihren Brüsten an ihrem BH entlang und am Rücken hinunter zu dem knapp unter dem Rockbunt befestigten Sendegerät lief. Das Kabel war nicht an ihrer Haut festgeklebt und hatte so viel Spielraum, dass sie sicher sein konnte, es würde nicht aus Versehen beim Vorbeugen oder Sprechen mit einem Fahrer in einem Wagen herausgezogen. Gut, sagte Carol. Wie wär's mit einem Knopf im Ohr? Paula schüttelte den Kopf. Die Techniker haben gesagt, es wäre zu auffällig bei meinem kurzen Haar. Und das geht in Ordnung? Es stört Sie nicht, dass wir nicht mit Ihnen reden können? Paula zuckte mit den Schultern. Das ist schon okay. Wenn wir abbrechen müssen, wird einer von uns vorbeigehen. Alles klar, wie es sonst laufen soll? fragte Carol. Paula nickte bedrückt. Wenn es nur ein normaler Freier ist, zeige ich ihm meinen Ausweis und sage ihm, er solle verschwinden, bevor wir ihn verhaften. Alles klar, wir haben heute Abend kein Interesse an depressiven Handelsvertretern. Und wenn mich jemand anspricht, der Bondage haben will, nehme ich dann in jedem Fall an? Carol sah, wie Paula versuchte, mutig zu sein, aber sie wusste genau, dass die Angst an ihr nagte. Genau, sagte sie. Dann fragen sie ihn, was er vorhat. Ob er eine Wohnung hat oder ob er mit zu Ihnen gehen will. Egal, ob wir ihn für den Mörder halten oder nicht, greifen wir an diesem Punkt ein. Wir werden direkt hinter ihn sein. Wir müssen ihm ein bisschen Spielraum geben, aber wir beobachten ihn genau, um sicher zu gehen, dass nichts schiefläuft. Man sah Paula an, dass sie sich wappnete. Aber es wird nichts schiefgehen, oder? Bestimmt nicht, sagte eine Männerstimme hinter ihn. Die zwei Frauen wandten sich zum Chief Constable an der Tür um. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen und Ihrer Gruppe, DCI Jordan. Sie sind in den besten Händen, DC McIntyre. Ich bin sicher, wir werden bald unseren Zweck erreichen. Wenn nicht heute Abend, dann sehr bald. Carol spürte, dass Paula erstarrte und sie begriff, dass DC McIntyre nicht darüber nachgedacht hatte, dass dies möglicherweise keine einmalige Übung war. Danke, Sir, sagte sie. Temple Fields am Abend eines normalen Wochentags. Die herbe Nachtluft war erfüllt von der beißenden Schärfe der verschmutzten Stadt und reizte die Atemwege. Die grelle Neonbeleuchtung sah durch die Linsen der Überwachungskameras verschwommen aus. Die vier Kameras übertrugen alle Bilder in den Wagen und waren aus verschiedenen Winkeln und Abständen auf Paula gerichtet. Sie war vor dem Hintergrund einer belebten Straße zu sehen, wo alle Gelüste befriedigt werden konnten. Die Leute kauften in dem kleinen Supermarkt an der Ecke ein und gingen in den Pubs, Cafés und Restaurants ein und aus. Alle möglichen Individuen jeglicher Geschlechterkombination warteten auf Kunden. Autos fuhren langsam vorbei, manche Fahrer suchten einen Parkplatz, andere eine Gelegenheit zum Sex. Allerdings wussten die Fahrer nicht, dass jedes Kennzeichen von noch weiteren strategisch an den wichtigsten Zufahrtsstraßen postierten Kameras festgehalten wurde. Sollte der Mörder nicht auftauchen, würde jeder dieser so erfassten Fahrer aufgesucht und in einem ermüdenden, zeitaufwendigen Verfahren befragt werden. Die Konsequenzen der Operation von heute Abend konnten sogar Ehen zugrunde richten. Carol Jordan kümmerte das nicht. Sie starrte auf die Monitore und beobachtete Paula. Die junge Beamtin hatte an der Ecke eines kleinen Kreisverkehrs ihr Revier bezogen. Sie hatte durch die Beobachtung von Haltung und Stil der anderen Frauen auf der Straße schnell gelernt und stolzierte jetzt genauso auf und ab wie die anderen. Ein paar Schritte in die eine Richtung, ein Hüftschwung, ein frecher Blick hinüber zum Verkehr und wieder zurück zum Anfang. Was die Geschäfte der Prostituierten betraf, tat sich an diesem Abend nicht sehr viel auf der Straße. Aber es war noch früh. Wie Jen meinte, würde nach zehn mehr los sein und zwischen Mitternacht und ein Uhr dann der Höhepunkt erreicht werden. Aber Carol hatte schon beschlossen, die Operation um Mitternacht zu beenden. Alle Opfer des Mörders, ob man nun nur die zwei oder alle sechs rechnete, waren zwischen sechs und zehn von der Straße gelockt worden. Bis halb neun hatte bei Paula noch keiner richtig angewissen. Plötzlich zeigte Jen auf einen der Bildschirme. Na na na, sagte sie. Seht mal, wer der ist. Mit gesenktem Kopf und hochgestelltem Kragen kam unverkennbar die Gestalt Tony Hiltz die Straße entlang auf Paula zu. Carol beugte sich zum Monitor vor und sah ganz genau hin, als er, ohne auch nur aufzuschauen, an Paula vorbeiging. Dann trat er in das erste Pub, an dem er vorbeikam. Was zum Teufel hatte er nur vor? Einerseits wäre Carol am liebsten aus dem Wagen gesprungen und ihm nachgerannt, aber andererseits war sie klug genug da zu bleiben und sich ruhig zu verhalten. Wenn sich etwas tat, war ihr Platz hier, im Mittelpunkt der Operation und nicht irgendwo auf den Straßen, um sich zu erkundigen, was Tony jetzt vorhatte. Die Entscheidung wurde ihr abgenommen, als ein Wagen neben Paula bremste und anhielt. Die Spannung im Van stieg spürbar an. Paula beugte sich hinunter, um durch das Fenster mit dem Fahrer zu sprechen. Das Auto verdeckte ihr Gesicht, aber die Kamera hinter ihr zeigte, dass sie frei und ungehindert war und über das Mikrofon hörte man knisternd, aber verständlich die Unterhaltung. Machen wir ein Geschäft? fragte der Fahrer. Was willst du haben? sagte Paula und ihre raue Stimme war trotz der schlechten Übertragungsqualität zu hören. Lässt es dir von hinten machen? fragte der Fahrer. Wenn du das willst, wird's dich mehr kosten, als du dir leisten kannst. Verpiss dich, perverser Kerl, fauchte Paula. Verdammte Fotze, schimpfte der Fahrer, legte den Gang ein und fuhr weiter. Paula zog sich vom Rand des Gehwegs zurück. Gut gemacht, Paula. Nur weiter Courage zeigen, sagte Carol leise. Alle saßen auf ihren Stühlen und erlaubten sich ein wenig Entspannung. Er sitzt am Fenster, sagte Jen. Was? Carol war in Gedanken noch mit Paulas Begegnung beschäftigt. Dr. Hill! Jen zeigte auf einen der Bildschirme. Undeutlich ließ sich ein Gesicht ausmachen, das möglicherweise Tony hätte sein können. Er hat sich einen Platz gesucht, von dem aus er die Straße beobachten kann. Alles klar, solange er nur da sitzen bleibt, murmelte Carol. 15 Minuten vergingen, ohne dass etwas passierte, dann sagte Merrick. Der Typ da, der ist schon dreimal vorbeigekommen. Er zeigte mit seinem Stift auf einen untersetzten Mann mittleren Alters mit leichter Glatze, der leicht von übergebeugt ging. Er guckt sich Paula ganz genau an. Er hatte Recht. Als der Mann näher an Paula herankam, ging er langsamer, hob den Kopf und begutachtete sie von der Seite und von hinten. Er ging an ihr vorbei und überquerte dann die Straße. An der Ecke kehrte er um, schlenderte zurück und als er fast auf gleicher Höhe mit Paula war, überquerte er die Fahrbahn und ging schneller. Oho, sagte Jen, als er auf den Gehsteig trat und Paula fast anrempelte, sodass sie einen Schritt zurückweichen musste. Machen wir ein Geschäft, du und ich. Die Stimme des Mannes klang wie lautes Brummen in ihren Kopfhörern. Was willst du denn haben, sagte Paula, die versuchte sich an ihrem Platz zu behaupten, dann aber doch zurückweichen musste, als er auf sie zukam. Blas mir ein, verlangte er, bedrängte sie weiter und schob sie auf eine Lücke zwischen den Häusern zu, wo eine schmale Gasse zu den Hinterhöfen führte. Team A geht in Stellung, rief Carol. Sofort begannen vier der scheinbar ziellos herumlaufenden Passanten, sich auf Paulas Standort zuzubewegen. Jetzt waren sie in der Gasse. Es war schwierig zu sehen, was sich da abspielte, aber sie hörten einen dumpfen Aufschlag und dann Paulas Protestschrei. Hey, Mistkerl, sei nicht so grob, rief sie. Halt deine verdammte Klappe, brummte der Mann. Team A, haltet euch bereit, sagte Carol. Die vier Gestalten standen seitlich an der Ecke der Gasse. Carol hörte eine Bewegung, darauf einen Schmerzensschrei. Dann war Paulas Stimme zu vernehmen. Das ist ein Polizeiausweis, du Arsch, und jetzt verpiss dich! Carol lachte laut. Team A, abbrechen! Der Mann kam aus der Gasse herausgeschossen und fing unbeholfen an zu laufen. Hinter ihm kam Paula aus der Gasse und zog ihren Rock glatt. Sie ist gut, sagte Jen. Carol wischte sich die Schweißperlen von der Oberlippe. Sie ist sehr gut. Hoffen wir, dass der Mörder das auch findet. Tony war gerade dabei, sein Glas zum Mund zu führen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte. Er fuhr zusammen und verschüttete Bier auf sein Hemd. Er sah auf. Wo kommst du her? fragte er. Carol machte eine Kopfbewegung nach hinten zur Bar. Durch die Hintertür. Sie stellte zwei Flaschen Bier auf den Tisch. Du hast mich zu Tode erschreckt, beschwerte sich Tony, nahm eine der Flaschen und füllte sein fast leeres Glas nach. Ich soll den Leuten einen Schreck einjagen. Schließlich bin ich Polizistin. Carol setzte sich und nahm einen Schluck Bier. Wie du ja bestimmt gemerkt hast, haben wir für heute Abend Schluss gemacht. Ich hab mich hier an der Ecke absetzen lassen. Hab ich bemerkt. Ich wollte nur noch austrinken. Also, warum bist du hier? So wird es nicht funktionieren, Carol, sagte Tony entschieden. Hätte irgendjemand anderes so etwas gesagt, wäre es ein Grund gewesen, beleidigt zu sein. Aber sie kannte ihn zu gut. Was ist das Problem? Tony verzog das Gesicht. Der Köder. Du meinst, Paula sieht nicht wie eine Nutte aus? Er schüttelte den Kopf. Sie sieht wie eine Nutte aus und sie ist sein Typ. Das ist es nicht. Carol, dieser Mann kennt Tempelfields. Es ist sein Revier. Gut möglich, dass er hier arbeitet und das heißt, er kennt die Straßen, er kennt die Frauen, die hier arbeiten. Wenn er also Paula heute Abend da draußen gesehen hat, weiß er, dass sie Frischfleisch isst. Und was hat sie heute Abend getan? Carol dachte einen Moment nach. Sie hat sich wie eine Prostituierte benommen. Tony stellte sorgfältig sein Glas ab. Nein, hat sie nicht. Carol, sie ist mit keinem einzigen Freier mitgegangen. Als Hure war sie eine totale Versagerin. Wenn unser Mann sie also beobachtet hat, wird er eins von zwei Dingen angenommen haben. Entweder, dass sie ein Köder ist, in dem Fall seid ihr aufgeflogen, oder dass sie neu im Geschäft und zu wählerisch ist. In dem Fall wird er das Risiko nicht eingehen, sie anzusprechen. Carol schloss einen Moment die Augen. Sie hatte doch so viel von Tony darüber gelernt, wie man sich in den Feind hineindenkt. Wieso war sie nicht selbst darauf gekommen? Sie war zu sehr mit ihren eigenen Reaktionen beschäftigt. Daran lag es. Was mache ich also jetzt? fragte sie matt. Geh morgen Abend wieder mit Paula auf die Straße hinaus und stelle ein paar falsche Freier auf. Zwei Typen in Autos, zwei zu Fuß. Sieh zu, dass es so aussieht, als hätte sie gelernt, nicht so pingelig zu sein, sondern zu arbeiten und nicht herumzustehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Sie hatten alles getan, was Tony vorgeschlagen hatte. Aber noch immer waren sie nicht weiter als am Anfang. Carol fragte sich, wie lange Brandon diesen Kostenaufwand und die Anzahl von Mitarbeitern für eine solche arbeitsaufwendige Operation noch bewilligen werde. »Es ist arschkalt hier draußen!« Paulas Worte kamen knackend in Carols Hörer an. Die junge Polizistin tat ihr leid. Man konnte sich kaum eine schlimmere Nacht für den Einsatz auf der Straße vorstellen. Eiskalter Nebel hing über dem Kanal, dessen Ausläufer als kalter Dunst in die Gassen von Temple Fields zogen. Die paar Fußgänger, die unterwegs waren, hetzten mit gesenktem Kopf und aufgespannten Schirn die Straße entlang. Und Carol wusste, sie konnte wirklich nicht verlangen, dass Paula länger als vier Stunden da draußen bliebe. Sie beschloss, dass sie um zehn Schluss machen würden. »Ich wäre nicht gern an ihrer Stelle,« murmelte Jen Shields. »Sie sieht besser in einem Minirock aus als du,« kommentierte Merrick. »Und tausendmal besser als sie, Don,« betonte Carol. »Ist gut, ich habe verstanden,« brummte er. »Wartet mal! Sieht nach Action aus,« sagte Jen aufgeregt. Ein Mann war die Straße heruntergekommen, die Kapuze seines Parkers, die sein Gesicht verdeckte, weit über den Kopf gezogen. An einem solchen Abend war das an sich nicht verdächtig, aber als er auf Paula zuging, verlangsamte er den Schritt. Er näherte sich ihr von der Seite und ging offenbar so leise, dass sie ihn nicht gehört hatte. Ein Finger seiner behandschuhten Hand berührte sie am Arm. »Herrgott, doch mal solch eine Herzattacke kriegen,« war Paulas Stimme laut und klar zu hören. Sie drehte sich zu ihm um. »Bist du frei?« Die Stimme des Mannes war kaum zu hören. Sie klang gedämpft, als spreche er durch einen Schal. »Nach was sieht's denn aus?« »Ich möchte was. Das ist ein bisschen ausgefallen. Bist du dabei?« »Komm drauf an, was du meinst.« »Ich zahle. Im Voraus.« Er nahm die Hand aus der Tasche. Man konnte vom Blickwinkel der Kameras aus nicht erkennen, was er ihr hinhielt. »Dafür kriegst du eine Menge Ausgefallenes. Aber du hast immer noch nicht gesagt, was du willst. Du musst ein Kondom nehmen, ist das klar?« »Kein Problem.« »Hör zu, ich hab ein Zimmer. Wenn du dich von mir fesseln lässt, zahle ich dir 200. Sofort.« Carols Mund wurde trocken. Sie drückte auf den Knopf am Mikrofon und sagte mit heiserer Stimme, »Alle Einheiten in Bereitschaft.« Paula sprach weiter. »Zweihundert. Im Voraus.« Carol drückte ihre Nase praktisch am Bildschirm platt, konnte aber immer noch keine Merkmale des Mannes erkennen. »Scheiße, wir können sein Gesicht nicht sehen.« »Hört sich echt an.« sagte Jen aufgeregt. »Alle Einheiten in Position für Festnahme. Riegelt das Gebiet ab.« Carols Puls raste, das Blut pochte laut in ihren Ohren. Auf dem Bildschirm ging Paula um die Ecke, der Mann hielt sie am Ellbogen. Auf der Straße kamen andere Personen auf sie zu. Es würde funktionieren. Gott sei Dank. Es würde funktionieren. Das Adrenalin feuerte Paula an. Ihr Atem ging flach, das Herz schlug wie eine Trommel. Als sie um die Ecke bogen, spürte sie, dass sie in einen schmalen Durchgang zwischen den Häusern geschoben wurde. »Wo gehen wir hin?« sagte sie. Als Antwort zog er sie zu sich heran. Eine Hand krabschte grob nach ihrer Brust, mit der anderen umfasste er ihren Rücken. Paula war so auf ihre schmerzende Brustwarze konzentriert, dass sie gar nicht merkte, wie er mit dem scharfen Seitenschneider das Kabel von ihrem Mikro zum Sendegerät glatt durchschnitt. Sie stieß ihn von sich und rief, »Hey, ich dachte, du hast ein Zimmer!« Er fasste sie am Arm und riss sie herum. »Es ist gleich hier!« Er griff an ihr vorbei und schloss ein Tor an der Wand auf, das so schmutzig war, dass es zwischen den dunklen Backsteinen fast gar nicht zu erkennen war. Er führte sie hinein, legte den Riegel vor das Schloss und machte das Tor schnell hinter ihr zu. Dann führte er Paula auf die Hintertür eines Gebäudes zu. Nervös, aber in dem sicheren, wenn auch irrigen Glauben, dass sie immer noch auf Sender sei, sagte Paula sarkastisch, »Mh, reizender Hinterhof. Wer hätte hinter so einem nichtssagenden Tor ein so schönes Plätzchen vermutet?« »Gehen wir in dieses Haus rein? Ist das deine Wohnung?« »Ja«, sagte der Mann. »Los, mach voran. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit.« Carol sprang auf. »Paula ist nicht mehr zu hören. Es kommt nichts mehr durch.« Sie wandte sich an die zwei Kollegen von der Technik. »Liegt das an unserer oder an ihrer Leitung?« 30 Sekunden unerträglicher Spannung mit angehaltenem Atem. Die Daumen haltend. Dann schüttelte einer der Techniker den Kopf. »Es ist nicht bei uns. Es wird nichts mehr übertragen.« Sofort brach Chaos aus. Carol rief. »Fasst ihn!« »Scheiße!« »Verdammte Scheiße!« wiederholte Merrick immer wieder, während er die Seitentür des Vans aufriss. Er sprang auf die Straße hinaus. Carol riss sich die Kopfhörer herunter und rannte ihm nach. Jen folgte ihr. Stacy sah ihnen starr nach, mit offenem Mund und unsicher, ob sie bleiben und die Stellung halten oder ihnen auch folgen sollte. Sie beschloss, die Tür des Vans zuzumachen und Carols hingeworfene Funkausrüstung an sich zu nehmen. Irgendjemand musste sich über die Ereignisse auf dem Laufenden halten. »Ihr macht es nichts aus. Wer die Technik beherrscht, beherrscht die Welt«, sagte sie sich. Carol raste den Gehweg entlang. Als sie um die Ecke kam, traf sie auf Polizisten, die an der Stelle in dem schmalen Durchgang herumstanden, wo Paula mit dem Mann verschwunden war. Sie drängelte sich durch und folgte dem Durchgang bis ans Ende. Er führte auf eine andere Straße, an die sich Gassen, Passagen und Hintereingänge anschlossen. Ein wahres Labyrinth. »Verteilt euch«, rief Carol. »Kontrolliert den ganzen Bereich. Sie können nicht weit sein. Und jemand soll zusehen, dass er das Tor hier aufkriegt.« Carol fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Wie hatte das geschehen können? Merrick sprach aufgeregt in sein Sendegerät. »Alle Einheiten! Such die unmittelbare Nachbarschaft ab! Eine Kollegin vermisst! Ich wiederhole, Kollegin vermisst!« Er sah zu Carol hinüber. »Sollen wir mit der Tür-zu-Tür-Befragung anfangen?« Sie nickte. »Jen, Sie können das in die Hand nehmen und fangen Sie mit denen an, die hinter diesem Tor wohnen!« Carol wandte sich ab und erstickte fast an ihrem Zorn. Als die Beamten um sie herum sich zerstreuten, fragte sie sich, was sie anders hätte machen können. Das Schlimmste war, dass ihr dazu nichts einfiel. Diesmal ist es eine Ordnungshüterin. Sie sieht wie all die anderen aus, wie eine Hure, aber sie ist Polizistin. Dieses Wissen macht ihm Angst. Aber trotzdem kann er noch das tun, was er erledigen soll. Er kann's kaum fassen, wie leicht es ist, sie einzufangen. Genau wie die Stimme vorausgesagt hat. Die Stimme sagte, sie würde lammfromm und kreuzbrav mitkommen. Und das hat sie getan. Er führt sie in den Durchgang, schneidet dann das Kabel durch, genauso wie er es den ganzen Nachmittag geübt hat. Sie merkt es überhaupt nicht. In den Hof, durch die Tür, die Treppe hoch. Sie zögert nicht einmal, plappert weiter, denn sie meint, dass jemand zuhört, dem sie die Wegbeschreibung zu dem Zimmer gibt, das für sie vorbereitet ist. An der Doppeltür, die wie ein Schrank aussieht, wenn man die äußere Tür auf den Treppenabsatz aufmacht, zögert sie nicht einmal. Allerdings erwähnt sie sie und glaubt damit, einen Hinweis weiterzugeben. Als er ihr sagt, sie solle sich aufs Bett legen und Beine und Arme spreizen, tut sie wie geheißen. Er riecht ihre Nervosität, aber richtig Angst hat sie nicht. Noch nicht. Die Fesseln werden angelegt und ihm ist klar, dass sie immer noch auf die Kavallerie wartet, die als Retter durch die Tür gestürmt kommt. Aber als er den Knebel reinschiebt, ändert sich die Sache. Er merkt, dass ihr das überhaupt nicht gefällt. Ihre Augen weiten sich und von ihren saftigen, runden Titten steigt die Röte bis zu den Haarwurzeln auf. Ganz plötzlich dämmert es ihr, dass es vielleicht nicht so laufen wird, wie geplant, dass er die Kontrolle hat und nicht sie und die jämmerlichen Trottel auf ihrer Seite. Sie kommen nicht, sagt er. Du bist allein. Er beugt sich vor, fasst ihr unter den Rücken und zieht den Sender unter ihrem Rock hervor. Dann fasst er ihr in den Ausschnitt und reißt das Mikro mit dem Kabel heraus. Er schwenkt die losen Enden vor ihren Augen hin und her. Du hast mit dir selbst geredet, spottet er. Sie haben keine verdammte Ahnung, wo du bist. Als sie den Dildo sieht, weicht alle Farbe aus ihrem Gesicht. Ihre Brust sieht fleckig und hässlich aus. Er tritt vor, schiebt ihren Rock hoch, reißt den Slip weg, schwingt den Dildo vor ihrem Gesicht hin und her und grinst. Da macht sie sich nass. Das ärgert ihn, weil das Zimmer danach stinken wird und das ist nicht sehr schön. Denn sie ist doch eine Ordnungshüterin. Ich erinnere mich noch genau an den Eindruck, den The Three Hostages von John Bukin auf mich machte, als ich es zum ersten Mal las. Von der ersten Seite an nahm ich dieses Buch mit den Schilderungen eines Milieus gefangen, dessen Lebensumstände sich radikal von meinen unterschieden. Bis zu diesem Moment hatte ich mir nie vorstellen können, dass es möglich ist, vollständige Kontrolle über den bewussten Willen eines anderen Menschen zu erreichen. The Three Hostages handelte von zwei Dingen, die ich mir mehr als alles andere wünschte. Absolute Überlegenheit und den Zugang zu einer Welt von Macht und Erfolg. Von Geburt an war ich von Letzterem ausgeschlossen. Aber wenn ich die Überlegenheit für mich gewinnen konnte, würde ich dafür etwas fast genauso Schönes erwerben. The Three Hostages war der erste Schritt auf einer langen Reise zum innersten Kern der Psyche anderer Menschen. Eine Kontrolle darüber war möglich, daran zweifelte ich nie. Und ich hatte auch keine Zweifel, dass ich sie erreichen konnte. Ob ich sie nutzen konnte, um die Welt um mich herum zu verändern, musste sich noch herausstellen. Aber alles in allem dachte ich, ich würde es wahrscheinlich schaffen. Zuerst war mein Weg alles andere als klar. Als Strategie schien mir geeignet, möglichst viel Information zu sammeln und ich suchte alles zusammen, was ich über Hypnose, Bewusstseinserweiterung, Gehirnwäsche und Steuerung der Psyche finden konnte. Je mehr ich lernte, desto mehr versuchte ich, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich übte an Schulfreundinnen, versuchte unbemerkt den Geheimnissen meiner Lover auf die Spur zu kommen und versuchte mich sogar an Kollegen. Bald fand ich heraus, dass meine Fähigkeiten geringer waren, als ich gehofft hatte. Obwohl ich hin und wieder bemerkenswerte Erfolge hatte, scheiterte ich auch oft. Die Psyche der meisten Menschen entzog sich entschieden meinem Zugriff. Dann entdeckte ich, dass es eine Kategorie schwächerer Gemüter gab, die weniger Abwehrkräfte gegen meine Technik hatten. Leute, die von den anderen als langsam und dumm abgelehnt wurden, konnte ich meinem Willen unterwerfen. Vielleicht war das nicht gerade der welterschütternde Effekt, von dem ich geträumt hatte, aber doch etwas, das ganz klare Möglichkeiten bot. Es war kurz nach drei Uhr morgens, als Carol endlich nach Hause kam. Paula McIntyre war seit etwas mehr als sechs Stunden verschwunden. Jede Tür in Temple Fields wurde geöffnet, jeder wurde befragt. Sie hatten Massagesalons und Bordelle durchsucht, hatten Nutten und Strichjungen angesprochen, waren in Bars und Clubs eingedrungen. Das Labyrinth von Zufahrtswegen, Gärten und Gassen hatte ihnen keinen einzigen Hinweis geliefert. Jen Shields war mit einem Team durch das Tor in der Wand in ein Gebäude dahinter gelangt, das hauptsächlich als Lager für eine kleine Druckerei zu dienen schien. Sie waren bei ihrer Suche auf nichts gestoßen, was darauf hingedeutet hätte, dass seit Tagen irgendjemand hier durchgekommen war. Carol fühlte sich so alt und müde, dass sie kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Es war kläglich, wie dankbar sie war, in Tonys Arbeitszimmer Licht zu sehen und sie drückte lange auf die Klingel. In Jogginghose und T-Shirt machte er auf und sah sie verblüfft an. Er hat Paula in seiner Gewalt, sagte Carol. Jedes Wort klang, als sei es aus ihr herausgepresst worden. Sie schloss fest die Augen und legte den Kopf zurück. Toni trat in die Kälte hinaus und schloss sie in die Arme. Ein paar Sekunden blieb ihr Körper wie erstarrt. Dann legte sie den Kopf an seine Schulter und Tränen rannen ihr übers Gesicht. Toni schwieg. Er stützte sie, hielt sie fest und spürte, wie der Schmerz aus ihrem bebenden Körper herausbrach. Schließlich legte sich der Sturm. Carol trat etwas zurück und hielt seinen besorgten Blick stand. Ist schon gut, sagte sie zittrig. Nein, ist es nicht. Toni führte sie hinein und ließ sie sich hinsetzen. Willst du etwas trinken? Carol nickte und wischte sich die Tränen von den Wangen. Bitte. Er nickte und ging in die Küche. Eine Minute später kam er mit zwei Gläsern Weißwein wieder, gab Carol eines und setzte sich neben sie. Sie legte die Hand auf seinen Rücken und fühlte die Wärme seiner Haut unter dem T-Shirt. Sie ist tot und ich habe es geschehen lassen. Toni sprang auf und begann auf- und abzugehen. Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Dieser Mörder will, dass seine Opfer gefunden werden, wenn sie noch frisch sind. Er richtet alles so ein, dass sie gefunden werden. Paula wurde nicht gefunden, also sagt uns die Logik, dass sie wahrscheinlich noch lebt. Carol schüttelte den Kopf. Aber warum sollte er sein Modus Operandi ändern? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil er gemerkt hat, dass Paula Polizistin ist. Wenn du dich erinnerst, nach der ersten Nacht sagte ich zu dir, er könnte eventuell entdeckt haben, dass sie ein Lockvogel war. Und wenn ja, warum sollte das einen solchen Unterschied machen? Er liebt die Macht. Es kann sein, dass er sie am Leben erhält, weil eine Polizistin in seiner Gewalt zu haben ihm noch größere Macht gibt, die er genießt. Es gibt ihm Macht über uns und über sie. Er ging wieder auf und ab, blieb plötzlich stehen, wirbelte herum und sah sie an. Carol, Woher wusste er, dass sie ein Funkgerät trug? Du hast das selbst beantwortet. Er muss herausgefunden haben, dass sie ein Köder war. Und dann wurde ihm klar, dass sie verkabelt sein würde. Wahrscheinlich hat er deshalb sofort nach ihr gegrapscht, sobald sie in die Gasse kam. Für Derek Tyler ist das viel zu kompliziert, murmelte er. Aber es war ja gestern Abend nicht Derek Tyler. Derek Tyler ist oben in Bradfield-Moore eingesperrt. Ich weiß, ich weiß, aber es sind die gleichen Verbrechen, das gleiche Gehirn, das dahinter steht. Und es ist nicht Derek Tylers Gehirn. So schlau ist er nicht und auch nicht beherrscht genug. Er sah Carol an, sein Blick voll neuer Energie. Das Individuum hinter dieser Sache zieht nicht nur die Strippen für uns, es manipuliert auch den Killer. Paula hatte keine Ahnung, wie lange sie schon in dem kahlen, engen Raum mit der nackten Glühbirne lag, die alles so brutal deutlich machte. Zuerst war sie einfach überwältigt vor Erleichterung und Dankbarkeit, dass sie noch am Leben war. Er hatte die Fesseln kontrolliert, dann trat er zurück und fingerte an seinem Schwanz unter den weiten, verblassten Jeans herum. Sie glaubte, er werde sie vergewaltigen, aber auch diese Befürchtung war nicht eingetroffen. Gierig hatte er sie ein paar Minuten angestarrt und seinen steifen Penis wie eine zahme Ratte gestreichelt. Dann hatte er die Videokamera und die Webcam überprüft und war gegangen. Seitdem war sie allein. Sie hatte versucht, sich zu befreien, gab aber bald auf, denn sie begriff, dass sie nur ihre Energie umsonst verschwenden würde, die sie vielleicht später noch brauchte. Sie versuchte, um Hilfe zu rufen, aber der Knebel, der gegen ihren Gaumen drückte, ließ höchstens ein Stöhnen zu. Sie konnte nichts tun, als vor Kälte und Angst zitternd darzuliegen. Paula versuchte, sich einzureden, dass sie bald kommen würden, um sie zu holen. Carol Jordan würde sie niemals im Stich lassen. Da er sie am Leben gelassen hatte, vermutete sie, dass er glaubte, sie seien ihm dicht auf den Fersen. Er war weggegangen, weil er nicht erwartete, genug Zeit zu haben, um nur da zu sitzen und ihr beim Sterben zuzusehen, nachdem er sie verletzt hatte. Aber als die Zeit verstrich, begann sie den Glauben daran zu verlieren. Paula war so erschöpft, dass sie immer wieder in einen schlafähnlichen Zustand fiel, aber den Übergang zum Schlaf schaffte sie nie. Als die Tür aufging, wusste sie zunächst nicht, ob sie träumte. Ihr Herz sprang fast aus der Brust. Sie hatten sie gefunden. Aber die Hoffnung wurde in Sekundenschnelle zunichte, als die grausam vertraute Gestalt des Entführers erschien. Nur ich, sagte er. Ich muss die Kassette wechseln. Die Webcam ist nicht besonders gut, deshalb brauchen wir auch das Video, damit wir zuschauen und genießen können, wie du leidest. Wenn sie den Hals streckte, konnte sie ihn hinter der Videokamera sehen, wie er die Kassette herausnahm. Er steckte sie in die Tasche, beugte sich dann vor und machte irgendetwas an der Webcam. Er grinste anzüglich. Ich soll dich nicht anrühren. Die Stimme sagt, ich muss warten, bis die Zeit reif ist. Aber die Stimme sieht ja nicht alles. Er kam auf sie zu und rieb mit einer Hand an seiner Hose herum. Ungeschickt kroch er auf das Bett. Paula roch alten Cannabisrauch und saures, halbverdautes Bier, als er sich auf sie legte. Er war schwer und unbeholfen. Der Reißverschluss an seiner Jacke zerkratzte die zarte Haut an ihrem Bauch. Plötzlich spürte sie zwischen den Schamlippen weiches Latex, das sich in ihre Vagina drängte. Sie wurde ganz steif und er ächzte. Mach's nicht schwerer für dich, dumme Pute, knurrte er ihr ins Ohr. Sie versuchte, sich wegzudrehen, aber ihre Fesseln waren zu stramm und er war zu schwer. Dann hatte er die Finger in sie hineingestoßen, während er sich auf ihrem Schenkel abstützte. Sie fühlte seinen steifen Penis durch seine Kleider. Paula biss auf den Knebel und hielt die Tränen zurück. Sie wollte nicht, dass er sah, wie nahe es ihr ging. Sie versuchte, sich von allem abzuschotten, was mit ihrem Körper geschah, aber es funktionierte nicht. Gott sei Dank war es bald vorbei. Er stieß immer wieder seine Hand in sie hinein, während seine Hüften ihren Oberschenkel tief in die Matratze hineindrückten, als er schneller wurde. Sein Kopf bog sich nach hinten und er schrie auf, wie ein kleiner Hund, dem ein Tritt versetzt wird. Dann ließ er sich auf sie fallen und seine Finger glitten aus ihrer verwundeten Vagina. Er rollte zur Seite und grinste. Eng bist du, du Miststück. Gefällt mir. Mit dir wird es mehr Spaß machen, wenn es soweit ist. Er kletterte vom Bett und zog seine Jacke zurecht, damit sie den feuchten Fleck an seiner Hose verdeckte. Dann steckte er eine neue Kassette in die Videokamera, machte die Webcam wieder an und ging. Es da fing Paula an zu weinen. Auf dem riesigen Bildschirm stand Paula wieder an einer nebligen Straßenecke. Der Mann im Parka näherte sich ihr und berührte ihren Arm. Der Dialog kam dröhnend über die Lautsprecher, immer noch mit Rauschen verbunden, aber klarer als am Abend vorher in Carols Kopfhörer. Paula und der Mann gingen um die Ecke und dann war auf der Bildfläche nur noch Schnee zu sehen. Der Ton lief weiter, bis er abrupt mit einem Schlag abbrach. Als das Licht wieder anging, herrschte im Raum absolute Stille. Die meisten Mitglieder der Gruppe sahen genauso miserabel aus, wie Carol sich fühlte. Okay, sagte sie. Das haben wir als letztes von Paula gesehen. Sie ist immer noch verschwunden. Unsere Aufgabe ist es, sie zu finden. Dr. Hill hält die Chancen für gut, dass sie noch am Leben ist. Dieser Killer will, dass seine Opfer gefunden werden, wenn sie noch frisch sind. Die Tatsache, dass wir Paula noch nicht gefunden haben, weist darauf hin, dass sie noch kein Opfer ist. Lasst uns also losgehen, bevor sich das ändert. Erkennt irgendjemand diese Stimme? Ist dieser Mann bekannt? Solche Fragen müssen wir stellen. Hinten im Raum haben wir Fotos von Paula. Es gibt auch ein paar Standfotos von dem Video, die sie benutzen können. Und wir haben auch eine Aufnahme von der Stimme des Mannes, die sie den Leuten in Templefields vorspielen können, um zu sehen, ob wir ihn dadurch identifizieren können. Ich teile sie in Dreiergruppen auf. Die Imeric wird hierbleiben und die Informationen sammeln, die von den Kollegen hereinkommen. Sergeant McLeard von der Schutzpolizei wird das Team anführen, das zu jedem einzelnen Haus in Templefields Einzelheiten aus den städtischen Steuerunterlagen herausfiltert. DS Shields wird das Team anführen, das jeden Mieter und jeden Einwohner dieser Gegend befragen wird, unterstützt durch die Informationen von Sergeant McLeards Team. Setzt Himmel und Hölle in Bewegung, Leute. Es gibt da draußen eine Kollegin, die sich auf uns verlässt. Und wir werden sie nicht im Stich lassen. Carols Stimme verkündete dies mit einer Zuversicht, die ihrer eigenen Stimmung nicht ganz entsprach. Aber es war ihre Aufgabe, ihnen Mut zu machen und sie hatte den festen Willen, dies zu schaffen. Als sie hinausgingen, rief sie, D.I. Merrick, DS Shields und DC Chen, noch einen Moment bitte. Die von ihrer Gruppe übrig gebliebenen Mitarbeiter versammelten sich um sie. Sie alle haben eng mit Paula zusammengearbeitet. Gibt es jemanden, den wir über das informieren sollten, was geschehen ist? Eltern? Ein Partner? Im Moment hat sie keine Freundin, sagte Jen geistesabwesend. Merrick drehte sich ärgerlich zu ihr um. Was meinen sie damit, keine Freundin? Jen warf Merrick einen mitleidigen Blick zu. Eine Partnerin, eine wichtige Bezugsperson, was auch immer. Und in Paulas Fall ist das zufällig ein weibliches Wesen. Ach, Blödsinn, explodierte Merrick. Paula ist doch keine Lesbe. Jen lachte laut. Ha, und sie nennen sich Kriminalbeamter? Carol stutzte. Die Buschtrommeln in dieser Gruppe funktionierten ganz und gar nicht. Und sie würde das in Ordnung bringen müssen, wenn sie Paula gefunden hatten und die Dinge wieder annähernd normal liefen. Tony starrte den Mann an, der mit dem Rücken zum Zimmer zusammengekauert auf dem Bett lag. Er würde ihm etwas abtrotzen. Wenn Paula McIntyre nicht lebend aus dieser Sache herauskam, wusste er, dass Carol nie wieder als Polizeibeamtin arbeiten würde. Und wie reizvoll ihm persönlich das auch erscheinen mochte, war ihm doch klar, dass er nicht untätig herumsitzen konnte, während sie das Einzige verlor, das ihr Selbstverständnis als Erwachsene geformt hatte. Einen Stuhl nahe ins Bett heranziehend, setzte er sich, stützte die Ellbogen auf die Knie und beugte sich nach vorn. Er sammelte Gedanken und Energie und sagte im Plauderton, »Es ist nicht schön zu wissen, dass du wegen eines anderen Menschen fallen gelassen wurdest?« Tyler regte sich nicht. »Ich meine, wenn du Stimmen hörst, würdest du doch zumindest vermuten, dass sie dir treu bleiben und dich nicht wegschmeißen wie ein altes Paar Schuhe, weil du nicht mehr funktionierst.« Tylers Bein zuckte. »Ich sehe, dass dieser Gedanke dich aufregt und das ist ja auch kein Wunder. Ich würde mich an deiner Stelle auch aufregen. Du bist einfach vor die Tür gesetzt worden, Derek. Ich wette, du dachtest, dass deine Stimme dir helfen würde, hier rauszukommen, stimmt's? Ich wette, deshalb hast du das Spielchen verrückt, aber nicht bösartig gespielt, weil die Stimme dir sagte, du solltest den Mund halten, damit du eines Tages anfangen könntest, wieder zu sprechen und wir dich für geheilt halten würden. Da bewegt sich definitiv etwas, dachte Toni. Tylers Schultern spannten sich und erzog die Beine höher hinauf. Es ist komisch, aber ich habe im Lauf der Jahre bemerkt, dass die meisten Leute, die Stimmen hören, sie irgendwie als Ausrede benutzen. Also ich persönlich, wenn die Jungfrau Maria mir sagen würde, dass ich Prostituierte umbringen solle, ich würde es nicht tun, weil ich in mir nicht den tiefen Wunsch habe, Prostituierte zu ermorden. Aber ein Mann, der insgeheim glaubt, dass Prostituierte böse sind, würde die Stimme als Rechtfertigung nutzen, um das zu tun, was er für richtig hält. Toni sprach in einem tieferen Tonfall, mit dem er Wärme und Mitgefühl vermitteln wollte. Aber ich glaube nicht, dass es bei dir so ist, Derek. Ich glaube nicht, dass du die Stimme für dich genutzt hast. Ich glaube, die Stimme hat dich ausgenutzt. Und jetzt bedient sie sich eines anderen. Gib's zu, Derek. Du bist nicht so besonders, wie du dachtest. Plötzlich streckte sich Tyler und rollte sich auf den Rücken. Er setzte sich mit einem Ruck auf dem Bettrand auf, sein Gesicht war nur ein paar Zentimeter von Tonis Gesicht entfernt. Toni hielt seinen Ausdruck von Mitgefühl und Besorgnis aufrecht, Zeit, seine Trumpfkarte auszuspielen. Du bist so loyal gegenüber der Stimme, aber sie hat sich von dir abgekehrt. Sie lässt dich hier sitzen, bis du schwarz wirst. Sie hat einen anderen gefunden, der tut, was sie will. Sie hat dich verraten, Derek. Du kannst es ruhig genauso machen. Das Schweigen zog sich eine ganze Minute hin. Dann beugte sich Tyler näher zu ihm heran. Tony spürte den warmen Atem des anderen Mannes an seiner Haut. Ich habe auf sie gewartet, krächzte er. Tony nickte sanft. Ich weiß, Derek. Tyler riss die Augen so weit auf, dass Tony die Kreisrunde ihres im Weiß des Augapfels sah. Ich bin angeblich beschränkt. All diese Ärzte, die sollen zwar schlau sein, aber sie haben es nie kapiert. Ich weiß. Sie dachten alle, es sei die Stimme Gottes oder sowas. Aber ich bin doch nicht blöd, wissen Sie? Ich bin vielleicht langsam, aber nicht blöd. Das weiß ich auch. Wessen Stimme war es also? Tylers Lippen verzogen sich zu einem triumphierenden Grinsen. Die von der Viper. Der Viper? Tony versuchte, seine Enttäuschung nicht zu zeigen. Wer ist die Viper? Tyler wich ein paar Zentimeter zurück und tippte sich an die Nase. Wenn du so verdammt schlau bist, dann knubbel es doch selbst aus. Dann drehte er sich zur Wand und rollte sich mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung wieder wie ein Fötus zusammen. Carol stand an der Tür von Tonys Büro in Bradfield-Moore. Es sah genauso aus wie überall, wo er je gearbeitet hatte. So vollgestopft mit Büchern und Unterlagen, dass es unmöglich war, irgendwelche architektonischen Grundstrukturen zu erkennen. Du hast eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen? Es klang dringend. Er sah von seinem Computer auf und lächelte. Danke, dass du gekommen bist. Tyler hat gesprochen, sagte Toni. Das kann ja nicht wahr sein, rief sie aus. Er wiederholte die Unterhaltung und sah Carol dann erwartungsvoll an. Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Die Viper? Das war's? Er nickte eifrig. Ich hab dir ja gesagt, Derek Tyler hat nicht genug Grips, um selbst solche gut organisierten Verbrechen wie dieses zu begehen. Wir sind also wieder bei deiner Theorie eines Strippenziehers, der Derek Tyler wie eine Marionette manipuliert und jetzt ist er zu seinen alten Tricks zurückgekehrt? Das ist eine Möglichkeit. Es würde bedeuten, dass er jemanden gefunden hat, der genauso leicht beeinflussbar ist wie Tyler, was bestimmt nicht einfach war. Oder vielleicht hat er in den letzten beiden Jahren den Mut gefasst, es selbst zu tun. Oh Gott, stöhnte sie. Weißt du, wie verrückt sich das anhört? Ja, weiß ich. Aber es ist das Einzige, das all den Informationen, die wir haben, einen Sinn gibt. Entweder hat der Zirkusdirektor ein neues Individuum unter Kontrolle oder er tut es selbst. Carol kam allmählich ein besorgniserregender Gedanke. Was für ein Mensch könnte eine andere Person in solchem Maße beherrschen? fragte sie beinahe zögernd. Toni runzelte die Stirn. Man hätte es mit einer starken Persönlichkeit zu tun. Jemand mit der Fähigkeit, die Leute zu bezaubern, an sie heranzukommen. Er müsste einiges über Gehirnwäsche und die entsprechenden Methoden wissen. Wahrscheinlich hat er Fähigkeiten auf dem Feld der Hypnose entwickelt. Ha, jemand wie du also. Carol versuchte es, wie ein Scherz klingen zu lassen, aber es gelang ihr nicht. Toni warf ihr einen merkwürdigen Blick zu. Er müsste besser mit Menschen umgehen können als ich, sagte er sarkastisch. Aber ja, ein praktizierender klinischer Psychologe könnte es wahrscheinlich tun. Er neigte den Kopf zur Seite. Carol, was verschweigst du mir? Nichts, sagte sie mit einem nervösen Lachen. Dies war wohl kaum der richtige Moment, um Evans Wissensdurst in Bezug auf Aiden Hart zu erwähnen. Vorher wollte sie sich darüber klar werden, was sie selbst davon hielt. Ich muss den Zusammenhang mit Tyler finden. Wer immer diese Viper ist, er spielte jedenfalls schon früher in Tylers Leben eine Rolle. Und ich muss die Teams auf den Straßen herumfragen lassen, ob jemand von der Viper gehört hat. Ich gebe es zu. Ich genieße jede Minute. Dass die Bullen wie verrückt hier herumrennen, weil ich eine der ihren habe verschwinden lassen. Die Schlagzeilen in der Abendzeitung und ein Leitartikel, der über die obere Etage der Polizei herzieht, weil sie eine Polizistin in Gefahr gebracht haben, ohne sie hinreichend abzusichern. Natürlich haben sie Paula McIntyre nicht wegen ihrer Unfähigkeit, sondern wegen meiner Überlegenheit verloren. Aber ich verzeihe den Medien diesen mangelnden Durchblick, denn er dient dazu, die Polizei noch machtloser zu machen. Und Macht ist genau wie Energie begrenzt. Wenn eine Seite sie verliert, profitiert jemand anders davon. Und in diesem Fall bin das ich. Ich habe die Macht, sie zu manipulieren, zu frustrieren und als Dummköpfe dastehen zu lassen. Meine Macht ist überall um mich herum sichtbar. Selbst wenn ich allein zu Hause bin, erlaubt mir die wunderbare moderne Technik den unmittelbaren Genuss des Anblicks von Paulas Angst und Schrecken. Und mein angelernte Affe bringt mir in regelmäßigen Abständen die Videokassetten. Während ich herrlich nackt auf dem Sofa liege, kann ich auf meinem Fernseher oder Bildschirm beobachten, wie erniedrigt und hilflos sie da liegt. Ich kann anordnen, was immer mit ihr gemacht werden soll. Ich liebkose meinen Körper und stelle mir ihren Mund an meiner Haut vor, der tut, was ich befehle. Ihre Augen, die nur mir gefallen wollen, sind angstvoll auf mich gerichtet. Die Fantasie kann so viel besser sein als die Realität, die einen so oft enttäuscht. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, mir mein Vergnügen zu nehmen, wenn es sich mir bietet. Ich hatte schon immer eine Vorliebe und ein Talent dafür, Frauen dazu zu bringen, dass sie das tun, was ich möchte. Aber im Vergleich zu dieser Übung in vollkommener Beherrschung waren das nur Appetithäppchen. Bald werden die Klingen in ihre Scheide schneiden. Das Blut wird in einer Lache zwischen ihren Beinen stehen und ihr Körper wird sich in rasendem Schmerz winden und drehen. Manchmal spiele ich eines der anderen Videos ab. Eines von denen, wo die Sache ganz bis zum Ende durchgespielt wird. Aber die lassen mich zu schnell kommen und ich muss dann wieder von vorne beginnen und mich an Paula erfreuen. Meine einzige Sorge ist, wie ich danach noch eine Steigerung erreichen kann. Carol war in Tempelfields herumgelaufen und hatte mit den Polizisten gesprochen, die noch immer von Tür zu Tür gingen und Passanten befragten. Es konnte nie schaden, die eigenen Leute vor Ort zu ermutigen und ihnen zu zeigen, dass auch sie selbst genauso viel Zeit wie sie investierte. Als sie mit einem der jungen Mitarbeiter in Uniform sprach, bemerkte sie, dass die Smart in einen hell erleuchteten Torweg auf der anderen Straßenseite trat. Carol beendete ihre Unterhaltung mit einem Schulterklopfen und ging über die Straße ins Stance Café. Dee saß schon mit einem Becher Tee und einer Zigarette alleine an einem Tisch. Carol setzte sich ihr gegenüber und lächelte. Hallo Dee. Dee verdrehte die Augen. Hören Sie, ich hab alles gesagt. Sie verderben mir das Geschäft, wissen Sie das? Und ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Dee. Aber etwas Neues hat sich ergeben, das wollte ich kurz mit Ihnen besprechen. Hat Sandy jemals jemanden erwähnt, der Viper hieß? Dee starrte sie an. Der offene Mund ließ eine Reihe unappetitlicher fleckiger Zähne mit Füllungen sehen. Viper? Carol zuckte entschuldigend mit der Schultern. Ich weiß, es hört sich lächerlich an. Dee schüttelte ungläubig den Kopf. Ausgerechnet Sie fragen mich nach der Viper? Carol wurde aufmerksam. Diese Reaktion hatte sie nicht erwartet. Die Skepsis war nicht durch den Spitznamen ausgelöst worden, sondern durch die Tatsache, dass gerade Carol diese Frage stellte. Sie wissen, von wem ich spreche, sagte Carol, denn ihr war klar, dass sie recht hatte. Dee höhnte. Meinen Sie, ich sage, dass Ihnen ausgerechnet Ihnen? Das machte keinen Sinn. Was soll das heißen, ausgerechnet mir? Dee antwortete nicht. Sie setzte sich auf dem Stuhl zurück, als wolle sie einen deutlichen Abstand zwischen sich und Carol schaffen. Aber Carol ließ nicht locker. Es wäre ihr unmöglich gewesen, etwas anderes zu tun. Dee, wenn sie irgendetwas wissen, sollten sie es mir sagen. Das Leben einer Frau steht auf dem Spiel und ich meine es wirklich ernst. Wenn ich sie wegen Behinderung der Polizeiarbeit verhaften lassen muss, werde ich es tun. Dee drückte ihre Zigarette aus und stand auf. Sie glauben, sie können mir mit ihren Drohungen Angst machen? Hör zu, du Bullenweib! Es gibt Leute da draußen, vor denen habe ich viel mehr Angst, als vor allem, was du mit mir machen könntest. Carol sprang auf und versuchte sich zwischen Dee und die Tür zu drängen, aber Dee stieß sie zur Seite und raste los. Dee! rief Carol. Im Café wurde es still und alle Augenpaare richteten sich auf sie. Lass mich in Ruhe! Ich hab dir nichts zu sagen! rief Dee verzweifelt über die Schulter zurück und stürzte aus der Tür. Carol wurde tief rot, denn sie war sich bewusst jetzt allein im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie spürte eine Berührung am Arm und fuhr herum, bereit auf jeden loszugehen, der es mit ihr aufnehmen wollte. Tony, sagte sie verblüfft, ich hab dich nicht gesehen, verfolgst du mich? Sie fragte sich einen verrückten Moment lang, ob er es sich zur Aufgabe gemacht hatte, sie zu beschützen. Nein, Carol, ich bin nur unterwegs gewesen und denke dabei nach. Er führte sie an einen Ecktisch im hinteren Teil, wo er bei einem Café gesessen und die Stimmung auf sich hatte wirken lassen, als Carol kam. Du hast nichts wahrgenommen, außer der Frau, mit der du geredet hast, sagte er. Das war die smart, die sich mit Sandy das Zimmer geteilt hat? Carol verschränkte die Arme vor der Brust. Ich hab's verkorkst. Sie weiß etwas und jetzt wird sie es mir verdammt noch mal ganz bestimmt nicht sagen. Was genau hat sie denn gesagt? Carol schloss die Augen und rief sich mithilfe ihres perfekten Erinnerungsvermögens an Gespräche alles ins Gedächtnis. Sie sagte, meinen sie, ich sage das ihnen, ausgerechnet ihnen? Und dann sagte sie, sie glauben, sie können mir mit ihren Drohungen Angst machen? Hör zu, du Bullen Weib, es gibt Leute da draußen, vor denen habe ich viel mehr Angst als vor allem, was du mit mir machen könntest. Interessant, sagte Toni. In welcher Hinsicht? Bin noch nicht sicher. Es gibt da etwas, dem ich auf der Spur bin, aber ich bin noch nicht ganz so weit, sagte er langsam. Carol wusste, dass es nichts bringen würde, ihn jetzt zu drängen. Seine Hypothesen klangen manchmal, als seien sie dem Gehirn eines Irren entsprungen, aber nie gab er sie preis, bevor sie eine endgültige Form angenommen hatten. Sie würde eben warten müssen, so frustrierend das auch sein mochte, wenn ein Leben auf dem Spiel stand. Es wäre schön, wenn es bald so weit wäre, murmelte sie. Sie fragte sich, wann genau der richtige Moment kommen würde, um Tony zu sagen, sein Chef sei vielleicht ein Serienmörder. Sam Evans glaubte nicht daran, dass man durch Glück weiterkam. Nur Trottel glaubten das. Er vertraute auf harte Arbeit und darauf, Vorbereitung zu treffen und dann den rechten Augenblick zu nutzen. Das war der Unterschied zwischen großem Erfolg und ewigem Herumhängen, mit dem man es nie zu etwas brachte. Man musste sich eben etwas suchen, was einem einen Vorsprung verschaffte. Und das hatte Evans den ganzen Tag getan. Er wollte unbedingt, dass Carol Jordan ihn von ihrer Abschussliste strich. Er fand es in Ordnung, insgeheim gegen sie zu arbeiten, aber er wollte nicht, dass sie dasselbe mit ihm machte. Trotz der Monotonie seiner Aufgabe hatte er also seine Fühler ausgestrickt, um wenigstens irgendetwas Außergewöhnliches aufzuspüren. Tony Hilds Bericht über Tyler und die Viper schien ihm den gesuchten Durchbruch zu ermöglichen. Es wäre toll, wenn er jemanden finden könnte, auf den diese Beschreibung passte. Es war dunkel und kalt in den Straßen von Tempelfields geworden und er hatte immer noch keinen Ansatzpunkt gefunden. Aber gerade als er schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, spürte er an dem Prickeln auf seiner Stirn, dass sich da etwas tat. guckte zu hastig weg und zitterte. Und Evans hätte wetten können, dass das nicht an der kalten Nachtluft lag. Gehen wir doch was trinken, du und ich, sagte er, nahm sie am Ellbogen und führte sie in den nächstliegenden Papp. Er fand einen Tisch in der Nähe des Hinterzimmers und fragte sie, was sie trinken wolle. Als er mit dem Bacardi Breezer und dem Guinness für sich selbst zurückkam, war sie noch da. Woher kennst du Paula denn? fragte er. Sie nahm einen Schluck aus der Flasche und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. Dabei sah sie aus wie zwölf. Sie war nett zu mir, nachdem Jackie gestorben ist. Sie erinnerte mich an Jackie, weißt du? Also sie war lieb, aber trotzdem hat sie Klartext geredet. Er legte eine Hand flach auf seine Brust und sagte ich bin Sam. Hi Sammy, ich bin Honey. Hat er sich also Paula geschnappt, der komische Kerl, der Jackie erledigt hat? Sie zog ein Päckchen Zigaretten heraus und bot ihm eine an. Sieht so aus. Ihr seid also wirklich darauf aus, ihn jetzt zu kriegen? Wir haben immer versucht, ihn zu kriegen. Du kanntest Jackie? Honey seufzte und stieß eine dünne Rauchwolke aus. Deshalb wollte Paula mit mir sprechen, um zu sehen, ob ich etwas darüber wüsste, wer sie um die Ecke gebracht hat. Sie hat mir sogar Fotos von ein paar Kerlen gezeigt, aber es war niemand dabei, den ich kannte. Evans wollte nicht locker lassen. Aber du hast seit damals Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ob Jackie vor irgendjemandem Angst hatte? Honey sah ihn spöttisch an. In diesem Gewerbe müsste man ja blöd sein, wenn man nicht die halbe Zeit vor Angst schlottern würde. Aber es gab jemand, der Jackie besonders belästigte. Evans schwenkte lässig das Bier in seinem Glas, bis der cremige Schaum am Rand hängen blieb. Nachdem ich mit Paula gesprochen hatte, erinnerte ich mich, dass Jackie mich einmal vor einem Freier gewarnt hat. Ich wollte in sein Auto steigen und sie hat mich praktisch wieder herausgezogen. Sie sagte, er hätte sie einmal geschlagen und rausgeschmissen, ohne zu bezahlen. Die Tür des Pubs ging auf und Jen Shields kam herein. Evans sah sie gleich aus dem Augenwinkel und schüttelte leicht den Kopf. Aber entweder sah sie es nicht oder sie wollte ihm etwas sagen, das so ein großer Geländewagen, ein schwarzer. Bei Evans klickte es. Der Mistkerl Aiden hart. Jen kam an den Tisch und setzte sich. Honey schrack zusammen, als hätte man sie mit einer Peitsche geschlagen. Sie griff nach ihren Zigaretten und fing an, von der Bank zu rutschen. Jen hob die Hand, um sie zurückzuhalten. Ist schon in Ordnung, Honey, ich bin nicht mit Ja, naja, ich muss los, meine Miete verdienen. Bis dann, Sammy. Scheiße, sagte er, als Honey verschwand und wieder auf die Straße hinausging. Ich dachte, ich käme weiter mit ihr. Jen sagte bedauernd, tut mir leid, Kumpel, dass ich bei der Sitte arbeite, hat eben Vor- und Nachteile. Wie geht's? Evans schob das halbvolle Glas von sich. Er würde seine Gedanken niemandem mitteilen. Langsam geht's voran und führt zu dir? Genauso. Niemand hat je von Tony Hüls Viper gehört. Keine Prostituierte, kein Zuhälter und auch kein Freier. Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Evans stand auf, Jen ging neben ihm her. Ich sehe immer wieder Paulas Gesicht vor mir. Es verfolgt mich. Wie glaubst du, stehen die Chancen, dass wir sie lebend finden? Jen schloss einen Moment die Augen. Meine ehrliche Meinung? Ja. Ich halte das, was Tony Hill redet, für Quatsch. Ich glaube, sie ist bereits tot. Tony saß an seinem Schreibtisch und starrte auf die Stadt hinaus, die sich über den Hügel zum Zentrum von Bradfield hinunter erstreckte. Zehnen Informationen in seinem Kopf allmählich ein sinnvolles Bild zusammen. Carol davon zu überzeugen, würde allerdings um einiges schwieriger sein, dachte er. Er sah ihren Wagen anhalten und rannte hinunter, um ihr aufzumachen. Es schockierte ihn, wie mitgenommen sie aussah. Du siehst kaputt aus, sagte er, trat zur Seite und ließ sie hereinkommen. Bei der Suche nach Paula kommen wir nicht weiter. Don und Jen streiten sich, weil Jen sagt Paula sei eine Lesbe und Don behauptet das Stimme nicht. Und Sam Evans glaubt, dass er einen wundervollen Erfolg einfahren wird. Die einzige, die mich nicht zum Wahnsinn treibt, ist Stacy. Allerdings nur deshalb, weil sie ausschließlich mit Computern spricht. Sie zog ihren Mantel aus und warf ihn über den Endpfosten des Treppengeländers. Wie weit sind wir? Willst du was trinken oder bist du noch im Dienst? Ja, zu beidem, aber ich gehe heute Abend nicht mehr ins Büro zurück, außer es tut sich etwas mit Paula. Gehen wir in die Küche, ich mache eine Flasche auf. Während Toni die Gläser holte und füllte, machte Carol es sich am Küchentisch bequem. Im geschickten Verpacken von Neuigkeiten war Toni noch nie gut gewesen. Seine Vortragsweise war immer Polizisten stoßen oder auf jemanden, der eng mit der Polizei zusammenhängt. Carol hielt ihre Hand auf dem Weg zum Mund plötzlich an. Vorsichtig stellte sie ihr Glas ab. Das ist ja allerhand so eine Behauptung. Es macht Sinn. Ich glaube nicht, dass Derek Tyler sich diese Verbrechen ausgedacht haben kann. Er ist eigensinnig, aber auch sehr leicht zu beeinflussen. Wenn er eine Prostituierte aus freien Stücken hätte töten wollen, hätte er es nicht so angestellt. Es wäre auf der Straße passiert mit einem Messer oder einem zerbrochenen Backstein. Es hätte jede Menge Spuren gegeben. Er ist kein so raffinierter Spieler wie unser Mörder. Aber Derek Tyler wurde auch nicht angeschwärzt. Und so kommen wir zu Viper. Denn eine psychologische Tatsache lässt sich nicht von der Hand weisen. Derek Tyler hätte irgendjemand anders hat die Strippen gezogen. Und wenn jetzt Tyler der Drahtzieher ist? Wenn er jemanden veranlasst, die Verbrechen zu begehen, damit er den Rest der Zeit nicht absitzen muss? Sie wusste, dass sie ihm von Hart erzählen sollte. Aber sie wollte sehen, wo er ohne Beeinflussung durch ihren Verdacht hin steuerte. Toni schüttelte den Kopf. Glaub mir, Carol, ich wenn also die Viper hinter all dem steckt, warum sollte sie dann zwei Jahre bis zum nächsten Mord warten? Toni schloss die Augen und legte die Handflächen auf den Tisch. Weil ich vorsichtig bin. Weil ich will, dass sich die Lage beruhigt. Weil es seine Zeit dauert, bis sich ein weiterer Derek Tyler findet. Weil ich mir nicht selbst die Hände schmutzig machen will. Weil das Vergnügen darin besteht, zweierlei Macht auszuüben. Nicht nur Macht über das Opfer, sondern auch die Macht über den Killer. Und dieses Mal auch die Macht über die Polizei. Er machte die Augen auf. Aber hauptsächlich, weil ich nicht erwischt werden will und es einige Zeit dauert, die Dinge so einzurichten, dass ich soll. Die will uns nicht verraten, was wir über die Viper wissen wollen. Und sie sagt es uns nicht, weil sie uns nicht zutraut, dass wir sie schützen können. Das deutet entweder auf jemanden bei der Polizei oder auf jemanden, dem die Polizei Beistand schuldet. Jemanden im Team oder vielleicht auf einen Informanten. Carol schüttelte in den Kopf. Tony sank auf seinem Stuhl zusammen. Er hatte sich wirklich angestrengt, allerdings hatte er eigentlich nicht erwartet, dass Carol sich darauf einlassen würde. Tu mir einen Gefallen. Lass es dir durch den Kopf gehen. Sie trank ihr Glas aus und nahm die Flasche. Ich danke dir, dass du dich so engagierst, wirklich. Aber ich glaube, du liegst weit daneben, sagte sie. In Ordnung, sagte er. Nicht die Theorie, Toni, die ist sehr klug. Aber wen du in Verdacht hast, da liegst du daneben, sagte sie. Ratlos hielt er plötzlich inne, als er das Glas halb zum Mund geführt hatte. Was habe ich übersehen? Es ist jemand, der die Fertigkeit hat, einen anderen Menschen durch Gehirnwäsche zu lenken. Jemand, der Kontakt zu Derek Tyler hat und sicherstellen kann, dass der niemals verrät, was da umgebracht wurde, in Temple Fields war. Toni riss die Augen auf. Was soll das heißen, Carol? Ich meine, dass Aiden Hart besser zu dem Profil passt als irgendein Polizist. Toni lachte. Aiden Hart? Du willst mich wohl verkohlen? Aiden Hart hatte an dem Abend, an dem Sandy Foster starb, Sex mit ihr. Wir haben seinen Wagen aufgespürt und er hat es zugegeben. Er hatte ein Alibi für die Zeit, in der der Mord geschah, deshalb habe ich es nicht weiter verfolgt. Aber Sam Evans blieb dran und er hat entdeckt, Hart zwei bis dreimal die Woche mit Prostituierten zusammen ist. Ich meinte auch, das sei kein Grund für einen Verdacht, aber wenn du recht hast und dieselbe Person beide Mordserien inszeniert hat, ist das Alibi Stimmen. Der Mann ist ein Karrieremacher und Hans Wurst. Oder vielleicht hat er einfach die Fähigkeit, eine falsche Fassade vorzutäuschen, sagte Carol. Mit gedankenvoll gerunzelter Stirn nahm Toni einen großen Schluck. Das haut nicht hin, Carol. Es passt nicht zu dem, was die gesagt hat. Es gibt keinen Grund, dass sie wissen sollte, wer hart ist und schon gar nicht, dass sie eine Scheißangst wissen wir über die Vorgeschichte ihrer psychischen Verfassung. Ein Mann mit Hart's Macht könnte doch bei ihr bestimmt Wahnvorstellungen diagnostizieren und sie einliefern lassen. Toni sah skeptisch drein. Ich weiß nicht. Er sprang auf und ging auf und ab. Warte mal, sagte er triumphierend. Vor zwei Jahren, als Derek Tyler aktiv war, da war Hart nicht hier. Er war noch in Ramturi. Er hat die Stelle noch nicht einmal ein Jahr. Er kann nicht der Mann hinter Derek Tylers Verbrechen gewesen sein. Carol starrte ihn an. Bist du sicher? Kann es nicht sein, dass er zwischendurch hierher geschickt wurde, um am Bradfield Moor auszuhelfen? Ich bin so sicher, wie ich es nur sein kann. Aber es wird für dich nicht schwierig sein, das zu überprüfen. Toni setzte eine bedauernde Miene auf. Tut mir leid, dir einen Tatverdächtigen zu nehmen. Sie seufzte, weil sie nicht ganz überzeugt war, aber auch kein Gegenargument hatte. Mist, naja, wenigstens werde ich mich jetzt nicht bei Brandon lächerlich machen. Sie trank aus. Ich muss schlafen. Es war ein elender Tag. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Er ging mit ihr zur Haustür. Auf der Schwelle drehte Danke, sagte sie. Wofür? Er war überrascht. Sie grinste. Du bist doch der Psychologe. Sieh mal zu, dass du selbst drauf kommst. In Paulas hell erleuchtetem Gefängnis gab es weder Tag noch Nacht, sondern nur eine unendliche stumme Helligkeit. Als sie die Augen schloss, schien das Licht rot durch die Augenlider und erinnerte sie an das Meer von Blut, in dem Sandy Foster und Jackie Mayall wie Inseln lagen. Ihr Kopf tat weh. Ein stumpfer Schmerz, der am Schädelansatz begann und wie die Vorhut einer feindlichen Armee nach oben kroch, bis ihr Gehirn sich anfühlte, als müsse es platzen. Sie hatte auf ihre Gedanken keinen Einfluss mehr. Etwas kam ihr in den Sinn, doch bevor sie es genauer überdenken konnte, entglitt es ihr wieder oder verwandelte sich in etwas anderes. Manchmal konnte sie sich kaum erinnern, wer sie war und wie sie an diesen Ort gekommen war. Ihre Gliedmaßen kamen ihr so schwer vor, als gehörten sie zu einem viel größeren, weicheren Wesen. Aber das war leichter zu ertragen, als die quälenden Krämpfe, die ihr in unberechenbaren Abständen durch Arme und Beine schossen. Der einzige klare Gedanke, an dem Paula noch festhalten konnte, war die Gewissheit, dass jemand kommen würde. Sie wusste nicht mehr, wer es sein würde, aber sie wusste, dass es früher oder später, so oder so, zu Ende gehen würde. Es gab bei der morgendlichen Besprechung jämmerlich wenig mitzuteilen, und das wussten alle. Die Entschlossenheit vom Morgen des Vortags hatte jetzt einen Anflug von Verzweiflung. Alle wussten, dass mit jeder Stunde, die vergingen, die Chancen, Paula noch liebend zu finden, sich dramatisch verringerten. Wir werden anhand der Daten von der Steuerbehörde weitersuchen, sagte Carol und versuchte, so energisch wie möglich zu klingen. Ich möchte, dass wir mit jedem Vermieter und jedem Mieter innerhalb des zu durchsuchenden Gebietes auf dieser Karte sprechen. Ich weiß, es ist wie beim Schuss mit einer Schrotflinte, aber bis wir etwas gefunden haben, das es näher eingrenzt, werden wir tun, was immer notwendig ist, um Paula zu finden. Außerdem fragen Sie bitte in jedem Gespräch, das Sie führen, ob der Befragte schon einmal von jemandem gehört hat, der Viper genannt wird. Sie war sich der skeptischen Reaktionen im Raum durchaus bewusst. Es ist mir klar, dass sich das merkwürdig anhört, aber es ist ein wertvoller Hinweis. Derek Tyler schweigt seit zwei Jahren. Obwohl es möglich ist, dass er eine bösartige Absicht verfolgt, meint Dr. Hill, dass er nicht genug Grips hat, um uns in dieser Sache zu täuschen. Behalten Sie das also im Hinterkopf. Die gute Nachricht von der Gerichtsmedizin ist, dass wir DNA nicht rein genug, um sie für einen Vergleich mit der Nationalen Datenbank zugrunde legen zu können. Allgemeines Stöhnen. Aber, sagte sie und hob die Stimme, wir können sie nutzen, um entsprechende Personen auszuschließen. Und man hat mir gesagt, wenn wir den Richtigen erwischen, wird es genug Übereinstimmungen geben, dass man das Ergebnis als Beweis gelten machen kann. Sie drehte sich um und zeigte den detaillierten Plan von Temple Fields. Da irgendwo ist sie. Lasst uns losgehen und Paula finden. Sam rief Carol in dem allgemeinen Durcheinander. Er wandte sich ihr mit einem fragenden Blick zu. Ein Moment bitte. Er bahnte sich gegen den Strom einen Weg zu ihr. Ja, Ma'am, sagte er eifrig. Bitte holen Sie die Akten der Fälle von vor zwei Jahren heraus. Die Morde von Derek Tyler. Genau. Als wir Tyler verhaftet hatten, kam alles andere zum Stillstand. Sie und ich, wir werden einen durchgehen und nach Maßnahmen fanden, die geplant waren, aber dann nie durchgeführt wurden. Evans versuchte Begeisterung zu heucheln, sehr überzeugend wirkte er aber nicht. Bevor Carol Gelegenheit hatte, etwas zu sagen, sah sie John Brentons vertraute Gestalt, die sich durch das Gedränge vorwärts bewegte und sich einen direkten Weg zu ihr bahnte. Gehen Sie, Sam, sagte sie entschlossen. Brenton war bei ihr und führte sie auf die Seite. Carol, ist Toni über die Ermittlungen voll informiert? Ja, Sir. Ich glaube, wir brauchen ein offizielles Profil von ihm. Ich habe um zwölf eine Pressekonferenz und würde gerne etwas vorlegen, das so aussieht, als machen wir gewisse Fortschritte. Sie versuchte, sich die angedeutete Kritik nicht zu Herzen zu nehmen. Brenton entfernte sich und nahm Büro machte. Carol sah sich um, welcher ihrer Mitarbeiter gerade in ihrer Nähe war und rief Jen? Jen sah von den Unterlagen auf, die sie las, schaute zu Carol herüber und kam dann zu ihr. Gibt's etwas zu tun für mich? Können Sie Dr. Hill finden und ihn bitten herzukommen? Klar, haben Sie versuchen Sie es in Bradfield Moor. Es war erst halb zehn, aber Carol fühlte sich, als hätte sie schon einen ganzen Arbeitstag hinter sich. Manchmal sehnte sie sich fast nach der Verkehrspolizei. Tony musste sich mit einem Patienten beschäftigen, dessen Psychose seine ganze Konzentration und Aufmerksamkeit erforderte. Eine Stunde später verließ er mit gesenktem Kopf und ohne auf seine Umgebung zu achten sein vorbeikam, aber er war schon fast am Ende des Korridors, als endlich etwas davon in sein Bewusstsein drang. Jen Shields stand vor seinem Büro an die Wand gelehnt und grinste. Ein ungutes Gefühl ergriff ihn plötzlich. Ist etwas passiert? Sie stieß sich von der Wand ab. Nein, das ist unser Problem. Mr. Brandon möchte ein Profil haben, damit er etwas hat, was er den Raubtieren vorwerfen kann. Ich soll sie zurückfahren. Als sie auf dem Parkplatz ankam, war Toni überrascht, dass sie nicht auf ein stinknormales Auto zusteuerten, sondern auf einen niedrig auf der Straße liegenden japanischen Sportwagen, einen Zweisitzer. Er stöhnte, als sie auf das Gaspedal trat und auf den schmalen Weg hinaus flitzte. Was bringt es ihnen? fragte Jen, während sie knirschend die Gänge wechselte. Was bringt mir was? fragte er verwirrt. Warum geben sie sich mit den Irren in Bradfield Moore ab? Sie könnten ihr Leben mit dem Erstellen von Profilen und einer Lehrtätigkeit verbringen. Warum geben sie sich für einen Hungerlohn mit dem Abschaum ab? Er dachte einen Moment nach. Hoffnung, sagte er schließlich. Was heißt das? Hoffnung? Unterschätzen sie die Macht der Hoffnung nicht. Und außerdem fügte er hinzu, mache ich das gut. Wenn man weiß, dass man etwas besser kann als die meisten in diesem Fach, gibt einem das eine gewisse Befriedigung. Finden sie nicht auch? Sie nahm eine scharfe Kurve so schwungvoll, dass er gegen die Tür fiel. Danke für das versteckte Kompliment, sagte sie. Und ihre Irren? Helfen sie ihnen bei ihren aktuellen Fällen, für die sie Profile erstellen? Er grinste. Es ist vielleicht seltsam, aber ich verlasse mich lieber auf mein eigenes Urteil. Das heißt allerdings nicht, dass sie mir nicht hier und da zu einer zufälligen Einsicht verhelfen. Dass ich mir zum Beispiel die Opfer näher anschauen sollte und das, was sie verbindet. Das ist nicht schwer, alle wahren Huren. Außer Paula. Jen hielt an der Kreuzung der Hauptstraße an und warf ihm bei der Gelegenheit einen verwirrten Blick zu. Aber sie sah wie eine aus. Wenn Blicke töten könnten, würden sie es wahrscheinlich tun, er lächelte über ihre Verwirrung. Es gibt etwas anderes, was sie gemeinsam haben. Was denn? Wenn ihre Mission als Mörder wäre, auf den Straßen aufzuräumen, würden sie vielleicht denken, Polizisten wegzuschaffen, sei für die Gesellschaft genauso nützlich, wie Prostituierte aus dem Weg zu räumen. Aber das würde natürlich nur Sinn machen, wenn Paula eine korrupte Polizistin wäre. Man kann auf mehr als eine Art korrumpierbar sein. Ah ja, ich habe gehört, dass sie diese Entdeckung zum Besten gaben. Don Merrick war wohl bei dem Gedanken Das ist so typisch, oder? So ein hübsches Mädchen, wie kann sie nur eine Lesbe sein? Aber trotzdem, sie haben es gemerkt, sagte Toni. Andererseits nehme ich an, das sollten sie auch. Was soll das heißen? Man muss eine sein, um eine zu erkennen. Das sagt man doch, oder? Sie warf ihm einen kurzen Blick zu. Was bringt sie darauf, dass ich Lesbe bin? Wegen Sie meinen, ich hasse Männer? Was für ein Klischee. Das habe ich nicht gesagt. Sie behandeln uns alle mit genau der gleichen Mischung aus Belustigung, Charme und Verächtlichkeit. Es spielt keine Rolle, ob wir attraktiv oder hässlich, klug oder einfältig sind. Sie machen keinen Unterschied. Über unsere beruflichen Kontakte hinaus sind sie nicht an uns interessiert. Es könnte sein, dass sie einer jener Menschen sind, die sich einfach nicht für Sex interessieren. Egal welchen Geschlechts, aber das glaube ich nicht. Ich spüre ein gewisses sexuelles Charisma. Beantwortet das ihre Frage? Sie bremste leicht und sah zu ihm hinüber. Danke, dass sie sie ernst genommen haben. Zufällig haben sie recht. Und ich habe recht in Bezug auf Paula. Und sie fanden es fair, mit anderen darüber zu sprechen? fragte Toni eher neugierig als kampflustig. Na hören sie, sie sind doch der jenige, der sagt, wir sollten auf jeden Aspekt der Opfer achten. Meinen sie, dass es eine Rolle spielt, dass sie eine Lesbe ist? Daran habe ich keinen Augenblick gedacht. Es schien mir einfach nicht relevant, sagte er ohne großes Interesse. Es kann einen auf der Straße angreifbar machen, außer Art von Abweichung kann die gleiche Auswirkung haben. Rasse, Behinderung, das sind alles Dinge, die die Menschen irgendwie ausgleichen müssen. Bei jeder Expedition in die menschliche Psyche, die er unternommen hatte, kam für Toni ein Augenblick, in dem sich etwas von entscheidender Bedeutung zusammenfügte und allem einen Sinn verlieh. Endlich glaubte er zu verstehen. Und er wusste auch, es war vollkommen aussichtslos, Carol oder sonst jemanden zu überzeugen. Da er nicht wollte, dass Jen seine Reaktion bemerkte, sah er aus dem Beifahrerfenster. Ja, wahrscheinlich. Für Evans und Jen muss es genauso schwierig sein, sagte er beiläufig. Ich weiß nicht, ich habe sie nie gefragt. Was? Keine Solidarität unter Minderheiten? fragte Toni. Ich habe nichts gegen sie, aber ich habe auch nichts mit ihnen gemeinsam. Warum sollte ich alles klar. Ich nehme also an Brandon braucht sein Profil schon gestern. Deshalb hat er jemanden geschickt, um mich holen zu lassen. Wir kommen mit nichts anderem voran. Carol kämpft mit Sam sogar alte Derek Tyler Fälle durch, um zu sehen, ob sich jetzt nicht noch irgendwelche ungeklärten Einzelheiten finden lassen. Glauben sie, dass man Paula noch lebend finden wird? fragte Toni. Ehrliche Antwort? Ehrliche Antwort. Ich glaube, sie ist schon tot. Ich glaube, er macht sich einen Spaß mit uns. Mehr als alles andere, was er an diesem Tag gehört hatte, trieben diese Worte die Angst wie ein Messer in Tonys Herz. Evans und Jordan machten sich an die Arbeit, den Papierberg zu den alten Ermittlungen abzutragen. Eine halbe Stunde später wurden sie von einem Mann von der Spurensicherung unterbrochen. Sind Sie DCI Jordan? fragte er. Wir haben die Papierkörbe im Zielgebiet der Fahndung durchsucht und das Mikrofon und das Funkgerät gefunden, das DC McIntyre trug, sagte er und klang äußerst zufrieden mit und sie nahm nebenbei wahr, dass Jen und Tony hereinkam. Das Kabel zwischen Mikrofon und Funkgerät ist durchgeschnitten. Auf dem Funkgerät sind zwei unvollständige Fingerabdrücke. Wir arbeiten noch daran, sollten aber bald sagen können, ob sie zu irgendetwas in der Datenbank passen. Tony blieb diskret im Hintergrund, aber Jen legte Mantel und Tasche bei ihrem Schreibtisch Platz und wartete anscheinend, bis Carol mit ihm sprechen konnte. Wie lange wird es dauern, bis sie ein Ergebnis bekommen? fragte sie. Von niemandem bemerkt beugte sich Tony hinunter und machte Jans Handtasche auf. Er schub die Hand hinein und tastete darin herum, bis er ihr Schlüsselbund fand. Dann schloss er die Hand um die Schlüssel, zog sie geräuschlos heraus und steckte sie in seine Hosentasche. Schwer zu sagen, antwortete der Mann von der Spurensicherung. Es kommt darauf an, wie intensiv das System durch Anfragen beansprucht ist. Tony stand auf. Ich gehe mir nur einen Kaffee holen. Carol nahm seine Worte kaum wahr. Können Sie es extra dringend machen? Hab ich schon, hörte Tony den Mann sagen, als er das Büro verließ. Tony eilte ins Erdgeschoss in den vorderen Aufnahmebereich der Polizeistation. Am Schalter blieb er einen Augenblick stehen. Wissen Sie, wo der nächste Schlüsseldienst ist? fragte er. Der Mann in Zivil hinter dem Tisch überlegte einen Moment. Wenn Sie ins Einkaufszentrum um die Ecke gehen, ist einer ganz hinten im Untergeschoss. 15 Minuten später ging er unbekümmert auf Jens Sportwagen zu. Er setzte seinen Kaffee auf dem Boden ab, schloss den Wagen auf und steckte die Schlüssel ins Zündschloss. Dann machte er sich auf den Weg zurück zum Einsatzzentrum. Er betrat gerade den Raum, als Jen ihre Tasche auf ihrem Schreibtisch ausleerte. Sie sah frustriert aus. Sie haben nicht gesehen, was ich mit meinem Schlüssel gemacht habe, oder? Tony kratzte sich am Kopf haben, sagte er. Scheiße! Jen schaufelte alles in ihre Tasche zurück, griff sich ihre Jacke und rannte los. Tony nahm ein Taxi. Er zog den Zettel aus der Tasche und gab dem Fahrer eine Adresse an. Dann ließ er sich in den Sitz zurücksinken und starrte in die Ferne. Er war so in seine Gedanken vertieft, dass er es nicht einmal bemerkte, als er laut vor sich hin zu sprechen begann. Auch der nervöse Blick des Fahrers in den Rückspiegel entging ihm. Es interessierte ihn einzig und allein, wie die Psyche des Mörders tickte. Du hast nicht bekommen, was du wolltest, murmelte er. Die böse Fee hat dir bei der Taufe ein beschissenes Schicksal und dazu den Verstand mitgegeben, zu sehen, dass es beschissen war. Also hast du gelernt, wie man Macht an sich reißt und die eigene Schwäche versteckt. Du willst erst mal Vergeltung üben und deine Schwäche hinter einer vorgetäuschten Stärke verbergen. Aber früher oder später zeigen sich Risse. Du fängst an, selbst nicht mehr an deine Wirkung zu glauben. Du musst einen Weg finden, um dich wieder aufzubauen. Einen Weg, mit dem du mehr Macht an dich reißen kannst. Du wirst die Stimme. Er nickte zufrieden. Das machte Sinn. Es beruhte auf einem logischen Zusammenhang, auf einer wirren Logik allerdings, aber immerhin. Zuerst holst du dir Macht von den Schwachen. In Derek findest du einen Zuhörer. Du bringst ihn dazu, dass er deinen Befehlen gehorcht. Du lässt ihn deine Beute holen und bestimmst jede Bewegung in diesem Marionettenspiel. Aber Derek verpfuscht die Sache und du bist wieder am Punkt Null angelangt. Und es dauert lange, den Willen eines anderen nach deinem eigenen zu formen. Aber schließlich hast du es erreicht. Du findest eine andere Psyche, die du dominieren, einen anderen Kopf, den du beherrschen kannst. Und es fängt wieder von vorne an. Dann bekommst du die Chance auf Gegner deines eigenen Kalibers zu treffen. Und da kannst du nicht widerstehen, was? Seine Überlegungen wurden durch die besorgte Stimme des Taxifahrers unterbrochen. Ist alles in Ordnung? fragte er. Toni beugte sich vor. Eigentlich nicht, sagte er. Aber bald, hoffe ich. Ich halte um die Ecke von dem Dreckloch an, wo er wohnt. Ich sehe in die Spiegel nur für den Fall, dass mich jemand beobachtet. Dann nehme ich die Pistole aus dem Handschuhfach und genieße es, wie sie in der Hand liegt. Ich fühle, wie mein Herz schneller zu klopfen beginnt, denn ich habe dies noch nie Auge in Auge getan und bin neugierig, wie ich mich dabei fühlen werde. Karl trägt nur graue, schlabberige misstrauisch, aber als er sieht, dass ich es bin, hält sich seine Miene auf. Hi, sagt er mit doofem Lächeln auf seinem schmierigen Gesicht. Ich hatte sie nicht erwartet. Er tritt zurück, um mich hinein zu lassen. Es ist ein feuchtes, unordentliches Zimmer. Das Bett ist nicht gemacht, die Kleider liegen in Haufen aufeinander, Britney Poster an der Wand. Es riecht nach Masturbation jedes Mal, wenn ich hier war, hat es mich deprimiert, dass ich keinen besseren auftreiben konnte. Ich ziehe die Waffe heraus und freue mich über die panische Angst, die auf seinem Gesicht erscheint. Er ist nicht besonders helle, aber selbst er weiß, was eine Pistole bedeutet, wenn sie an seinen Kopf gesetzt wird. Ich dränge ihn rückwärts auf sein Bett zu. Ich hab gemacht, was sie gesagt haben. Ich hab es niemand gesagt, wimmert er. Seine Beine stoßen an das Bett Gestell und er taumelt rückwärts. Er kriecht ans Kopfende des Betts. Jetzt weint er. Ich verspreche es ihnen, ich verrate sie nicht. Ich hole die Stimme aus mir heraus, die auf die er programmiert ist und der er gehorcht. Leg dich hin, Karl. Leg dich hin und alles Ich bin die Stimme. Ich bin deine Stimme. Was immer ich dir befehle, ist das Beste für dich. Ich bin deine Stimme, Karl. Leg dich hin. Und es funktioniert. Sein Unterbewusstsein besiegt die Panik und er tut, was ihm befohlen wird. Er zittert und schwitzt, aber er tut, was ihm befohlen wird. Ich nehme das Kissen, lege es neben seinen Kopf und drücke den Waffe hinein. Seine Augen sind weit offen und voll Vertrauen. Ich bin die Stimme, erinnere ich ihn noch einmal. Ich bin deine Stimme und ich drücke ab. Carol sah von der Akte auf, die sie las und erkannte in dem Mann, der gerade ins Einsatzzentrum trat, einen der Spezialisten für Fingerabdrücke. Wir haben ein Resultat, sagte er. Wer ist es? fragte sie, stand auf und nahm dem Kriminaltechniker das Blatt aus der Hand. Carl McKenzie, 26, Besitz von Cannabis, Ecstasy, unsittliche Entblößung. Ich kenne ihn, ein kleiner Straßendealer, sagte Kevin. Er ist oft in Stans Café. Letzte bekannte Adresse, Wohnung Nummer 4, Grove Terrace 7, Bradfield, sagte Carol. Kommen Sie, Kevin, wir fahren los. Stacy, holen Sie Ihren Mantel. Wir nehmen meinen Wagen, rief Kevin. Ich habe Blaulicht. Und schon steckten sie mitten in der Rushhour. Kevin drückte auf die Hupe, das Blaulicht blinkte und die anderen Fahrer begriffen, dass sie zur Seite fahren mussten. Aber trotzdem kam es ihnen vor, als kämen sie nur entsetzlich langsam voran. Carol kaute auf der Haut ihres Daumennagels herum. Bitte, lieber Gott, lass uns Carl McKenzie finden und bitte, lieber Gott, mach, dass er uns zu Paula führt. Tony zahlte das Taxi und stand eine Weile vor dem Haus, um es auf sich wirken zu lassen. Es war ein modernes, alleinstehendes Backsteinhaus, das zu einem deprimierend, fantasielosen neuen Baugebiet am Rande der Innenstadt gehörte. Es nahm den mittleren Teil am Ende einer Sackgasse ein und bot so freie Sicht auf alle eventuell die Straße befahrenden Fahrzeuge. Das überraschte ihn keineswegs. Die Viper würde in jeder Hinsicht volle Kontrolle über ihre Umgebung haben müssen. Er ging den Weg hinauf und probierte den Schlüssel für das Steckschloss. Zuerst ließ er sich nicht drehen, aber Tony wackelte ein bisschen daran herum und der Riegel schnappte zurück. Der erste Sicherheitsschlüssel passte nicht, aber der zweite ließ sich leicht herumdrehen. Die bisherigen Beweise für seine Überzeugung waren nicht ausreichend, um auf einen Polizisten Eindruck zu machen. Er konnte sich Carols Gesicht vorstellen, wenn er sagen würde, es war die Art und Weise, wie Jen Shields über Macht und Schwäche sprach. Ihre Verachtung der Wehrlosen. Und dann würde er auf Carols Gesicht sehen, wie sie zwischen dem Wunsch, ihm zu glauben und dem Beharren auf greifbaren Beweisen schwankte. Eigentlich gab es noch etwas, aber das war genauso vage. Gleich von Anfang an hatte ihn das Durchschneiden des Kabels argwöhnisch gemacht. Wenn Paula es bemerkt hätte, hätte sie sofort alles in Bewegung gesetzt. Da sie es nicht bemerkt hatte, musste es ohne langes Herumtasten erfolgt sein. Der Entführer hatte sich offenbar nicht auf bloßes Experimentieren und Glück verlassen müssen. Er hatte Bescheid gewusst. Und das grenzte den Verdacht auf Carol und ihr Team ein. Zuerst hatte er eher an Chen oder Evans gedacht, die offensichtlichsten Außenseiter. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie sich im Lauf der Jahre ihre Ressentiments ansammelten, wenn sie sich einer Organisation gegenüber als machtlos betrachteten, die unerbittlich darauf ausgerichtet war, anderen die Kontrolle zu übergeben. Bei Chen schien ihm der Ansatz wegen ihrer Manie für Computer besonders vielversprechend. Mit Menschen umzugehen und zu kommunizieren fiel ihr nicht leicht, was sie, sollte sie die Mörderin sein, dazu verleitet haben könnte, sich einer ausführenden Person zu bedienen. Auch Evans hatte etwas Kaltes an sich, eine Distanz, die vermuten ließ, dass es ihm vielleicht Spaß machte, andere für seine Zwecke auszunutzen. Und dann war ihm aufgegangen, dass Jen nicht nur eine weitere Außenseiterin war, sondern auch eine einzigartige Verbindung zu Paula hatte. Deshalb hatte er am Vormittag die Unterhaltung in eine Richtung gelenkt, von der er hoffte, sie würde ihm mehr über sie sagen. Und das war auch geschehen. Dann hatte er sich erinnert, dass Carol erwähnt hatte, Jen sei dabei gewesen, als Paula ihre Verkleidung auswählte. Niemand war also in einer besseren Position, sich zu vergewissern, dass das Kabel da war, wo es sein sollte. Daher war er hier und vertraute ganz allein auf seinen instinktiven Verdacht. Er knipste das Licht im Flur an. Es war ein Risiko, aber es brachte nichts, sich hier im Dunkeln aufzuhalten. Der Boden war überall mit dickem, cremefarbenem Teppich bedeckt. Auch das Wohnzimmer und die Treppe waren damit ausgelegt und er war makellos sauber. Er sah auf seine Füße hinunter und erblickte ein paar Pantoffeln an der Haustür. Nichts aus der Welt da draußen sollte diesen Ort beflecken. Er ging durch das Wohnzimmer, stand auf der Schwelle, nahm alles in sich auf und vertiefte dann den ersten Eindruck durch eine genauere Betrachtung. Es war ein großes Zimmer, aus dem ein Bogengang von der Sitzecke zu einem Esstisch führte. Zwei große, cremefarbene Couchen dominierten den ersten Teil des Raums, jede mit vier exakt platzierten, dunkelroten Samtkissen versehen. Ein Flachbildfernseher beherrschte eine Ecke des Zimmers, darunter DVD-Player und Videogerät. Auf der anderen Seite des Kamins waren Bücherregale eingebaut. Toni ging hinüber, um sie anzusehen, wurde aber von dem Laptop auf dem Esstisch abgelenkt. Er ging unter dem Bogengang durch, öffnete den Laptop und schaltete ihn an. Während er wartete, bis er hochgefahren war, ging er zu den Bücherregalen zurück. Es muss doch eine Aufzeichnung geben, murmelte er. Die unteren Borde enthielten Videos, die oberen Bücher. Die meisten Bücher waren Lesbenromane. Von billigen, kitschigen Groschenheftchen bis zu ernsterer Literatur wie Sarah Waters, Ellie Smith und Jeanette Winterson. Gar nicht dazu passend gab es ein Dutzend zerlesener, gebundener Krimis von John Buchan. Auf dem obersten Bord standen juristische Lehrbücher und Polizeihandbücher. Er bückte sich, um die Videos zu studieren. Amerikanische Cop-Shows wie CSI, NYPD Blue und Law & Order nahmen den größten Platz ein. Obwohl es auch ein paar Klassiker für Lesbierinnen wie Bound und Show Me Love gab. Er nahm ein paar Kassetten heraus, alle waren in den dazugehörigen Hüllen. Es muss doch eine Aufzeichnung geben, sagte er noch einmal, ging zum Computer zurück und betrachtete ihn. Das Problem war, dass er von Technik nicht viel verstand. Er sah sich im Raum um, aber man konnte hier unten nichts verstecken. Wo immer die Marionettenspielerin die Aufzeichnung ihrer Machtspiele aufbewahrte, hier waren sie jedenfalls nicht. Karl McKenzie lag ausgestreckt auf dem Bett. Blut und Gehirnmasse waren auf das Bettzeug und die Wand hinter ihm verspritzt. Die Luft war vom schweren, salzig-metallischen Blutgeruch erfüllt. Seine rechte Hand hielt eine Pistole in den lose um den Griff gekrümmten Fingern. Ein Schuss an der rechten Schläfe, Waffe in der Hand, sagte Carol automatisch. Gott nein, rief Kevin. Scheiß Kerl, warum konntest du uns Paula nicht vorher zurückgeben? Sieht nach Selbstmord aus, sagte Stacy. Carol beugte sich vor, um die Leiche auf dem Bett genau zu betrachten. Ich sehe nur keine Schmauchspur um die Wunde herum. Sie legte ihren Handrücken auf seinen Arm. Er ist noch warm. Sehr praktisch, verdammt nochmal. Stacy runzelte die Stirn. Praktisch? Für wen? Für den, wer immer das sein mag, der uns glauben machen will, dass Karl McKenzie clever genug war, eine Mordserie zu planen und eine Polizistin zu entführen. Das verstehe ich nicht. Seine Fingerabdrücke waren doch auf Paulas Funkgerät. Meinen Sie, er hat mit jemandem zusammengearbeitet? Carol seufzte. Nicht mit jemandem, Stacy? Für jemanden. Der untadelige, cremefarbene Teppichboden bedeckte auch die Böden im oberen Stockwerk des Hauses. Das Zimmer direkt vor ihm war offenbar das größere Schlafzimmer. Er durchsuchte die Schublade des Nachttischs. Ein Dildo und ein kleiner Analdildo. Nichts sonderlich Bemerkenswertes, fand er. Eine Wand des Zimmers schien fast nur aus Türen zu bestehen. Toni probierte die erste und stand in einer kleinen, ans Zimmer anschließenden Dusche. Aber nirgends war ein Versteck zu sehen. Die nächste Tür führte in einen begehbaren Kleiderschrank, der sich über die ganze Länge des Raums erstreckte. Langsam durchschritt er ihn und ging dabei flüchtig die Kleider durch. Kostüme, Hosen, Jacken, Blusen, Abendkleider. Alles sauber und gebügelt, manche Sachen waren noch in den Schutzhüllen der Reinigung. Er kniete nieder, um hinter den Schuhen nachzusehen. Als er dazwischen herumtastete, kamen seine Finger mit kaltem Metall in Berührung. Und er entdeckte einen Aktencontainer, der in eine Nische der Wand zurückgeschoben war. Da haben wir's ja, keuchte er, zog ihn ans Licht und versuchte den letzten Schlüssel, den er hatte machen lassen. Das Schloss drehte sich so leicht, dass man auf häufigen Gebrauch schließen konnte. Toni öffnete den Deckel und erhoffte sich mehr als nur einen Stoß Pornozeitschriften. Sam Evans hatte es satt. Er war nicht einmal sicher, was er eigentlich tun sollte. Jen Shields hatte ein halbes Dutzend Leute zurückgeschickt nach Temple Fields, um noch einmal ein Gebiet durchzukämmen, das sie seiner Meinung nach schon untersucht hatten. Er beschloss, eine kurze Pause zum Auftanken ins Stance Café zu machen. Der Café war schrecklich, aber wenigstens war die Stimmung dort nicht ganz so deprimiert wie auf der Polizeistation. Als er die Straße entlang und auf die Kneipe zuging, sah er Hanni auf dem Gehsteig stehen und auf Kunden warten. Hallo Mädel, wie geht's? sagte er lässig. Hi Sammy, sagte sie. Willst'n Kaffee? Er hatte das letzte Mal im Papier gedacht, sie würde ihm etwas anvertrauen. Aber als Jen Shields aufgekreuzt war, war bei ihr der Rollladen runtergegangen. Vielleicht konnte er sie jetzt dazu bringen, ihre Hemmungen abzulegen. Du kannst mir ein spätes Frühstück spendieren. Er grinste. Schon immer hatte er es bewundert, wenn jemand Mumm hatte. Dann komm. Ein paar Minuten später stürzte sich Hanni mit der Begeisterung eines halb verhungerten Hundes auf eine riesige Portion Gebratenes. Weißt du noch neulich, als wir uns unterhalten haben? fragte er. Sie nickte. Ich hatte das Gefühl, dass du mir etwas sagen wolltest. Und dann ist die S. Shields aufgetaucht und du bist verschwunden. Hanni schluckte und versuchte so, Zeit zum Überlegen zu gewinnen. Dann sagte sie. Die widert mich an. Er zuckte die Schultern. Sie tut doch nur ihre Arbeit, genau wie ich. Hanni sah ihn ungläubig an. So nennt man das? Die Unterhaltung entwickelte sich nicht ganz so, wie Evans erwartet hatte, aber seine Stärke war ja, ein guter Zuhörer zu sein, besonders wenn es sein angehäuftes Wissen erweiterte. Und was heißt das? warf er ein. Hanni richtete den Blick zum Himmel. Na komm, Sammy. Erzähl mir doch nicht, dass du keine Ahnung von der Sitte und allem hast, was sie so nebenbei mitnehmen. Zuerst begriff er nicht. Meinst du, dass Jen Shields käuflich ist? Sie nahm ein Stück Speckschwarte zwischen ihre kleinen spitzen Zähne. Nicht so, wie du denkst. Sie bringt manche der Mädchen dazu, mit ihr Sex zu haben. Evans mochte Jen nicht besonders, aber er hielt sie für eine gute Polizistin. Na jetzt hör aber auf, Hanni, widersprach er. Hanni legte Gabel und Messer hin und sah zugleich ernst und elend aus. Mich hat sie auch genommen. Mit dem Gesicht nach unten auf einem Tisch. Total derb und rücksichtslos. Mit der Faust ist sie rangegangen. Ich konnte tagelang nur ganz krumm gehen. Ein anderes Mal hat sie mir eine Colaflasche in den Hintern gesteckt. Hast du eine Ahnung, wie verdammt gruselig das ist, wenn eine Glasflasche in einen reingesteckt wird? Solche Dinge mag deine nette Kollegin. Er merkte es, wenn er die Wahrheit hörte, wollte es aber immer noch nicht akzeptieren. Ich finde, das ist alles ziemlich unglaubhaft, Hanni. Ihr Mund zuckte und wurde bitter und verkniffen. Genau deshalb kommt sie ja schon so lange damit durch. Ihr wollt diesen Mist nicht hören, wenn es um jemand von euch geht. Du hättest dich beschweren sollen. Ja, super. Als ob irgendjemand glauben würde, dass eine nette Polizistin sich an eine Schlampe wie mich ranmachen würde. Sie nahm ihr Besteck und machte sich über eine Scheibe geröstetes Brot her, tunkte sie in das Eigelb und kaute zornig darauf herum, dass es krachte. Ist das anderen Frauen auch passiert? Soweit ich weiß, waren es nur ein paar. Sie ist wählerisch. Und wir sind uns im Klaren, dass wir am besten die Klappe halten, wenn wir nicht verhaftet und in eine Zelle gesteckt werden wollen. Wir alle hassen sie. Sie besabbert uns und zwingt uns, sie zu küssen. Es ist krank. Und man weiß nie, wann sie kommt und wie da was will. Aus heiterem Himmel kommt sie angeschlängelt und verspritzt ihr Gift. Deshalb nennen wir sie die Viper. Das erste, was er aus dem Aktencontainer zog, war ein dünner Stoß Fotos. Toni sah sofort, was auf dem obersten Bild war. Jackie Mayall, die mit ausgestreckten Gliedmaßen auf dem Bett lag, wo sie gestorben war. Aber es war nicht so viel Blut zu sehen, wie er in Erinnerung hatte. Auf den folgenden beiden Bildern war die Blutlache größer. Die beiden letzten Schnappschüsse zeigten einen Absperrband am Rand. Auf einem Bild stand jemand von der Spurensicherung mit einem Lineal in der Hand am Bett. Offizielle Tatortfotos und ganz und gar inoffizielle. Es gab noch mehr Fotos, diesmal von Sandy Foster. Und darunter fand er eine Handvoll DVDs. Er setzte sich in die Hocke und starrte sie an. Erinnerung, sagte er leise vor sich hin. Er dachte daran, Carol anzurufen, aber das Bedürfnis, alles genau zu wissen, sicher zu sein, war stärker. Er sammelte alle Fotos zusammen und ging zum Esstisch hinunter. Dort setzte er sich vor den Laptop und öffnete das DVD-Laufwerk. Leer. Er wollte gerade eine der DVDs einlegen, als ihm einfiel, dass es sich lohnen könnte, nachzusehen, welche Websites Jen als Favoriten gespeichert hatte. Er klickte auf ihren Internetbrowser, dann auf das Piktogramm für ihre Favoriten. Ihre Bank, die Seite der BBC, Amazon, etwas, das sich Lesbeout.uk nannte. Und eine Adresse, die einfach Webcam hieß. Der Bildschirm wurde schwarz. Dann erschien ein verwischtes Bild, Sekunden später wurden die Pixel zu einem scharfen Bild und Paula McIntyre war klar auf der Bildfläche zu sehen. Zuerst war ihm nicht klar, ob sie tot oder lebendig war. Kein Blut war zu sehen, was eine Wohltat war. Er sah stirnrunzelnd den Bildschirm an und versuchte herauszufinden, wie er das Bild vergrößern und ob er irgendwie ausmachen konnte, woher das Bild kam. Er war so vertieft, dass er überhaupt nicht bemerkte, dass sich die Sackgasse herauf Scheinwerfer näherten und das Geräusch eines Automotors zu hören war, das nur einige Meter vom Haus entfernt abbrach. Carol stützte sich mit der freien Hand gegen die Wand, als wolle sie sich unbewusst gegen die Informationsflut schützen, die aus dem Hörer auf sie einstürzte. Sind Sie sicher, Sam? sagte sie und wusste doch rein gefühlsmäßig, dass er recht hatte, dass Tony recht gehabt hatte und dass dies die schlimmste aller denkbaren Möglichkeiten für Paula McIntyre war. Diese Gewissheit setzte sich langsam in ihren Gedanken fest und stellte einen sinnvollen Zusammenhang zwischen all den losen Fäden her. Ich bin so sicher, wie ich nur sein kann, sagte Evans ernst. Wo ist sie jetzt? fragte Carol. Ich weiß nicht, ich habe sie seit Stunden nicht mehr gesehen. Wir müssen sie finden. Geht raus und seht zu, ob ihr sie aufspüren könnt. Fragt, wer sie gesehen hat. Aber gebt es nicht über Funk weiter, ist das klar? Ja. Gute Arbeit, Sam, sagte Carol und wusste, dass ihm sonst niemand danken würde. Sie legte auf und hätte sich am liebsten ganz klein zusammengerollt und geheult. Aber das würde bis später warten müssen. Chefin? sagte Kevin besorgt. Carol wusste, dass seine Besorgnis in Wirklichkeit nicht ihr galt, aber das verziehe sie ihm. Die Viper, sagte sie. Ein Straßenmädchen hat Sam den Namen genannt. Kevin strahlte. Aber das ist doch eine tolle Nachricht. Nein, gar nicht, sagte Carol tonlos. Sie wandte sich ab und begann die Treppe hinunter zu laufen. Stacey? rief sie. Und sie auch, Kevin. Kommt mit. Kevin holte sie am Wagen ein. Stacey folgte ihm. Wer ist es? drängte er. Carols Gesicht zuckte vor Schmerz. Jen Shields, sagte sie. Kevin lachte ungläubig. Das ist doch ein schlechter Scherz. Da hat jemand mit ihr eine Rechnung offen. Sam behauptet, dass es stimmt, sagte sie mit schwerer Stimme. Ich hätte auf Toni hören sollen, fügte sie hinzu und fuhr sich durchs Haar. Er sagte, es stecke jemand von der Polizei dahinter. Ich wollte ihm nicht glauben. Wir haben noch immer lediglich die Behauptung einer Prostituierten, sagte Kevin, während er sich einen Weg durch den Verkehr bahnte. Und es macht keinen Sinn. Carol seufzte, als trüge sie alle Last der Welt auf ihren Schultern. Oh doch, es macht Sinn. Es ist das Erste, was Sinn macht, seit diese ganze verdammte Sache angefangen hat. Toni klickte eine weitere Schaltfläche an und hoffte, dass er so einen Hinweis bekommen würde, wo das Material der Webcam herkam. Er wusste, dass es höchste Zeit war, Carol anzurufen. Stacey Chen war für diese Aufgabe viel geeigneter als er. Er wollte sein Mobiltelefon herausnehmen, hatte aber kaum die Hand wieder aus der Tasche gezogen, als er hinter sich eine leise Stimme hörte, die sein Blut in den Adern gerinnen ließ. Sie sind hier eingebrochen. Ich habe das Recht auf meiner Seite. Jen Shields stand kerzengerade nur einige Zentimeter von ihm entfernt und hielt fast lässig ein glänzendes Messer in der Hand. Ihr Blick war kalt und entschlossen. Ihre ganze Haltung drückte planvoll beherrschte Gewaltbereitschaft aus. Wird ein bisschen schwierig sein, mit Notwehr zu argumentieren. Alle wissen doch, dass ich ein Schwächling bin. Sie verzog verächtlich die Lippen. Ich glaube, das Argument werde ich nicht zu bringen brauchen, weil niemand weiß, dass Sie hier sind, oder? Carol weiß es, sagte er beiläufig, damit es überzeugender klang. Sie schüttelte den Kopf. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass Sie ganz in meiner Gewalt sind, Dr. Hill. Sie war daran gewöhnt, zu dominieren, dachte er. Die einzige Möglichkeit, ihr zu entkommen, war, ihr die Macht zu nehmen. In der Theorie ganz schön. Aber sein Problem war, dass er jämmerlich wenig Spielraum dafür hatte. Das ist doch nicht Ihr Stil, Jen, versuchte es zunächst einmal. Aus irgendeinem Grund fand sie das amüsant. Meinen Sie? Es ist doch viel zu hautnah. Sie mögen es doch, wenn jemand anders die Drecksarbeit macht. Sie zog eine Augenbraue hoch. Wollen Sie damit sagen, ich hätte etwas mit diesen Morden zu tun? Fragte sie, und ihr Engelsgesicht nahm einen Ausdruck gekränkter Unschuld an. Es sind Ihre Morde, Jen. Sie sollten stolz darauf sein. Interessante Arbeit. Das mag ja sein. Aber ich habe nichts damit zu schaffen, Dr. Hill. Derek Tyler hat vier Frauen umgebracht. Und ein Kretin, der Karl McKenzie heißt, hat drei weitere Nachahmungsmorde begangen, bevor er aus Reue heute Nachmittag Selbstmord beging. Oh Gott, sie hat ihn selbst umgebracht. Diese Erkenntnis traf Tony mit der Gewalt eines Blitzschlags. Er sah seine eigenen Chancen dahin schwinden. Aber er musste es trotzdem versuchen. Kommen Sie, Jen, es bringt nichts jetzt zu lügen. Karl McKenzie hat keine drei Morde verübt. Paula McIntyre ist auf jeden Fall noch am Leben. Sie wissen offensichtlich mehr als ich. Vielleicht sind Sie derjenige, der hinter all dem steckt. Vielleicht haben Sie mir das angehängt. Vielleicht sind Sie derjenige, der mir all das kranke Zeug geschickt hat. Sie unterschätzen den Gegner. Das ist ein Fehler, der mehr Leute zu Fall bringt als jeder andere. Sie schnaubte verächtlich. Was gibt es da zu unterschätzen? Wir wissen beide, auf wessen Seite die Macht ist. Ich bin Polizistin. Und Sie? Sie sind ein ziemlich komischer kleiner Typ. Nein, nein, Sie missverstehen mich. Ich bin nicht Ihr Problem. Ihr Problem ist Carol Jordan. Ich habe mit ihr über meinen Verdacht gesprochen. Gut, sie hat mich ausgelacht. Aber wenn mir etwas passiert, wird sie hinter Ihnen her sein. Sie sagte spöttisch, vor Carol Jordan habe ich keine Angst. Das meinte ich ja damit, dass Sie den Gegner unterschätzen. Sie sollten Angst vor ihr haben, denn ganz anders als Sie meinen, hat sie keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Sie wird sich nicht hinter einem armen, unfähigen Trottel wie Derek Tyler oder Carl McKenzie verstecken. Sie wird sie stellen, und zwar auf die schlimmste Art und Weise. Das Risiko gehe ich ein. Er wandte sich ab. Sollten Sie nicht. Sie sind zu sehr daran gewöhnt, dass Sie andere dazu bringen, etwas für Sie zu riskieren. Wo wollen Sie hin? schrie sie, plötzlich die Beherrschung verlierend. Er sah zu ihr zurück. Ich habe keine Lust, weiterzureden. Sie sind schon Geschichte, und ich gehe nach Haus. Schlagartig schoss sie vorwärts, packte ihn am Arm und drehte ihn zu sich herum. Dann fuhr das glänzende Messer zwischen ihnen durch die Luft und suchte sein Ziel. Sobald Carl das Messer aufblitzen sah, musste sie handeln. Sie packte den Türgriff und stürzte halb laufend, halb fallend in die Küche. Sie sah, wie Jen auf Toni einstieß, wobei die Waffe aber von den beiden Kämpfenden verdeckt wurde. Sein Mund öffnete sich zu einem qualvollen Schrei. Lassen Sie das Messer fallen, schrie Carol verzweifelt, so laut sie konnte, während sie mit ein paar Schritten die Küche durchquerte. Beim Klang ihrer Stimme zögerte Jen so lange, dass Toni aus der Reichweite des Messers wegtaumeln konnte. Carol schoss vorwärts und prallte mit Jen zusammen, sodass beide als wirres Knäuel um sich schlagender Gliedmaßen krachend zu Boden gingen. Zuerst hatte Carol keine Ahnung, wo das Messer war und suchte einen Halt, um Jens Handgelenk auf den Boden pressen zu können. »Lassen Sie mich los!«, schrie Jen. »Sie tun mir weh!« Sie bäumte sich unter Carol auf. Dann war plötzlich Toni neben ihr auf dem Boden und drückte mit den Knien Jens Schultern herunter. Aus einer Hand, die er gegen die Brust presste, floss Blut. »Das Messer liegt auf dem Boden, Carol«, sagte er. Keuchend lockerte Carol etwas den Druck, hielt aber Jen mit ihrem Gewicht weiter regungslos auf dem Boden fest. »Sie machen einen großen Fehler!«, ächzte Jen. »Das glaube ich nicht!«, sagte Carol. »Jen Shields? Ich verhafte Sie wegen Verdachts auf Verabredung zum Mord!« »Sie kapieren wohl überhaupt nichts!«, brüllte Jen. »Sparen Sie sich das für die Vernehmung auf! Sie müssen nichts sagen!« »Carol, hören Sie!«, sagte Jen und nahm alle Kraft zusammen, um ihrer Stimme einen Ton sicherer Selbstbeherrschung zu verleihen. »Ich bin das Opfer! Sie müssen mich anhören!« Carol starrte Jen Shields ungläubig an. »Sie sind das Opfer? Quatsch! Wo ist Paula?« Jens Stimme nahm einen warmen, leiseren Ton an. »Ich habe keine Ahnung, Carol.« »Warum fragen Sie nicht Dr. Hill?« »Wie ich schon sagte, ich bin hier das Opfer.« Ich kam nach Hause und stellte fest, dass er in meine Wohnung eingebrochen war. Er tippte auf meinem Laptop herum. Ich nahm ein Küchenmesser, um mich gegen den Eindringling zu verteidigen. »Netter Versuch, Jen«, sagte Tony angestrengt. »Carol, es gibt da eine Übertragung von einer Webcam. Sie hat es unter ihren Favoriten gespeichert. Es ist Paula. Sie ist noch am Leben.« »Steht dabei, wo sie ist?« Er schüttelte den Kopf. »Vielleicht kann Stacy etwas finden.« Jen fuhr fort, als hätten die beiden gar nicht gesprochen. »Wie gesagt, Carol, ich habe ihn hier in meiner Wohnung überrascht. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht.« »Halt die Klappe«, sagte Carol wütend. Sie wählte Kevins Nummer. »Kevin, kommen Sie sofort herauf. Bringen Sie Stacy mit. Verlangen Sie einen Krankenwagen, die Spurensicherung und Unterstützung von der Schutzpolizei.« »Sie werden sich ganz schön blamieren, Carol«, sagte Jen mit einem mitleidigen Lächeln auf den Lippen. Eine anerkannte Polizistin, die für Tapferkeit ausgezeichnet wurde und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem FBI gesammelt hat, verteidigt sich in ihrer Wohnung gegen einen Einbrecher, einen Eindringling, der ihr eine Verwicklung in einen Mord anhängen will. »Nur um den fast schon ruinierten Ruf der Frau zu retten, die er liebt.« »Das wird sich vor Gericht sehr eindrucksvoll ausnehmen.« »Meinen Sie nicht?« Carol wünschte sich, sie könnte ihre Ohren verschließen und das hinterhältige, giftige Gefasel aus Jen Shields Mund von sich fernhalten. Sie musste nicht weiter zuhören, weil Kevin und Stacy kamen. Sie rief sie mit einer Kopfbewegung zu sich. »Legen Sie Ihr Handschellen an und informieren Sie sie über Ihre Rechte, Kevin«, sagte sie. Toni ließ sich auf einen Stuhl plumpsen und hielt die Hand gegen seinen blutdurchtränkten Pullover gepresst. »Ist es schlimm?«, fragte sie. »Es hört nicht auf zu bluten.« Schweißtropfen erschienen auf seiner Stirn. Carol eilte in die Küche und schnappte sich zwei Handtücher von den Haken. Sie faltete sie mehrfach und sagte ihm, er solle sie auf den langen Schnitt drücken, der quer über seine Hand lief. Nach ein paar Minuten blitzte Blaulicht am vorderen Fenster auf. »Komm, steh auf«, sagte Carol. Bis die Sanitäter Toni in den Krankenwagen brachten, hatte Kevin Jen zu einem Polizeiauto geführt, wo er sie auf den Rücksitz verfrachtete. Stacey wollte gerade mit ihm einsteigen, als Carol rief. »Ich brauche sie noch hier.« Stacey folgte ihr ins Haus. »Da steht ein Laptop, der Bilder mit Paula live von einer Webcam empfängt. Sie müssen unbedingt alles herausfinden, was Sie können, Stacey.« Die jüngere Frau nickte. »Ich sollte ihn wohl zum Revier mitnehmen,«, sagte sie. »Dort habe ich Zugriff auf meine diagnostischen Hilfsmittel.« »Gut, aber tun Sie es so schnell wie möglich. Paula lebt noch, und wir müssen alles tun, um sie zu finden, bevor sich das ändert,«, sagte Carol bedrückt. Sie sah zu, wie Stacey den Laptop zusammenpackte, und die Gedanken in ihrem Kopf jagten einander. Es hätte ihr Angst machen sollen, aber stattdessen erfüllte es sie mit Energie und Leben. Zweifellos war sie endlich wieder sie selbst. 15 Minuten später wandte sie sich an eine gemischte Gruppe von Kriminaltechnikern und Ermittlern. Wir müssen herausfinden, wo Paula ist. Es muss etwas geben, einen Mietvertrag, eine Rechnung von den Stadtwerken, irgendwas. Sie müssen schnell sein, aber auch keinen Spielraum lassen, das Ergebnis muss hieb- und stichfest sein. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie wichtig diese Durchsuchung ist. Tun Sie, was nötig ist. Nehmen Sie den Teppichboden hoch, schneiden Sie die Kissen auf, wenn es erforderlich ist. Es ist mir egal, wenn Sie die Wohnung wie einen Kriegsschauplatz hinterlassen. Aber finden Sie Paula. Das Krankenhaus hatte Toni in der irrigen Annahme entlassen, dass er direkt nach Hause und zu Bett gehen würde. Er warf einen letzten Blick auf Sam Evans' Notizen über sein Gespräch mit Honey, holte noch einmal tief Luft und betrat das Vernehmungsbüro. Jen Shields saß am Tisch und sah so entspannt aus, als würde sie die Vernehmung leiten. Als er den Raum durchquerte, wandte sie den Blick nicht von ihm ab. Nett, dass Sie kommen konnten, Dr. Hill, sagte sie. Ich denke mir, wir werden bald die Positionen gewechselt haben, sobald wir einen Kripo-Beamten, der nicht DCI Jordan ist, überzeugen können, sich die Beweislage anzusehen. Ich behaupte nicht, dass Sie beide unter einer Decke stecken. Nein, ich glaube sogar, Sie haben ganz auf eigene Faust gehandelt. Aber Sie haben es für Sie getan, und ich bin sicher, dass Sie sich verpflichtet fühlt, jetzt zu Ihnen zu halten. Sie sollten sich das für die Bandaufnahme aufsparen, sagte er freundlich und drückte die zwei Knöpfe. Er gab Datum, Uhrzeit und die Namen der Anwesenden an. Nur für das Band, sagte er, können Sie die Umstände darlegen, unter denen diese Befragung stattfindet? Gern. Ich habe gerade auf mein Recht auf einen Rechtsbeistand verzichtet, habe eine Unterredung mit der Polizei abgelehnt und gebeten, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Dr. Hill. Der Grund dafür ist, dass ich dem Mann persönlich gegenübertreten wollte, der in mein Haus eingebrochen ist und dort Beweise deponiert hat, die mich belasten würden. Ich glaube, ich bin noch nie jemandem begegnet, der so machtbesessen war, sagte Toni beiläufig. Wann kamen Sie an den Punkt, an dem Sie begriffen, dass Ihnen vom Leben eine beschissene Ausgangsposition zugeteilt worden war? Wie haben Sie erkannt, dass einem Macht nicht geschenkt wird, sondern dass man sie sich nehmen muss? Wie haben Sie herausgefunden, dass man anderen Menschen alle Macht wegnehmen kann? Wie lernten Sie die Hypnose-Techniken, die Sie bei Carl und Derek angewandt haben? Ich sage Ihnen, es wird von jetzt an recht schwierig für Sie werden, Jen. Weil es für Sie wie eine Droge ist, nicht wahr? Sie können es einfach nicht aufgeben, was? Selbst jetzt, wo Sie doch im Grunde wissen, dass alles vorbei ist, versuchen Sie immer noch, Ihre Machtspielchen zu treiben. Sie sind derjenige, dessen Karriere zu Ende ist, Dr. Hill. Sie sind in mein Haus eingebrochen. Toni schüttelte den Kopf. Ich hatte ja die Schlüssel, die Sie mir geliehen hatten. Warum sollte ich Ihnen meine Schlüssel leihen? Ich wollte mir Ihre NYPD Blue-Videos borgen und Sie wussten nicht, wann Sie Feierabend haben würden. Er setzte sich auf seinem Stuhl zurück. Jeder Erfindung, die Sie auftischen, kann ich etwas entgegensetzen. Aber ich habe eine Waffe, die Sie nicht übertrumpfen können und das ist die Wahrheit. Fangen wir doch mal mit Ihrem sexuellen Missbrauch von Prostituierten an. Er glaubte, ein kurzes Unbehagen über Ihr Gesicht huschen zu sehen, aber es war verschwunden, bevor er sicher sein konnte. Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Ich zahle nicht für Sex. Ich habe nicht behauptet, dass Sie für Sex zahlen. Wir haben die Aussage einer jungen Frau, Sie hätten sie zu gewalttätigem Sex genötigt, indem Sie sie mit der Festnahme bedrohten, falls sie nicht mitmachte. Jen lachte, ein entzücktes, glucksendes Kichern. Heute Abend kommen Sie alle aus Ihren Löchern gekrochen, was? Dr. Hill, eines der permanenten Risiken, wenn man für das Sittendezernat arbeitet, sind böswillige Beschuldigungen. Ich habe es nicht nötig, auf Nutten Druck auszuüben, um an Sex zu kommen. Ich glaube, alles in allem wird jedes Gericht der Aussage einer Polizistin mit Auszeichnung eher glauben, als dem Wort irgendeiner drogensüchtigen Hure. Das Risiko würde ich persönlich lieber nicht eingehen, sagte Toni gutmütig und ungezwungen. Kommen wir doch zu den konkreten Beweisen, die ich in ihrem Haus gefunden habe. Nicht nur der Computer-Gen. Ich habe ihre Sammlung gefunden, die Fotos, die CD-ROMs. Da sind doch bestimmt überall ihre Fingerabdrücke drauf. Sie seufzte und sah auf den Tisch hinunter. Da haben Sie mich kalt erwischt, Dr. Hill. Vielleicht ist es besser für mich, wenn ich jetzt einfach alles gestehe. Ja, ich habe das Material, von dem Sie sprechen. Aber ich habe mir nur vorzuwerfen, dass ich Beweise zurückgehalten habe. Das Material ist mir anonym nach Hause zugeschickt worden. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie das geschehen konnte? Ich weiß, ich hätte die Beweise weitergeben müssen, aber... Sie breitete entwaffnend die Arme aus. Was soll ich sagen? Stolz bin ich nicht darauf. Ich wollte mir einen Namen machen und diese Fälle selbst lösen. Ja, ich hätte die Beweise an DCI Jordan weitergeben sollen, aber ich wollte die Anerkennung für mich allein. Sie hob den Blick und zwinkerte ihm mit ihrem engelsgleichen Lächeln zu. Ich kann nur sagen, dass es mir sehr leid tut. Toni konnte sich einer leisen Bewunderung für sie nicht erwehren. Er hatte noch nie jemanden erlebt, der in einer solchen Situation nach außen so gelassen geblieben wäre. Er hatte viele eiskalte Psychopathen vernommen, aber nie eine solche absolute Selbstbeherrschung erlebt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Es muss eine kolossale Herausforderung gewesen sein, Derek und Carl dazu zu bringen, ihre Anweisungen so genau auszuführen. Ich habe in meiner Berufserfahrung geschickte Therapeuten gekannt, die mit Hypnose arbeiteten. Aber ich weiß nicht, ob einer von denen eine so intensive Kontrolle der Psyche und der Impulse bei anderen hätte erreichen können. Sie schüttelte mitleidig den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen, sagte sie. Ich hätte eher vermutet, dass sie die Geheimnisse ihres Erfolgs gern demonstrieren würden. Sie könnten eine Menge Geld damit verdienen, wenn sie die Fähigkeit vermitteln könnten, die totale Kontrolle über ein anderes menschliches Wesen auszuüben. Selbst wenn es sich um so jämmerliche Exemplare wie Carl und Derek handelt. Nichts. Keine Regung. Er schlug einen anderen Kurs ein. Es ist schade, dass Carl McKenzie tot ist. Ich bin sicher, er hätte viel Interessantes erzählen können. Das glaube ich auch. Und ich vermute, dass es mir noch mehr Leid tut als ihn, weil er mich entlasten könnte. Wenn diese Morde von irgendjemandem inszeniert wurden, übrigens bin ich mir nicht sicher, dass dies zutrifft, hätte Carl ihnen versichern können, dass ich es nicht war. Ein interessanter Gedanke, Jen, aber es gibt noch eine Person, die uns in Bezug auf diese Einzelheiten beruhigen könnte. Wenn ihm erst einmal klar ist, dass seine Stimme nicht dieses allmächtige Wesen ist, für das sie sich ausgibt, wenn er weiß, dass wir sie in Gewahrsam haben, wird Derek Tyler reden. Derek ist gesund und munter und er wird reden, das kann ich Ihnen versichern. Diesmal war ihr Lächeln grausam. In ihrem finsteren Blick lag ein bösartiger Humor. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Und zwar bei all diesen Dingen. Plötzlich durchfuhr Tony ein eisiger Schreck. Er sah das Bild von Jen in Bradfield-Moore gegen die Wand gelehnt vor sich. Wie lange hatte sie da schon auf ihn gewartet? War sie in der Nähe von Derek Tyler gewesen? Hatte sie die Chance gehabt, etwas in ihm zu aktivieren, das sie ihm vor langer Zeit suggeriert hatte? Was gibt's, Doc? fragte Jen und freute sich offen über die Verwirrung, die sie auf seinem Gesicht sah. Tony sprang auf und rannte zur Tür. Als 20 Minuten später sein Telefon endlich klingelte, ließ Tony es vor lauter Hass fast fallen. Ich bin's, sagte Carol. Schon diese Worte sagten ihm alles, was er wissen musste. Verdammt, sagte er. Hier in der Klinik ist alles in Aufruhr. Sie haben Tyler gerade tot in seinem Zimmer aufgefunden. Offenbar hat er seine Zunge verschluckt. Stacy brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass es nicht leicht sein würde, nur anhand eines Bildes auf dem Monitor die Stelle ausfindig zu machen, wo die Webcam war. Es zog ihr den Magen zusammen, ihre Kollegin so ausgestreckt und gefesselt liegen zu sehen. Einer der Kollegen vom Computerteam hatte die Aufgabe übernommen, alle leicht zugänglichen Dateien auf der Festplatte des Laptops zu durchkämmen. Bis jetzt hatte er nichts gefunden, außer einer deprimierenden Zahl von Hardcore-Pornobildern. Aber für Stacy war nicht so sehr das interessant, was sichtbar war. Sie wusste, dass eine so systematisch vorgehende Kriminelle wie Jen Shields bestimmt keine wichtigen Informationen als Beweise hinterlassen hätte. Trotzdem hieß das nicht, dass es nichts zu finden gab, und Stacy war entschlossen, es aufzuspüren. Nach einer Stunde intensiver Suche hatte sie nur drei Dateifragmente herausgefiltert, die nirgendwo hingehörten. Auf den ersten Blick sahen sie nach sinnlosen Wortfragmenten aus. Aber Stacy standen noch mehr Hilfsmittel zur Verfügung und es dauerte nicht lange, bis die durcheinandergewürfelten Symbole sich zu Bruchstücken von Worten und Ausdrücken zusammenfügten. Das erste Bruchstück brachte nichts Interessantes. Das zweite elektrisierte sie. Miete im Fora, Zion in Bar, ein Zimm, im Ausrufezeichen, Prozentzeichen, John Lane, Temple, Mecke. Während sich der Drucker in Bewegung setzte, rannte sie den Flur entlang zum Einsatzzentrum, wo eine detaillierte Karte von Temple Fields an der Wand hing. Sie fuhr die Straßennamen mit dem Finger nach. Da war es. Citroen Lane. Die Gasse hinter der Straße, wo Paula verschwunden war. Aufgeregt eilte sie zu ihrem Schreibtisch zurück. Die Symbole Ausrufezeichen und Prozentzeichen waren die Umschaltversion von 1 und 5. Sie hatte es gefunden. Carol legte den Kopf aufs Steuerrad und spürte, wie sich der Schmerz ihrer verkrampften Muskeln über die Schultern ausbreitete. Sie begriff Jen Shields nicht. Gegen wie viele Beweise versuchte diese Frau noch anzukommen? Sie hatte ganz klar all ihre Berufserfahrung genutzt, um die perfekte Serie von Ausreden und Erklärungen für jeden Aspekt ihrer kriminellen Aktivität zu finden. Mit all dem hätte Carol vielleicht noch leben können, wenn sie nur Paula nach Hause bekäme. Aber diese Aussicht schien jetzt nicht wahrscheinlicher als zu jedem anderen Zeitpunkt seit der Entführung. Müde richtete sie sich auf und ließ den Motor an, als ihr Telefon klingelte. Carol Jordan sagte sie teilnahmslos. Stacy sagte die Stimme. Ich hab's, glaube ich. Was haben sie? Carol wagte kaum es zu glauben. Wo Paula ist, eine Einzimmerwohnung in der Citroen Lane Tempelfields. Unter Karl McKenzies Namen angemietet. Wo Paula ist, eine Einzimmerwohnung in der Citroen Lane Tempelfields. Unter Karl McKenzies Namen angemietet. Wir haben sie an dem Abend damals durchsucht, aber Sergeant Shields hat den Suchtrupp angeführt und erklärt, alles sei in Ordnung. Carol spürte, wie die Aufregung ihr die Kehle zuschnürte. Danke, Stacy, brachte sie gerade noch heraus, bevor es ihr fast die Sprache verschlug. Ich übernehme. Kevin nahm beim zweiten Klingeln ab. Kevin, treffen Sie mich in Citroen Lane 15 Tempelfields. Bringen Sie ein Team mit. Geht nicht rein, bis ich dort bin. Ich wiederhole, nicht reingehen. Ist das klar? Sie legte auf und griff mit der anderen Hand nach dem Funkgerät. DCI Jordan, einen Krankenwagen zur Citroen Lane 15 Tempelfields. Ende. Das Zimmer war im dritten Stock. Wie Stacy gesagt hatte, war Jen Shields dafür verantwortlich gewesen, dass das Haus hinter dem Tor in der Mauer als durchsucht und unverdächtig abgehakt wurde. Doch auch wenn es ihr nicht gelungen wäre, die Suche dort selbst durchzuführen, hätten ihre Kollegen die Wohnung in der Eile leicht übersehen können. Irgendwann hatte einmal jemand eine Doppeltür eingebaut. Wenn die Tür auf dem Treppenabsatz geöffnet wurde, sah man einen flachen Schrank mit staubigen Fächern. Erst wenn man genauer hinsah, entdeckte man ein Schlüsselloch und einen versenkten Türgriff in einem der Fächer. Das Haus stand auf der Liste von Immobilien, deren Mieter noch von den Hausbesitzern erfragt werden mussten. Noch einen Tag später und sie hätten gewusst, dass Karl McKenzie etwas mit dieser Wohnung zu tun hatte. Kevin Matthews und Sam Evans warfen sich gegen die innere Tür. Sie zerbarst und Splitter und Staub flogen nach allen Seiten. Carol drängte sich vorbei und trat vor ihnen ein. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Auf den ersten Blick dachte Carol, sie seien zu spät gekommen. Paula lag reglos mit geschlossenen Augen auf dem Bett. Das Zimmer stank nach Schweiß und Urin. Nehmt ihr die Handschellen ab, befahl Carol und riss die Ecke des Betttuchs hoch, damit sie Paulas Blöße damit bedecken konnte. Evans eilte mit einem Bolzenschneider in der Hand an ihr vorbei. Oh Gott, Paula, stöhnte er, als er den Bolzenschneider unter die Kette der Handschelle zwängte. Die Sanitäter drängten herein. Carol beugte sich über Paula und strich ihr über die Stirn. Ihre Haut war warm und fiebrig und Carol frohlockte innerlich. Sie trat zurück, um die Sanitäter an ihre Arbeit gehen zu lassen, als das zweite Paar Handschellen unter Sam Evans kräftigen Händen aufsprang. Wie geht es ihr? fragte sie die Sanitäter besorgt, die mit der Untersuchung angefangen hatten. Sie lebt, aber sie ist sehr schwach, sagte einer, ohne den Blick von Paula abzuwenden. Ziehen Sie zu, dass ja nichts schief geht, sagte Carol und entfernte sich in Richtung Treppenabsatz. Sie holte ihr Telefon heraus und rief Tony an. Er nahm nach dem ersten Klingeln ab. Tony? Wie haben sie gefunden? Wir haben Paula gefunden. Lebt sie? Ja, sie lebt. Gott sei Dank, seufzte er. Tony stand noch immer vor dem Spiegel im Beobachtungsraum. Er wusste, dass er hoch erfreut über Paulas Befreiung sein sollte, aber er hatte nur das Gefühl einer bitteren Niederlage. Zu guter Letzt hatte er einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Eine Kriminelle, die anscheinend mühelos seinen bohrenden Fragen standhalten konnte. Die Techniken, die sie entwickelt hatte, um die Psyche anderer zu beherrschen, hatten ihr die Fähigkeit verliehen, auch ihre eigenen Reaktionen weitgehend zu kontrollieren. Vielleicht konnte er nach einer gewissen Zeit ihren Widerstand überwinden. Aber er hatte den Verdacht, dass ihm in ihrem Fall nicht viel Zeit vergönnt sein würde. Wenn es in dieser Sache je zu einer Verhandlung kam, würde sie charmant und glaubhaft sein und man würde sie wahrscheinlich für nicht schuldig erklären. Wenn sie verlor, konnte sie sehr wohl in eine geschlossene Anstalt kommen, aber er würde dafür sorgen, dass es eine war, die von seinem Arbeitsplatz sehr weit entfernt sein würde. Dass Paula überlebt hatte, war natürlich ein großer Trost. Was die menschliche Seite anging, hätte es gar nicht besser ausgehen können. Aber das wog nicht seine Niedergeschlagenheit auf, die er beim Anblick von Jen Shields Selbstzufriedenheit empfand. Er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, als er hörte, dass jemand anklopfte. Er ging zur Tür und machte auf. Ein uniformierter Polizist stand unsicher auf der Schwelle. Leider muss ich Sie stören, Dr. Hill, aber das ist gerade für Sie gekommen. Er hielt Toni ein kleines braunes Kuvert hin. Einer der Pfleger von Bradfield Moore hat es gebracht. Danke, sagte Toni, schloss die Tür und betrachtete den Umschlag. Sein Name stand in unregelmäßigen Großbuchstaben auf der Vorderseite. Er erkannte die Handschrift nicht, riss den Umschlag auf und zog ein dünnes Blatt billiges Schreibpapier heraus. Eine halbe Seite war mit den gleichen unregelmäßigen Großbuchstaben beschrieben. Darunter war die unbeholfene Unterschrift Derek Tyler zu lesen. Toni wagte seinen Augen kaum zu trauen. Lieber Dr. Hill, Detective Sergeant Jen Shields ist die Viper. Jen Shields hat mich dazu gebracht, es zu tun. Sie hat Bandaufnahmen für mich gemacht. Sie sind hinter dem Wassertank auf dem Dachboden in Romney Walk 7, wo ich früher eine Einzimmerwohnung hatte. Was ich getan habe, tut mir nicht leid, aber ich will nicht alleine alle Schuld dafür bekommen. Als er Carol die Nachricht gezeigt hatte, war sie wie eine Furie in das Haus gestürmt, das Tyler bis zu seiner Festnahme bewohnt hatte. All ihr Kummer und ihre Wut hatten in ihr den unverrückbaren Entschluss geweckt, Jen Shields endgültig zu überführen. Die Bänder waren noch da, drei Stockwerke über Tylers ehemaliger Wohnung, eingeklemmt zwischen dem Wasserbehälter und der Dachschräge. Ihre grausige Aussage war unwiderlegbar und unausweichlich. Der einzige Mensch, der diese Tatsache nicht anerkannte, war Jen. Aber das spielte keine Rolle mehr. Wer immer die Geschworenen sein mochten, jetzt würde sie keiner mehr freisprechen. Toni empfand ein schauderndes Mitgefühl für die Anstalt, die das Pech haben würde, sie aufnehmen zu müssen.